Heute gibt es wie versprochen den Rest des Sonic Mania 100% Challenge Runs. Ich bin Kato Darko, vielen Dank, dass ihr dabei sein werdet. Und ja, ich werde mit Tails weiter machen. Das wäre die nächste Story. Moment. Okay, alles gut. Ja, Tails wäre das nächste. Der ist nächstes dran und ja, ich würde sagen, ich fange gleich einfach direkt an. Es ist nicht sonderlich schwer, also es wird nicht sonderlich... Es wäre wahrscheinlich nicht so lange dauern wie das letzte Mal, also die letzte, beim letzten Part der Challenge. Also ich denke, da ich jetzt mit Tails spielen werde, werde ich eh nur die Chaos immer sammeln. Das geht eigentlich recht gut mit ihm, weil er ja fliegen kann. Und ja, das ist dann im Endeffekt ziemlich einfach. Deswegen werde ich das zuerst in Angriff nehmen, die Chaos immer sammeln und dann gehe ich einfach durch und gut ist. Also das Gute an Tails ist auch, dass er nicht diesen Final Boss hat, wie Sonic den hat. Also den richtigen Final Boss. Also das kann ich schon mal sagen. Deswegen ist es mit ihm ziemlich einfach und werde halt nicht so viel mit ihm zu tun haben, sage ich jetzt mal ganz stumpf. Es wird... Ja, ich werde wahrscheinlich ganz easy die... Time-Store, äh nicht die Time-Store, äh nicht die Time-Store... Die äh... Chaos einmal Challenge machen, nebenbei halt. Und äh... Ja, das... Da laufe ich eh theoretisch gesehen dran vorbei, könnte man sagen. Also... Ich könnte es halt so machen, dass ich irgendwie indirekt dran vorbeilaufe. Und... Äh... Das ist gerade so ein bisschen der, äh... Erste Fokus. Äh... Dass ich halt die, äh... Chaos einmal mache. Und... Ja, schauen wir mal, wo ich hier... Am schnellsten welche finde. Ich... Weiß, dass ich es theoretisch genauso machen könnte wie mit Sonic. Aber... Ich, ähm... Schau halt einfach selbst mal. Ich weiß es gerade selbst nicht so genau. Und... Deswegen... Schau mal... Oh, ich habe eine Sache vergessen! Scheiße! Und... Okay, alles gut. Äh... Ja, ich habe voll vergessen den Nike-Bot reinzurufen. Ganz klasse. Äh... Ist egal. Nike-Bot ist jetzt gleich drin. Und... Äh... Ja. Wird wieder automatische Nachrichten versenden. Juhu. Okay, gut. Also... Tails ist halt, wie gesagt, nicht sonderlich schwer. Vor allem auch, weil er halt fliegen kann. Er ist, äh... Von der Geschwindigkeit sind sie alle, ich glaube auch, ziemlich ähnlich. Oder bis gleich sogar. Ich glaube, die haben... Keinerlei Schwierigkeiten. Und meine Frau hostet mich. Yes. I like. Aber es ist halt... Ähm... Ja, es ist mit Tails ein bisschen angenehmer, wie gesagt. Also ich finde... Tails ist halt ein bisschen chilliger, ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer. Ähm... Man hat halt wirklich... Man könnte sagen, sehr viel Freiraum oder so. Man kann halt wirklich sehr entspannt spielen. Also... Tails ist wirklich eher... Ja, ein bisschen leichter. Tatsächlich. Also ist jetzt kein Scherz oder so. Ich finde halt, Tails ist irgendwie... Ja, ich würde nicht sagen leichterer Sonic oder sowas. Nein, das wäre jetzt übertrieben. Ähm... Und Tails ist halt... Man hat wirklich tatsächlich ein bisschen leichter. So ist nicht. Also... Ich persönlich finde... Sehe das so zumindest. Also... Ich sehe das so, dass Tails wirklich ziemlich einfach ist, weil er halt eben diese Fliegentätigkeit besitzt. Äh... Die Knuckles Story. Die war ein bisschen schwerer, fand ich persönlich. Aber... Das liegt daran, weil... Er selbst... Knuckles selbst ist nicht so schwer, äh... Zu spielen. Also... Das nicht. Aber... Knuckles hat halt diese... Er hat halt das Problem, dass er nicht so hoch springt wie Sonic oder Tails. Und deswegen sind die Bosse ein bisschen schwieriger zu treffen. Also muss man dazu sagen, tatsächlich. Also... Die sind tatsächlich ein bisschen schwer... Ah, es war... Fast gut. Fast gut. Aber irgendwie auch nur fast. Egal. So, das war der erste Akte Green Hill Zone. Die Endgegner ändern sich bei Tails glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, die sind eigentlich gleich. Kann ich mich recht erinnern. Also... Ich kann mich daran erinnern, dass die eigentlich nicht wirklich anders sind bei... Äh... Tails. Ich glaube nicht. Nein. Tatsächlich. Ich glaube, die sind genau gleich. Deswegen... Äh... Ist die Story von Tails eigentlich im Grunde dieselbe wie bei Sonic, könnte man sagen. Also... Die ist im Grunde wirklich genauso. Ist aber... Alles wie gesagt ziemlich einfach, weil er halt fliegen kann. Ja gut. Okay. Green Hill Act 2. Äh... Äh... Müsste hier irgendwo in der Nähe sein gleich. Da unten ist er... Äh... Ganz easy. So... Sehr schön. Der erste Special Stage mit Tails. Äh... Äh... Ich habe das Gefühl, dass die drei Charaktere sich in den Special Stages irgendwie anders steuern lassen. Also... Ich weiß nicht, ob ich nur das Gefühl... Uh... Lag ist gerade? Oh mein Gott! Hatte ich gerade einen Lag in-Game gehört? What the fuck? Äh... Egal. Es ist... Interessant. Okay. Interessant. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl, dass in den Special Stages, dass sich Sonic, Tails und Knuckles irgendwie etwas anders spielen lassen. Also... Ich habe das Gefühl, dass Sonic halt irgendwie... Ich würde nicht sagen, schneller ist oder so. Aber ich habe das Gefühl, der rutscht ein bisschen mehr. Also... Vielleicht brilte ich mir so nur ein. Aber ich habe das Gefühl, der rutscht halt irgendwie ein bisschen mehr. Und der... Äh... Tails, der lässt sich zum Beispiel... Ja, recht normal steuern. Und Knuckles ist eher... Ja... Ich würde sagen, der lässt sich... Ein bisschen einfacher steuern in den Special Stages. Weil er irgendwie so gut wie gar nicht rutscht. Der kommt gar nicht aus der Bahn, hätte ich beinahe gesagt. Ähm... Aber so an sich ist, äh... Ja, ist... Ist es halt mit allen recht einfach, wenn man halt weiß, wie die Special Stages gehen. Also... Das ist eigentlich alles recht simpel. Äh... Good. Let's go. Ich weiß, dass es hier noch eine Special Stage gibt, die ich nehmen kann. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier oben war. Bin mir grad nicht sicher. Äh... Die war irgendwo... Ich weiß es grad selbst nicht so genau. Ah... Nein, ich will da auch. Dankeschön. Ah... Bring mich mal da rüber. Aber... Aber ich finde das halt mit Tels wirklich, 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 wirklich einfacher. Das war gar ein bisschen blöd von mir. Das war gar sehr blöd von mir sogar. Äh... Also... Er konnte zwar... Äh... Theoretisch konnte er fliegen. Also... Der Com hat halt... Ist halt immer geflogen. Wenn man halt... Äh... Wenn man halt Tels irgendwie verloren hat oder sowas in der Art, dann ist der Com halt geflogen. Aber er... Man selbst wenn man Tels gespielt hat in Sonic 2 konnte man ihn nicht wirklich zum Fliegen benutzen. Witzigerweise. Ich weiß selber nicht wieso das so ist. Also... Keine Ahnung. Die Fähigkeit haben sie mir erst in Sonic 3 hinzugefügt. Aber... Ich... Ich weiß selber nicht warum. Wie gesagt. Also... Weil wegen Gründe. Keine Ahnung. Also... Das war irgendwie blöd gerade. Okay. Egal. Es ist halt jetzt die zweite Special Stage. Ich... Man sieht es halt. Ich... Gehe tatsächlich hauptsächlich dem UFO nach. Und ganz easy. So ein bisschen in den Weg abgeschnitten und so. Da lief das gerade ganz gut. Tatsächlich. Okay. Gut. Ähm... Ja. Ich habe es mit Absicht auch reingeschrieben in den Titel, dass es das Finale heute sein wird. Weil... Ähm... Ich werde... Äh... Ja. Sonic, Tels und Knuckles werde ich heute tatsächlich schaffen. Also... Ich finde ehrlich gesagt es ist nicht sonderlich schwer. Also... Bin ich persönlich... Das ist äh... Recht simpel eigentlich diese Challenge irgendwie hinzukriegen. Also muss ich wirklich sagen es ist nicht sonderlich schwer. Es ist nicht sehr anspruchsvoll. Es ist halt... Ja... Also man könnte sagen es ist ein bisschen... Äh... Wie ein bisschen wie Urlaub. Mighty. Geh vom scheiß Fernseher weg. Aber wie er nicht hört. Aber ich liebe es wenn er nicht so ist. Mighty. Ich meine keinen anderen. Ach... Dieser Kater. Ich bring ihn... Hallo. Danke. Du weißt dass du noch nicht hin sollst. Ach Gott. So. Gut. Das war dann auch ähm... Akt 2 von der Green Hill Zone. Zwei Chaos haben wir jetzt gekriegt. Ich hätte wahrscheinlich schon mehr kriegen können. Es gibt die Möglichkeit schon. Ich glaub in der... Äh... Bin mir nicht sicher. Ich glaub nicht dass es in der ersten Zone schon geht. Aber in Green Hill selbst kann man tatsächlich schon beide Chaos haben wir jetzt kriegen. Ja tatsächlich. Das sind wir jetzt beide. Alle Chaos haben wir jetzt kriegen. Aber darauf lege ich es gerade nicht an. Also ich lege es jetzt gerade nicht darauf an dass ich halt die Chaos haben wir so schnell wie möglich kriege. Sondern dass ich halt die Story halt einfach nur durchspiele. Oder darauf lege ich es gerade halt am meisten an. Und das ist mir persönlich gerade auch am wichtigsten. Gut. Okay. Let's go. Ähm... Chemical Plant Act 1 ist halt wie bei Sonic. Äh... Ich werde es hier wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel machen können. Was die Chaos Formals angeht. Ich werde es halt äh... Ab und zu wahrscheinlich... Keine Ahnung. Also ich... Ich werde es wahrscheinlich einfach nur halt ganz chillig durchrennen. Und äh... Weil die Chaos Formals hier zu finden ist ein bisschen blöd. Äh... Ich weiß dass es halt verschiedene Punkte gibt wo es die gibt. Äh... Wo es diese großen Ringe gibt. Aber ich ähm... Ja ich... Ich lass mich halt jetzt hier mal ein bisschen äh... Ich lass mir jetzt halt ein bisschen Zeit kann man sagen. Also wirklich... Äh... Wirklich viel gibt es hier äh... Nicht zu sagen zu dieser Stage. Hier gibt es noch einen äh... Einen großen Ring. Ja. Gut. Das ist dann jetzt die dritte Stage. Die dritte Special Stage. Eigentlich auch nicht sehr schwierig. Die schwierigste... Ich finde ich persönlich ist glaube ich die ähm... Ich glaub die fünfte ist für mich die schwerste glaube ich. Also könnte man sagen. Finde ich persönlich. Ich ähm... Ich weiß nicht. Ich hab mir der fünften irgendwie am meisten Schwierigkeiten. Die anderen sind eher so ein bisschen entspannter. Finde ich persönlich. Ja so ein bisschen wie chillig sein und so aus. Und keine Ahnung. Also wirklich viele Probleme habe ich bisher nicht gehabt mit den Special Stages. Ja ich war ganz am Anfang war ich so ein... So als ich zum ersten Mal das Mania gespielt habe. War ich tatsächlich ein bisschen überfordert. In den Special Stages wusste halt nicht was ich tun sollte. War kurz noch verwirrt. Und äh... Ja wenn man dann erstmal angefangen hat den ganzen Kram so ein bisschen zu äh... Ja so ein bisschen hinzukriegen. Und dann langsam auch sicher hier. Uh da. So geht das. Uh da. Uh so kriegt man das. Uh so kriegt man jenes. Und so weiter. Dann ist man dann schon ein bisschen äh... Besser drauf. Und das war's auch schon. Da hat er tatsächlich äh... Habe ich ihn tatsächlich ganz gut abgefangen glaube ich. Den äh... Chaos Himmelt. Das war ziemlich gut. Okay ähm... Mal kurz in meinen Dashboard schauen. Okay sehr schön. Elf Minuten und schon der dritte Chaos Himmelt. Okay das ist gut. Ganz gutes äh... Ganz gute Bilanz gerade. Ganz gute Bilanz. Sehr gute Bilanz tatsächlich. Äh... Ich werde es wahrscheinlich heute definitiv schaffen. Also ich werde es heute definitiv durchspielen. Auf 100% dann. Also wenn ich halt die beiden Charaktere geschafft habe. Äh... Die beiden letzten Charaktere ist es dann halt auch schon fertig. Und dann ist Sonic Mania auf der Switch für mich auch auf 100%. Und äh... Ja. Es ist nämlich cool. Auf jeden Fall. Weil dann habe ich es auf... Ja. Auf der Switch und auf der PS3 auf 100%. Also wirklich super. Hahaha. Oh Gott. Ja. Ich weiß dass ich hier auf jeden Fall noch... Ach Scheiße. Das war jetzt schlecht von mir. Das war jetzt schlecht. Aber okay. Gut. Jetzt denke ich halt hier lang. Das war jetzt wirklich extremst Scheiße. Ich hätte jetzt eigentlich eher anders reagieren müssen. Aber okay. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich mach das jetzt einfach mal so wie ich mir das denke gerade. Äh... Ich hätte ihn hier schon treffen können. Habe ich aber gerade nicht gemacht. Weil ich zu blöd bin um das zu realisieren. Hahaha. Äh... Okay. Gut. Er springt wieder. Er bouncet dreimal. Und beim dritten Mal kann man ihn dann halt treffen. Ich äh... Schau halt gegenwärtig dass ich ihn so schnell wie möglich da ankriege. Wenn ich halt... Ja passt. Sehr schön. Ausgezeichnet. So. Okay. Gut. Das war... Chemical Plant Act 1. Jetzt kommt der zweite Act von der Chemical Plant. Äh... Ist sogar ziemlich witzig gerade. Weil dieser... Ich glaube es war Chemical Plant Act 2. Wurde glaube ich mit Tails sogar gezeigt. Ah man. So ich habe Fehler gemacht. Scheiße. Okay. Wurde glaube ich sogar mit Tails gezeigt. Wenn ich mich recht erinnere. Also ich kann mich daran erinnern dass der... Dass Tails an diesen komischen violetten Dingern da hängt. Oder gehangen hat im Trailer. Das weiß ich noch ganz genau. Ah ja. Das war irgendwie schön. Keine Ahnung. Ich bin ja irgendwie auch äh... Tatsächlich schon sehr zufrieden mit Sonic Mania. Muss ich wirklich sagen. Also es wird für Sonic Forces sau schwer das zu toppen sag ich mal. Also wirklich sau sau schwer. Ist... Ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit glaube ich. Also könnte man schon sagen dass das... Das Sonic Forces schon... Ja ein kleines Problem haben wird. Hey da Hofer. Schön dass du da bist. Wie geht's? Alles klar bei dir? Ich wollte eigentlich da hin. Irgendwie geht's grad nicht. Okay gut. Das soll's. Also ich freu mich schon wirklich. Wenn dann Sonic Forces mal rauskommt. Bin ich auf jeden Fall gespannt wie sich das ganze spielen lässt. Hier ist alles gut und bei dir? Ja. Ist auch ganz okay. Bin ein bisschen müde. Waren heute bei einem... Katzenhaus. Weil wir eine Katze weggeben müssen. Leider. Äh. Aus verschiedenen Gründen. Die hat so ein gewisses kleines Problem Kätzchen. Muss eigentlich alleine gehalten werden. Das können wir leider nicht. Und ja. Die hat doch schon uns angegriffen. Die Katze. Und ja. Weiß ich nicht so genau wie wir die... Gerade in Anführungszeichen los werden. Los werden klingt so böse. Aber wir haben halt nachgefragt ob wir die da irgendwie vermitteln können. Und das ist dann alles ein bisschen kompliziert mit... Äh. Och Gottchen. Mit... Müssten wir erst mit der Zutierärztin. Weil die erst abgecheckt werden muss. Ob die auf Leukose geimpft wurde. Oder ob die auf Leukose... Äh. Schon abgecheckt wurde. Und sowas. Also alles so ein bisschen schwierig. Da hatten wir... Ja. Keine Ahnung. Ein bisschen... Pech gehabt würde ich sagen. Leider. Also ich... Weiß noch nicht so genau wie wir die grad los werden. Weil die geht auch auf andere Katzen los die wir haben. Und das ist ein bisschen problematisch dann für uns. Weil das sollte eigentlich nicht so sein. Aber gut. Irgendwie müssen wir das halt hinkriegen. Ich finde das ein bisschen schade dass wir sie los werden müssen. Oder dass wir sie bald abgeben müssen. Aber es geht nicht anders. Geht nicht anders. Okay. Das ist jetzt die vierte Special Stage mit Tails. Und... Ja. Was gibts zu dir zu sagen? Ist eigentlich recht simpel. Immer noch. Witzigerweise. Eigentlich alles nur Probleme. Also... Es ist leider alles nicht wirklich anders. Also... Was ich echt schade finde ist dass die... Dass der einzige Charakter der ein bisschen eine andere Story hat. Oder ein bisschen anderen Weg hat. Sag ich mal. Snuckles. Erzählt nämlich genau denselben Weg wie Sonic leider. Äh. Ist ein bisschen blöd. Aber ja. Aber ich finde... Ja. Bei den Special Stages ist es natürlich sowieso nicht wirklich anders. Das einzige was ich das Gefühl habe ist dass sich die Charaktere ein bisschen anders spielen lassen. Äh. In den jeweiligen Special Stages. Ich weiß nicht ob das wirklich stimmt. Ob das wirklich der Fall ist. Oder ob das nur irgendwie ein Schein ist könnte man sagen. Also... Scheiße. Äh. Das war schlecht von mir gerade. Okay. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen auf den Scheiß-UFO konzentrieren. Äh. Kriege ich das UFO. Ich müsste es eigentlich schaffen. Und dann... Gott. Sehr gut. Alles super. Und ja. Ähm. Ähm. Vorhin hatte ich das noch gesagt dass ich Sonic Mania schon äh. Ziemlich gut finde. Also so an sich. Ich glaube dass Sonic Forces sehr schwer haben wird. Also denke ich mal weil... Keine Ahnung. Ich bin schon mit Mania sehr zufrieden muss ich wirklich sagen. Und... Das war... Oh. Nope. So much nope. Das ist nope. So viel nope. Auf einmal das gibt es gar nicht. Oh mein Gott. Habe ich gerade einen übelen Fehler gemacht. Okay gut. Gleich müsste der nächste Endgänger kommen wenn ich mich richtig erinnere. Äh. Von ja. Sonic äh. Äh. Forces wird echt Probleme haben. Also ohne Scheiß. Dies... Wäre natürlich eine Blamage wenn das natürlich schlechter ankommt als das Mania. Wäre schon eine Blamage irgendwie. Muss man dazu sagen. Äh. Ich weiß nicht so genau ob man das wirklich äh. Ob man das wirklich messen kann. Ob das Game jetzt schlechter oder besser ist. Ich glaube das liegt immer im Auge des Betrachters denke ich mal. Äh. So. Der Boss ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Das ist halt der Puyo Puyo Boss mal wieder. Äh. Ziemlich simpel den zu legen eigentlich. Äh. Jetzt muss ich hier noch ein Steinchen drauf geben. Es ist halt so ein bisschen wie Tetris aber dann doch irgendwie anders. Okay. Das passt. Das passt. Das passt. Ich würde gerne mal einen Violetten kriegen. Wäre das irgendwie machbar oder so. Ein Violetter wäre nice. Dann kriege ich aber gerade irgendwie. Ah da ist ein Violetter. Schönes Ding. Okay. Gott. Gib mal her. So. Äh. Das war schon nicht schlecht. Gut. Das war schon nicht schlecht. Äh. Ich würde am liebsten noch einen Grün haben oder so. Okay. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Äh. Ich bin. Ich bin so blöd gerade. So blöd in einem Wasser auszukippen oder so ähnlich. Aber eigentlich. Ja. Jetzt wäre ein grüner ganz nice. Jetzt wäre schon so ein grüner ganz nice. Äh. Violett brauche ich gerade nicht. Ich bin das Ding. Äh. Blau. Okay. Machen wir es mal so. Der müsste eigentlich jetzt eh down sein. Jetzt nochmal hier. Ja. Passt. Passt eh schon. Passt eh schon. Okay. Gut. Das war's. Das war Akt 1. Ne. Akt 2. Boss. Von der Chemical Plant. Sehr einfach. Ganz easy. Bredisi. Und jetzt geht's weiter zur Studiopluson. Also ich frag mich gerade. Ich frag mich gerade. Warum die Wege von Tails. Also ist es jetzt gerade so, dass ich ja ähm. Ähm. Dass die Story von Tails nicht wirklich anders ist als die von Sonic. Äh. Nicht wirklich großartig. Ich fand's ein bisschen schade, dass die Story von äh. Knuckles die einzige ist, die sich ein ganz klein wenig unterscheidet. auch von den Wegen her, die er geht. Und dann auch am Ende ist das halt ein bisschen anders bei ihm. Ich weiß nicht warum sie's bei Tails nicht gemacht haben. Ah. Das war blöd. Irgendwie hatten sie da wohl irgendwie keinen Grund dazu gehabt. Oder sie sind der Meinung halt Tails hier Best Buddy mit Sonic und so. Deswegen muss er halt dasselbe machen wie er. Und keine Ahnung. Ähm. Zumindest gehe ich davon aus, dass das der Grund ist. Ich weiß es nicht. Also ich hab keine Ahnung. Äh. Lass mich mal hier hin. Äh. Gib mir das. Speedjuice. Speedjuice sind immer gut. Äh. War das wirklich so clever? War das wirklich so clever hier hinzugehen? Ach keine Ahnung. Ich weiß es ist hier irgendwo noch so ein ähm. Dieses Level hat so viele krasse Cameos eigentlich. Also theoretisch gesehen. Es gibt hier zum Beispiel diese ähm. Diese kleinen Autos da. Die man da reinsteigt und die Kofferräume und so. Das ist ja auch ein kleines Cameo von einem. Ich glaube von Sega Rally war das glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh. Es war jedenfalls irgendein Sega Game. Wo man halt. Äh. Wo halt ich glaube Hornets drauf stand. Ich glaube ich war Hornet. Äh. Und Hornet ist halt äh. So ein Wagen gewesen. Und hier zum Beispiel ist auch so ein kleines Cameo. Dieses Sega Sonic Popcorn. Stopp war tatsächlich in Japan. Ein Arcade äh. Minigame könnte man sagen. Und wenn man das irgendwie geschafft hat. Kam halt unten Popcorn raus und sowas. Also. Ja hier Hornets. Das ist hier zum Beispiel dieser Wagen hier. Der hier steht. Das ist halt dann zum Beispiel äh. äh. Unnützes Wissen könnte man sagen. Halt. Der Name eines Wagens aus äh. einem Sega Rennspiel. Ich glaube es war bald wie gesagt Sega Rally. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher welches es war. By the way habe ich gerade einen Bug. Äh. Äh. Ich glaube ich habe einen Music Bug tatsächlich. Ach du Scheiße. Die ganze Zeit die Music von der äh. Von der äh. Geschwindigkeit gehabt. Okay was soll's. Äh. Spillow Stage 5 ist es jetzt. Das ist für mich persönlich die schwerste. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm. Ähm. Ja. Ich hatte mit der bisher die meisten Probleme gehabt. Aus Gründen. Ich weiß selber nicht wieso. Also. Es gab hier aus irgendwelchen Gründen hatte ich dir so viele Probleme gehabt. Des öfteren. Ich weiß selber nicht wieso. Aber. Im Grunde ist sie. Ja. Wenn man das jetzt irgendwie schon des öfteren gemacht hat. So wie ich. Das sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Äh. Ich gebe mir mal bitte macht 2 plus. Danke. Ich würde nämlich gern ein bisschen schneller sein. Es gibt nämlich ein bisschen auf den Kick, weil ich so langsam bin. Okay. Das UFO ist leider aus irgendwelchen Gründen hier extrem schnell. Also. Ich weiß nicht warum. Also die haben das UFO hier extrem schnell gemacht. Äh. Ich weiß selber nicht wieso. Also. Es ist. Keine Ahnung. Irgendwie nur in der Stage so. Irgendwie nur in der Stage so. In den anderen ist irgendwie alles okay. Äh. Es ist. Es war irgendwie. Es ist schon fast Trolling irgendwie. Was die hier machen. Also was das UFO hier macht. Das ist schon echt Trolling teilweise. Äh. Keine Ahnung. Also. Hoppala. Hoppala. Das war jetzt gerade Endscheiße. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das gerade übel verkackt. Okay. Das war gut. Äh. Das muss ich jetzt mal eben. Oh meine Güte ist das UFO schon weit vorgeschritten. Das geht's da nicht. Oh mein Gott. Es geht's wirklich nicht gerade. Oh mein Gott. Das ist Endscheiße gerade gewesen. Das war Endscheiße. Oh mein Gott. Wie schnell das Scheiß-Ufo einfach ist. Ach du Kacke. Ähm. Superklasse. Also wirklich superklasse. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwie ist das UFO gerade Endschnell. Äh. Ich hab keine Ahnung wieso. Also. Ich weiß es gerade echt nicht. Wo müssen das Scheiß-Ufo gar so schnell krieg's gerade nicht. Ja. Was ist nämlich das was ich meine. Ich hab hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen die meisten Probleme aus Gründen. Also. Es ist wirklich nur Gründe. Also. Whatever for. Whatever for. Whatever reasons. So. Jetzt aber. Oh Gott. Das war ja gerade übel. Plamage hier fast. Oh mein Gott. Okay. Das war der fünfte Chaos Emeralds. Und das sind wir von. 24 Minuten. Oh nicht schlecht. Ähm. Gut. Ähm. Immer noch so die Oblösung. Äh. Ganz easy. Ich. Ähm. Ich könnte beinahe sagen. Das ist. Ähm. Ja. Gerade schon ein bisschen mehr wie. Spazieren gehen. Irgendwie auf eine Art und Weise. Um mal zu sagen. Also ich. Ich streng mich hier nicht so wirklich an gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ich mach das hier gerade alles eher ein bisschen entspannter. Und mit ein bisschen mehr. Ich Wutter gehen hoch. Ja. Ist das möglich. Ich meine diese Möglichkeit dass Tails fliegen kann. Äh. Einfach. Oder vereinfacht halt. Sehr sehr viel. Wirklich. Äh. Sehr viel. Also. Das ist ja das was Sonic irgendwie nicht hat. Er ist der einzige der irgendwie nicht so wirklich fliegen oder gleiten kann. Okay gut. Ähm. Geht schon weiter zum nächsten Boss. Äh. Wie immer die. Blauen Raketen treffen. Der kommt jetzt. Die. Da kommt die blaue Rakete jetzt erstmal das letzte ist. Wenn ich jetzt rote Rakete sagen würde. Dann müsste ich an South Park denken. Das wäre irgendwie ein bisschen fail. Fail von mir. Okay gut. Ja. Ganz einfach. Aber ich darf das nicht mehr wiederholen. Ich darf das nicht mehr wiederholen. Ich darf das nicht mehr wiederholen. Ich bin zu blöd ey. Ich bin zu blöd ey. Ich bin zu blöd. Aber jetzt haben wir ja diese tolle neue Funktion. Dass wenn wir jetzt irgendwie. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie. Ähm. Video oder sowas machen wollen. Auf der Switch. Gibt es ja diese tolle Funktion. Dass man jetzt tatsächlich die letzten 30 Sekunden des äh. Videos speichern kann. Also schon äh. Äh. Erzähl's. Er hat sich grad nicht bewegt. Keine Ahnung wieso. Okay cool. Ich weiß nicht. Da haben sie jetzt gerade irgendwie. Sich gedacht. Wir machen das mal wie bei der PS4. Nur ein bisschen schlechter. Weil äh. Keine Ahnung wie PS4. Kann es ja irgendwie. Auch aufnehmen. Nur halt um einiges länger. Als die Switch. Das ist jetzt. Fuck. Das war jetzt blöd von mir. Das war besser. Irgendwie haben sich die. Haben sich die. Hat Nintendo sich gedacht. Ja das ist eine gute Idee. Dass man nur 30 Sekunden aufnehmen kann. Also die Qualität. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Aufnahmen lassen. Auch wirklich zu wünschen übrig. Da. Ist die PS4. Schon tatsächlich besser. Ich weiß nicht. Warum die Switch. Das nicht so gut macht. Ich hab keine Ahnung. Also. Ich weiß es selbst nicht. Ich hab null Ahnung. Wirklich nicht. Also. So. Das war's. Na. Okay. Klapp. Okay. So. Ist das nächste. Ist. Ja. Boah. Auch eher ein bisschen entspannter. Also. Die. Wirklich schwierigen Level. kommt natürlich erst später. Äh. Äh. Wirklich. Wirklich schwer. Ich weiß gar nicht. Also wenn ich an der Schwierigkeit. Äh. Äh. Sehen muss. Also. Würde ich jetzt nicht sagen. Das ist jetzt ein. Endschweres Game ist. Oder so. Also. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich. Aber ich bin auch ein bisschen anders. Was das angeht. Also. Ich glaube. Für die meisten ist. Ähm. Sind die meisten wahrscheinlich eher überfordert. Von der Geschwindigkeit. Denke ich mal eher. Weil Sonic ja doch eher. Ein bisschen schneller ist. Als. So ein Mario. Muss man dazu sagen. Also. Ist ja dann doch wieder was ganz anderes. Aber es ist ja nicht jetzt irgendwie. Ein Klon. Oder sowas. Das ist ja dann auch wieder eine Fehlinformation. Oder sowas. Es ist ja noch für. Eher. Mit viel Geschick. Und. Äh. Viel. Reaktionsvermögen verbunden. Und sowas. Und das ist ja bei Mario. Ja. Da kann man sich ja doch dann. Ein bisschen mehr Zeit lassen. Ob das nun schlecht. Oder gut ist. Also. Würde ich jetzt nicht sagen. Also. Ich würde es nicht sagen. Mario ist jetzt schlechter. Aufgrund dessen. Oder einfacher. Ich. Ich denke. Bei Mario gibt es auch schon. Ein paar. Stellen. Die halt. wirklich. Ein bisschen schwerer sind. Es hatte ich. Zumindest. Ich. Ich hatte schon. Bin ich der Meinung. Also. Ich bin der Meinung. Ich hatte schon manchmal. Ein paar. Stellen gehabt. Die waren ein bisschen schwerer. Aber. Es war jetzt nicht wirklich etwas. Wo ich sagen muss. Oh mein Gott. Viel schwerer als Sonic. Oder so. Ähm. Weiß nicht. Also. Ich. Ich. Ich habe zum Beispiel. Weniger Probleme mit dem. Kaizo Sonic. Als mit dem Kaizo Mario. Muss ich dazu. Ganz ehrlich sagen. Aber das liegt daran. Weil ich die Mechaniken von. Äh. einfach kenne. Und. Wenn man die halt kennt. Dann ist das halt. Ein bisschen einfacher. Der ganze Spaß. Aber jetzt. Habe ich glaube ich. Gerade. Ein kleinen Fehler gemacht. Tatsächlich. Ich habe einen ganz kleinen Fehler gemacht. Und. Hab mich jetzt gerade. Ein bisschen ablenken lassen. So. Jetzt gehts selber. Egal. Ich bin gerade. Viel zu blöd. Irgendwie. Bin gerade. Viel zu blöd. Keine Ahnung. Sind das hier. Gerade. Ein bisschen. Boah. Bisschen. Zu chillig. Aber mir fehlen ihn nur noch. Ähm. Ähm, oh shit, ich wollte eine nach links. Ah, scheiße, hab ich ganz vergessen. Ich wollte eine nach links. Ich wollte gucken, ob da noch irgendwie ein, äh, Chaos Emerald ist oder so. Beziehungsweise, ob ich da eine Chaos Emerald, in den Chaos Emerald kriegen kann. Äh, schön wär's. Ich hätte das schon gern noch irgendwie recht fix. Aber ich glaub, das wird, äh, hier kann ich, glaub ich, ich glaub, wenn ich's richtig mal, kann ich hier, ah, steht. Theoretisch gesehen können ich hier, glaub ich, schon alle haben. Also locker. Theoretisch. Theoretisch, aber ich bin da grad ein bisschen, äh, faul, könnte man sagen. Also auch vielleicht ein bisschen eher entspannter. Und hab es nicht so wirklich darauf abgesehen, dass ich die jetzt wirklich alle schon, äh, so schnell wie möglich habe. Darauf hab ich's jetzt eigentlich gar nicht abgesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin da jetzt eher ein bisschen... Ja, ich guck halt eher, was ich jetzt gerade am... Ah, ja, genau, hier wollte ich rein. Äh, ich weiß noch nicht mehr, wieso ich hier rein wollte. Hab ich gerade kurz vergessen. Ich war der Meinung, hier kann man... Nee, kann man nicht, schade. Okay, ich dachte, hier gibt's irgendwo... Oh mein Gott, jetzt bin ich hier gerade einen anderen Weg gegangen. Es gibt leider auch so viele Wege teilweise in dem Game, dass man... Also bei manchen, äh, bei manchen Spielen, beziehungsweise bei manchen Leveln, kommt es schon so vor, als wäre es hier extrem... Es gäbe es hier extrem viele Wege. Okay, gut. Einfachster Boss mit Tails. Einfachster Boss mit Tails. Weil, äh, dieser Schweibschlag, den er macht, während er, äh, fliegt, der kann den Gegner treffen. Deswegen, äh, sind manche Bosse, die sich untenrum zum Beispiel nicht verteilen können. Das klingt so komisch auf vielen Ebenen irgendwie. Äh, ja, die haben keinen Eierschutz, hätte ich beinahe gesagt. Auf jeden Fall. Äh, Eierschutz und Eggman, das ist gerade echt ein geiles Wortspiel. Ähm, jedenfalls, äh, ist es rein theoretisch ziemlich einfach. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit Tails solche Bosse zu besiegen. Weil halt, wie gesagt, wenn er fliegt und der, der ein Gegner mit seinem Schweif trifft, und mit seinem Schweif fenn, der hat ja zwei, äh, ist es halt ziemlich einfach. Also ist es für mich, ist es wirklich sehr, sehr einfach. Äh, ja, keine Ahnung, Tails ist für mich persönlich auch eher so eine Art, ja, Easy Mode, könnte man sagen. Also für mich ist Tails so eine Art Easy Mode und, äh, Sonic ist halt eher so Normal Mode oder so. Und, äh, Knuckles ist dann doch eher der etwas schwierigere Part. Weil Knuckles einfach, äh, ein paar Probleme bei den Endgegnern hat. Und auch im Allgemeinen die Level ein klein wenig anders sind bei ihm. Aber es ist im Grunde jetzt, äh, auch nicht sonderlich, also es ist jetzt nicht extremst schwer oder so. Was mich überrascht hat, ist, dass ihr seit, äh, was ist diese Funktion mit dem Schweif, dass er die treffen kann, mit dem, äh, während er fliegt, äh, gibt es seit Sonic 3. Äh, das haben sie aber hier scheinbar, die haben sie die Reichweite von dem Schweif scheinbar ein bisschen erhöht. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich, äh, ja, dass ich die so gut treffen konnte, sagen wir es mal so. Also, das war schon eher was anderes. Also, manchmal ist es dann doch schon, äh, eher Fail bei mir, aber dann doch eher wieder ganz okay. Au, scheiße. Das war, das war zum Beispiel ein Fail. Ein richtig ordentlicher Fail. Ei, 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 ei. Okay, da hätte ich jetzt das Elektroschild gebraucht, aber ist jetzt wurscht. Da muss ich dann halt ohne Elektroschild weitergehen. Und dann halt diese, ja, ich sag mal, Abkürzung ist es nicht. Dieses kleine Secret, whatever, mit ein paar Ringen und einem Leben oder sowas, muss ich dann halt irgendwie korrieren. Äh, so. Sehr gut. Okay, das läuft sehr gut gerade. Wäre natürlich schön, wenn ich hier noch einen, ähm, einen Chaos sammelt kriegen würde in der Stage und dann in der, äh, in der anderen, in der Zone 2 auch. Also, in dem Akt 2 wäre das auch nicht schlecht. Also, das wäre dann natürlich perfekt. Dann hätte ich die schon, mich schon fertig und könnte dann einfach ganz entspannt durchlaufen. Und, äh, ja, das wäre es dann eigentlich auch schon mit Tails. Könnte man schon fast sagen. Also, dann müsste man, müsste ich dann eigentlich noch durch und gut ist. Aber, ne, hier kriege ich leider keinen mehr. Aber, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist ebenfalls im Grunde dasselbe Prinzip hier. Also, das Einzige, was hier einen vielleicht ein bisschen stören könnte, sind die Gegner, die er da ruft. Aber die kann man auch mit dem Schweif tatsächlich ganz locker erledigen. Deswegen ist es auch hier sehr einfach mit ihm. Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach tatsächlich. Es gibt viele Leute, die wissen das zum Beispiel gar nicht, dass man mit dem Schweif schlagt, wenn er halt fliegt, die Gegner treffen können. Das wissen viele gar nicht. Aber das findet man halt meistens durch Zufall raus. Also, man muss halt einfach noch ein bisschen rumprobieren. Und dann, äh, ja, wenn man da erstmal drin ist, dann ist es, wie gesagt, ziemlich easy. Aber gut, ich, äh, ich sollte mich, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass im November, ich weiß jetzt nicht, welcher November das war, äh, Anfang November jedenfalls. Und, uh, oh mein Gott, das ist mir auch noch nicht passiert. Oh mein Gott, eigentlich hätte er mich runterdrücken müssen in die, in diese, in den Müll dort. Also, eigentlich, aber irgendwie wollte er es nicht. Oh mein Gott, das war irgendwie komisch gerade. Also, das hätte ich jetzt speichern können, theoretisch, als, äh, so von wegen, ja, das war jetzt irgendwie gut. Oder das war jetzt irgendwie ein WTF-Moment oder sowas. Ähm, äh, gut, wo war ich? Oh ja, ähm, sechste Special Stage. Sechste Special Stage, ähm, mit Tails. Ganz easy, eigentlich. Auch dies nicht so schwer, meiner Meinung nach, wie die 5 war. Tatsächlich, dies meiner Meinung nach nicht so schwer, wie die 5 war. Die ist sogar eigentlich recht einfach. Äh, also, man muss halt einfach nur bei dem, bei dem bisschen aufpassen, weil, äh, die Ringe können halt sehr schnell ausgehen. Man müsste, ich müsste rein theoretisch schon längst macht 2 sein, eigentlich. Äh, habe ich mich jetzt nur gerade ein bisschen scheiße, äh, fokussiert. Also, habe ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen schlecht, äh, konzentriert, oder, beziehungsweise habe ich jetzt mich ein bisschen auf das Falsche gefokust, könnte man sagen. Äh, aber ich habe jetzt gerade versucht, eher die Ringe zu sammeln, was ein Fehler war. Äh, aber ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, ich kriege ihn trotzdem noch, also so ist nicht. Äh, ich habe genug Ringe. Äh, ich könnte jetzt auch die hier noch nehmen. Ist auch eine gute Sache. Und jetzt könnte ich eigentlich einfach durchrennen. Ich muss halt nur die, äh, den Dings ausweichen hier. Äh, das Problem an der ganzen Geschichte... Oh, das war, das war schlecht. Äh, das Problem an der ganzen Geschichte ist... Dass er... Äh, verdammt, wo ist richtig den Faden verloren? I have lost the Faden. I have lost my Faden. War ich denn gerade? Ah, es ist, ich schwirr mir gerade so viel drin. Oh, da wäre ich beinahe runtergefallen. Oh, 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 oh. Okay, 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 okay. Das war urstknapp gerade, also wirklich urstknapp. Ich, äh, habe mir gerade kurz Sorgen gemacht für den Moment. Ähm, das Ding ist halt, wenn Tetz springt, oder wenn der Charakter springt, den man gerade spielt. Es ist so, dass er eine, äh, ein gewissen, eine gewisse Geschwindigkeit verliert. Und, äh, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht, wenn man den, ähm, wenn man das UFO jagen will. Äh, deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man eher an den, äh, Objekten oder an den Hindernissen, sag ich jetzt mal, vorbei rennt, anstatt sie halt irgendwie zu überspringen. Ähm, deswegen, äh, versuche ich das meistens dann immer so zu machen. So, ein Chaos-Ammel fehlt halt noch. Und, äh, sollte aber eigentlich alles machbar sein. Ich weiß nicht, ob ich in der Stage noch einen finde. Also, es ist ja jetzt schon der Akt 2 von der, ähm, von der, was hab ich denn noch vergessen? Flying Battery Zone, ja, Flying Battery Zone. Ähm, ist eigentlich, ähm, ja, ich, ich, ich kenne halt die Locations von den riesigen Ringen halt nicht so wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne die Locations nicht. Man steinigt mich bitte. Also, ich, ähm, ich weiß, es ist furchtbar, dass ich das nicht kenne. Aber, ähm, ich, äh, schaffe es trotzdem irgendwie immer die wichtigsten halt zu finden. Und, äh, dann auch tatsächlich die, äh, die Chaos-Ammels dann gegen Ende des Spiels. Zu haben. Also, das ist am meisten das Wichtigste. Klar, ist es einfacher, wenn man es, rein theoretisch, ist es einfacher, könnte man es sagen, wenn man sie schon so früh wie möglich findet. Theoretisch, ist nur theoretisch. Weil man sich tatsächlich dann auch nur darauf konzentrieren kann, dass man halt das Level schafft. Und man muss sich dann nicht irgendwie darauf konzentrieren, dass man da irgendwie die Chaos-Ammels noch sammeln muss. Kann man erst hier einer, nee, ist er nicht, okay. Hätte ja sein können. Hoppala. Das war jetzt irgendwie knapp. Kurz, Angst gehabt? Okay, macht nix. Äh, alles gut? Alles gut. Schön. Äh, ich weiß gerade nicht, ob es hier vielleicht noch einer... Wie gesagt, ich weiß es gerade selbst nicht. Ich kenne halt, wie gesagt, die Locations von diesen riesigen Ringen kenne ich halt nicht. Und, ähm, das ist dann natürlich, äh, ein bisschen problematisch. Also ich weiß, dass es irgendwo noch einen gibt. Ja, also ich... Kann mir das schon... Ich check gerade mal kurz. Also ich... Aha. Hier kann man zum Beispiel reingehen. Und hier könnte man... Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das zum Beispiel mit Sonic gehen würde. Ja, hier ist noch einer. Ich hätte, glaube ich, vorher springen sollen. Wunder? Ja, genau so. Okay, hier ist dann jetzt die letzte Bonus-Stage. Bzw. nicht Bonus-Stage. Und, ähm, ja, wenn ich die geschafft habe, oder wenn ich die geschafft haben sollte, was ist, äh, was der Fall sein sollte, hoffe ich jetzt einfach mal, äh, aber ja, Schnalle. Dann renne ich tatsächlich einfach nur noch durch. Und gerade fühle ich mich ein bisschen langsamer mit Tails. Ah, ich glaube, das ist das, was ich irgendwie so gefühlt habe mit Tails, dass der tatsächlich ein bisschen langsamer ist, aber sich halt ein bisschen besser steuern lässt als Sonic. Also, der Sonic, der, äh, rutscht extrem, wenn er eine etwas erhöhte Geschwindigkeit bekommt. Das tut, äh, Tails witzigerweise nicht. Und auch Knuckles tut das witzigerweise nicht. Aber, wie gesagt, die beiden Charaktere sind halt nicht so schnell wie, äh, Sonic, glaube ich. Also, so kommt es so ein bisschen vor. Und das war's schon. Das war's schon. Also, ganz, äh, wirklich. Meine Fresse. Tails hat schon alle Chaos haben jetzt innerhalb von... Ah, 40 Minuten habe ich gespielt jetzt gerade. 40 Minuten bin ich jetzt schon online. Äh, läuft. Und ja, auch Tails kann Super Tails werden. Also, das ist witzig. Das ist, äh, ziemlich witzig, dass er hier schon Super Tails werden kann. Äh, mit den Chaos haben wir es. Es war nämlich ursprünglich so, dass Tails, äh, nur in Sonic 3 und Knuckles, äh, Super Tails werden konnte. Und zwar, ja, der ist nicht wirklich anders von dem Aussehen her. Äh, er hatte aber in Sonic 3 und Knuckles. Musste er aber, um eine Superform zu erreichen, um tatsächlich Super Tails zu werden, musste er aber die Super Emeralds benutzen. Und die Super Emeralds hat man gekriegt, wenn man in Sonic 3 und Knuckles, in den Sonic 3 Levels, die, äh, Chaos und Knuckles gesammelt hat. Und, äh, dann, wenn man, äh, in den Sonic und Knuckles Levels angekommen ist, äh, wären die dort dann zu Super Emeralds geworden, so mehr oder weniger. Da hätte man halt die Energie sozusagen von den Chaos Emeralds aufladen müssen, dass sie halt in diese Super Emeralds verwandelt werden können. Und dann wäre Tails halt dann Super Tails geworden, äh, Sonic wäre dann Hyper Sonic geworden und, ja. Also, das ist zum Beispiel eine Sache, die sie hier irgendwie geändert haben. Außerdem hat der Super Tails noch diese kleinen Vögelchen um sich herum, diese sogenannten Flickies. Äh, die haben, aus irgendwelchen Gründen waren die extrem stark. Also, die haben tatsächlich, äh, den, jenen Gegner, den sie gesehen haben, haben sie automatisch angegriffen und gekillt. Also, auch Endgegner tatsächlich. Deswegen fand ich persönlich, ja, Super Tails, äh, war für mich die stärkste Form, also von allen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die, keine Ahnung, diese Flickies oder diese Vögelchen, die haben halt, äh, wirklich sauviel Schaden gemacht und, äh, sie waren urstark. Also, sie waren urstark, keine Ahnung wieso. Keine Ahnung, was sie da geraucht haben, äh, sie die gemacht haben. Also, da haben sie euch gedacht, das war eine gute Idee, glaube ich. Okay, jetzt habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, das ist jetzt der zweite Boss von der, von der Flying Battery Zone, den ich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht, äh, treffen kann, weil ich irgendwie zu blöd bin, den da irgendwie reinzudonnern. Also, sag mal, ja, jetzt aber hier. Aus irgendwelchen Gründen kann ich den gerade nicht so richtig treffen. Also, ich weiß es gerade wirklich nicht, ich weiß es wirklich nicht, was los ist. Und wie lässt er sich ganz komisch treffen. Ganz komisch gerade. Irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwas ist hier weird. Ich weiß nicht, ob es die Switch-Version ist, ich glaube nicht. Aber irgendwas, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Hätte ich meiner gesagt. Irgendwas ist gerade im Brüsch. Jetzt schon wieder, er wurde nicht getroffen. Das ist doch. So, jetzt habe ich ihn. So, perfekt. Okay. Das war der Flying Battery Zone, Akt 2, Boss. Und jetzt geht es weiter zur... Ah, gods, überlegen. Ist jetzt schon Mirage Saloon. Wer ist jetzt echt schon? Ne, Press Garden kommt noch, stimmt, Press Garden kommt noch Okay, ja, Press Garden Press Garden, dann kommt glaube ich Die, äh, kommt dann schon Starter Speedway Ach komm schon, Tails, danke Ja, Press Garden Ähm, ist halt Eher so Factory mäßig Aufgebaut, also Es ist halt auch ziemlich interessant Wenn man das so bedenkt, es gab Noch ein anderes Game, was Was sich sehr an Sonic orientiert hat Und zwar, äh, Freedom Planet Falls das mal irgendwer gespielt haben sollte Gab es mal für die Switch und, äh, nicht für die Switch Für die Wii U, jetzt kurz Auf der PS4, dann gab es noch für PC Äh, hat mir Persönlich zwar ganz gut Gefallen, aber es ist Meiner Meinung nach, weiß ich nicht Also, ich fand das Ein bisschen schade, dass es halt nur weibliche Charaktere Zum Spielen gab, also, es fand ich mir so ein Scheiße Außerdem habe ich die Synchro halt Es hatte tatsächlich eine Synchro gehabt Es war, ähm, auch so 2D mäßig Sehr schnell und, äh Ja, hat sich halt an Sonic sehr orientiert Das hat man sich schon gemerkt Äh, war, aber mir persönlich Ich weiß nicht, also irgendwas hat mir halt Nicht gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen Also, es hat mir halt irgendwas nicht gepasst Und ich weiß nicht so genau, was es war Aber irgendwas hat mir halt, wie gesagt, nicht gepasst Ich glaube, es war die Tatsache, dass es halt nur Weiber zu spielen gab Und, ähm, ja, es gab Auf dem PC, glaube ich, gab es, glaube ich Ein, äh, gab es, glaube ich Ein DLC für einen Kerl und so Und, ja, das hatten sie auf der Wii U aber nicht gehabt Und ich habe nur die Wii U-Fassung gespielt War halt Okay, aber nicht noch mal Nicht noch mal, würde ich nicht noch mal spielen Ich würde wahrscheinlich auch nicht den zweiten Teil spielen Würde ich auch nicht, machen wir die Entwicklung gerade im zweiten Teil Äh, würde ich wahrscheinlich auch nicht spielen Nicht ganz ehrlich Also, gut, ähm, ich würde gerne durch Aber muss ich gar nicht, muss hier lang Ja, ich brauche die Ich brauche die Ringe, bitte, bitte Tails So viel Zeit, wie ich hier verschwende mit dem Um die Ringe zu holen, kann ich auch eigentlich gleich weitergehen Und hoffen, dass ich da irgendwie weiterkomme Also, ich habe übelst viel Unnützes Trivia-Wissen von Sonic drauf Also, ohne Scheiß Ich habe massig viel Unnützes Trivia-Wissen drauf Also, irgendwelche Fragen, bitte frag Weil ich möchte Keine Ahnung, ich kann alles Ich kann sehr viel beantworten Also, ich kann massig viel beantworten Das ist irgendwie gruselig Also, für mich ist das gruselig, dass ich Wirklich so viel über dieses Franchise-Weiß Also, keine Ahnung Man könnte nicht sagen Ja, wenn man die Serie mag, dann weiß man halt viel und so Aber Ja Ich darf mich nicht mehr als Fan bezeichnen Also, tatsächlich nicht Also, ich mache das ungern Ich bezeichne mich sehr ungern als Sonic-Fan Weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich halt sage Ja, ich bin Sonic-Fan, werde ich halt immer ein sehr komischer Ja, sehr komisch angeschaut Da muss man so Also, auch sehr komischer Art und Weise auch Weil viele Leute sind halt Was Sonic an geht's Nicht gerade sehr gut gestimmt Und weil es halt so viele kranke Sonic-Fans gibt Ist das halt natürlich alles ein bisschen Ja, blöd Okay, das war jetzt gerade In Rekordzeit, hätte ich meine gesagt Der Press-Garden-Act-One-Boss Also, wirklich Rekordzeit Das war Sekundenschnelle Ja, aber Sonic-Fan ist Ich weiß nicht Man muss halt aufpassen, tatsächlich Weil man will mal sagen Ja, von wegen, man mag Sonic und so Aber man will halt nicht irgendwie In diese komische Schiene reinrutschen Wie die meisten Sonic-Fans halt reingesteckt werden Und es ist Für einen selbst dann auch irgendwie ein bisschen bescheuert Also, auch ein bisschen scheiße Man fühlt sich dann auch irgendwie ein bisschen Wie soll man sagen, ein bisschen gestört Also, wirklich ein bisschen sehr gestört Oh Gott, Press-Garden-Act 2 Ja, hier habe ich die Special Die Bonus-Stages gefarmt Ohne Ende Also, ich bin ganz froh, dass ich das hinter mir habe Wirklich, das mache ich nämlich nicht nochmal Also, das war jetzt wirklich der letzte Schrohhalte Ich werde das nicht nochmal machen Selbst wenn ich es mir irgendwann mal für PC holen werde Wenn es da mal so ein Steam-Sale gibt oder sowas Wäre ich es mir vielleicht auch holen Aber ich werde es dann wahrscheinlich hauptsächlich wegen Mods spielen oder so Ähm Weil es gibt schon extrem viele Mods für Sonic Mania Weil die Obwohl es eigentlich nicht gemoddet werden kann Angeblich Haben sie wohl irgendwie gesagt Dass es da irgendwie Äh, dann eine Sperre drin sein soll Aber die Modder haben es dann tatsächlich natürlich noch hingekriegt Dass sie da irgendwie Ihre Mods rein dönern und sowas Also, schon irgendwie witzig Dass Sega das irgendwie versucht hat Dass, ähm Dass es keine Mods geben wird Oder dass man keine Mods benutzen kann und so Und dann kann man sie doch benutzen irgendwie Weil, keine Ahnung Es ist schon ein bisschen fail irgendwie Ich weiß selber nicht wieso Aber, ja Obwohl Mods eigentlich ganz geil sind Muss ich ganz ehrlich sagen Also, ich finde sie ganz cool Muss ich wirklich sagen Aber Ja Manchmal übertreiben die Sonic Fans auch ein bisschen Muss ich ganz ehrlich sagen Manchmal übertreiben sie auch Also, hätte ich mir jetzt schon aufgefallen Dass es viele Leute gibt Die sich ungern das Sonic Fan nennen Allein halt schon wegen der Tatsache Dass man halt so komisch angeguckt wird Wie man halt sagt Ja, man mag Sonic Und es spielt jedes Spiel Oder so Weil man es schon teilweise sehr komisch angeguckt Und, äh Das, äh Will man dann irgendwie vermeiden Teilweise auch Irgendwie Man will sich da auch irgendwie ein bisschen raushalten Dass es ein kranken, äh Fanbase und sowas Also, wirklich Da ist das dann teilweise schon Äh In eine extrem komische Dimension gegangen Teilweise alles Also, wirklich Ich weiß selber nicht Wie das überhaupt zustande gekommen ist Dass die, äh Ist ein Spiel wie Sonic So ein komisches Ausmaß genommen hat Auf vielerlei Ebenen Also, das ist dann schon teilweise sehr, sehr komisch Tatsächlich sehr, sehr komisch Okay, gut Schuriken-Bomben-Dingens Aber jetzt geht's weiter zu, äh Ja, jetzt kommt der, der, der Star-Up-Speed-Way Star-Up-Speed-Way Akt 1 ist die Vergangenheit Also, ich gehe Ich hatte ja vor kurzem die Diskussion auf YouTube gehabt Ähm Weil ich mir ein Video angesehen habe Was für Probleme Sonic Forces haben wird Äh Der hat schon über komische Dinge, äh Erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen Ich habe ihm dann ziemlich einen Wall-of-Text geschrieben Also, einen sehr langen Text und Also, auf seinem Video Und, äh Er hat halt gesagt Also, ich habe mich darüber beschwert Dass es halt scheiße findet Dass Classic Sonic schon wieder da ist Und so Und dass sie, äh Eigentlich, dass Sega eigentlich gesagt hat Sie wollen aus dieser, äh Sonic, ähm Unleashed Formel sozusagen rausgehen Also, mit dem Boost-System und sowas Und, äh Sie haben es aber dann trotzdem wieder benutzt Also, ja Ich weiß nicht Also, ich beschwere mich deswegen nicht Muss ich ganz ehrlich sagen Ich beschwere mich deswegen nicht Ich beschwere mich über andere Dinge Ähm Ich habe mir das Ich habe ihm halt auch erzählt Dass es teilweise eventuell, äh Das ist Classic Sonic halt wieder da ist Weil er Nicht als Zelebrierungscharakter sozusagen Wieder zurückgekommen ist Sondern als Äh Eigener Charakter Der die Story halt mit sozusagen schreibt Könnte man sagen Und, äh Deswegen, äh Fand ich das halt Man, was ist denn gerade los hier Und deswegen fand ich halt Diese Aussage ein bisschen blöd Und, äh Weil er halt meinte Ja, dieses Gameplay Müsste dann Weil Sonic Modern Sonic ist schon Ein bisschen 2D Und 3D Und Classic Sonic Dann auch nochmal komplett in 2D Ist dann irgendwie blöd Und so Und da habe ich gesagt Ja gut, was willst du machen Ich meine Wenn eine Formel gut funktioniert Wieso soll man die denn umändern Und sowas Und, ja Ich habe ja auch gesagt So von wegen Ja, mein Punkt Der mich eher am meisten stört Was du auch gar nicht angesprochen hast Ist, dass die Story bei uns verändert wird Und so Da hat er gemeint Hä, das wusste ich ja gar nicht Und so Äh Davon habe ich gar nichts gewusst Und, äh Da habe ich gesagt Ja, das wissen viele nicht Was ich ja das gerne mal ein bisschen geheim hält Und so Und da hat er auch gemeint Dass es halt irgendwie auch ganz cool findet Eigentlich Dass die, ähm Dass halt ein paar Bosse wieder zurückkommen Aber dass es halt zum Beispiel scheiße findet Dass dieser Zerbock aus Sonic Lost World Wieder dabei ist Äh Äh, weil er das auch überhaupt nicht versteht Also, ich habe so gesagt Ja, wir wissen ja auch noch überhaupt nichts Über die Story und so ein Kram Musst du mal ein bisschen Äh, abwarten Bis das Game da ist Und so Und, äh Hast nicht gesehen Und dann hat er auch gesagt Ja, wieso soll Shadow dann wieder als, äh Bösewicht dabei sein Und so Da habe ich gesagt Ja, das wird man wahrscheinlich in dieser DLC Shadow Episode erfahren Und höchstwahrscheinlich wird man da auch, äh Mehr erfahren im Allgemeinen Wo ich denke mal ganz stumpf Er ist ein Double Agent und sowas Also habe ich dann so gesagt Und, äh Ja, also es ging dann hin und her Und dann habe ich ihm auch gesagt Wegen Zerbock Äh, dass der halt dabei ist Weil ihn kein Schwein ernst nehmen kann Habe ich gesagt Ja, das liegt an den Amerikanern Weil wir Den Scheiß von den Amerikanern übernommen haben Und, ähm Zerbock eigentlich ein extremer Psychopath ist Und, äh Wirklich eigentlich auch ein ziemlich brutaler Kerl Also Und, dass die Schrecklichen Sex Wie sie in Sonic Lost World genannt wurden Oder halt die tödlichen Sex Im, äh Im Englischen Äh Ziemals im Amerikanischen Äh Das war scheiße von mir Habe ich gesagt Dass die im Japanischen eigentlich die, äh Sechs Dämonen sind Oder sechs Margin Und Margin heißt halt, ähm Japanischen Dämon Deswegen habe ich gesagt Das ist halt alles eine komplett andere Story Im Japanischen Und deswegen, äh Finde ich es halt manchmal ein bisschen unfair Dass man das halt so ein bisschen, äh Schlechter bewertet Aufgrund, äh Weil wegen Ja, das ist so lächerlich Und so Also, ja Ich kann verstehen Warum man die nicht ernst nehmen kann An manchen Stellen Ich kann es voll und ganz verstehen Aber ich kann halt nicht verstehen Warum man sich zum Beispiel nie Warum man zum Beispiel Videos macht Warum dies und jenes Scheiße ist Oder Scheiße sein wird Und, äh Warum man sich nicht mal ansatzweise mal Um das Original schert Also warum man nicht ansatzweise mal Einmal ins Original reingeschaut hat Oder so Das, das verstehe ich zum Beispiel nicht Man holt sich null Informationen Über die originale Fassung Wirklich gar nichts Weil die Leute denken Ja, das ist genau gleich alles Und so Ja, Leute denken Das ist wahrscheinlich das Problem Bei den meisten Leuten, ey Also Wirklich, es ist Extrem unnützes Wissen An manchen Stellen Was ich da Zum Besten geben kann Also Ich weiß Für die meisten ist es eigentlich scheißegal Weil ich hab ihm gesagt Ja, bei so einer komplexen Story Wo dann Sonic jetzt endlich mal wieder Ein bisschen düsterer wird Und ein bisschen dark Und sowas Da will ich das halt Dass es auch alles wieder Ein bisschen ernst genommen werden kann Und so Und er meint so Ja, Sonic lebt aber vom Gameplay Und sowas Und ich hab gesagt Ja, aber Wenn dann die Storys langsam Mal sicher komplexer werden Wie bei Äh Wie bei Sonic Adventure Oder Sonic Adventure 2 Und so Und er meinte halt Ja, es geht halt nie vom Standard hinaus Habe ich gesagt Ja, das kannst du ja gar nicht wissen Ich weiß zum Beispiel gar nicht Wie die Story ist Du weißt zum Beispiel nicht Wer empfindet ist Kein Stein weiß Wer empfindet ist Äh Und sowas halt Also Wirklich Das war schon wirklich Ein klugscheißer Duell Könnte man schon an manchen Stellen sagen Also man hätte uns So zwar nicht Wenn man das jetzt So zum Schulhof raus Posern würde Hätte man uns wahrscheinlich Dafür verprügelt Eventuell Obwohl mich nicht Weil ich mich gewehrt hätte Hahaha Ähm Ja, jedenfalls Äh Habe ich halt Bin ich halt der Meinung Dass Ja, egal wie krass das halt ist Also wie Man's halt dreht und wendet Man kann Sonic Natürlich nicht ernst nehmen Ja, das weiß ich auch Und das ist auch leider Die Schuld der Amerikaner Deswegen ich die nicht leiden kann Und so Aber Das Problem ist halt Wirklich an vielen Stellen Dass Äh Die Leute es einfach nicht anders wissen Die Leute wissen es nicht anders Und deswegen sind sie halt Äh Irgendwie so erpicht darauf Dass sie unbedingt Irgendwie Sagen müssen Oh wie scheiße das doch ist Und Äh Wie kacke der ganze Kram noch ist Und Im Endeffekt Wissen sie es dann noch nicht besser Also sie informieren sich nicht einmal Über das Original Und das ist dann meistens Das muss mich so traurig stimmen Da manchen Stellen Also traurig nicht Ich finde das so ein bisschen Äh Unfair Unfair ist das richtige Wort Ja Weil das ist dann schon ein bisschen unfair Auch der Marke gegenüber Dass man sich nicht einmal über das Original informiert Oder sowas Also da muss man dann schon wirklich Ein bisschen gucken Ein bisschen gucken Schadet doch nicht Also Einfach mal sehen hier Wie ist eigentlich das Original Und so Und What 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 Moment mal What Warum ist er denn grad Wo man der grad so lange gebraucht What the fuck Malisonic Was Wo soll er denn jetzt Na komm schon Ich hasse es mir Das mit einer super form zu machen In der super form Das zu machen Das echt scheiße Aber jetzt geht es wieder Weil ich jetzt grad das Shield habe Und Da kann ich ihn ganz gut treffen Äh Und ja Also wie gesagt Ich finde das halt So ein bisschen unfair Dass man halt so richtig schön Auf die Serie wirklich einkloppt Teilweise Obwohl man halt nicht mal das Original kennt Wenn man nicht mal das Original kennt Oder so Oder sich null Informationen Über das Original holt Dann ist das schon So ein bisschen Ein leichtes Armutszeugnis An manchen Stellen Weil die Leute Keine Ahnung Ich hab das Gefühl Die heulen lieber rum Anstatt halt irgendwie Sich mal zu informieren Wenn sie sowas hat Deswegen zum Beispiel Und so Also das ist dann zum Beispiel Auch so eine Sache Die ich dann einfach nicht verstehen kann Die ich dann teilweise nicht nachvollziehen kann Aber gut Ich bin Weil bei so einer ernsten Story Wie bei Sonic 06 Sonic 06 ist ja storytechnisch nie passiert Ähm Aber bei so einer Story Wie bei Sonic Forces Weil das scheint sehr sehr dark zu sein Und sehr sehr bösartig An manchen Stellen Weil Eggman hat ja halt 99% der Welt übernommen Und sowas Und es gibt halt nur noch 1% Und Sonic wurde halt auch besiegt Also Sonic wurde tatsächlich Von Eggman besiegt Also nicht direkt von Eggman Sondern von Infinite Zumindest ist das Was wir von der Story wissen Derzeitig Und ähm Da kommt das dann schon so rüber Als ob da als Sonic Da schon nahe am Tod steht Teilweise Also wirklich Also wirklich Ähm Das hat ziemlich häufig schon Äh Man könnte wirklich sagen Dass er da Höstwahrscheinlich sterben könnte Weil der Infinite Das hat man auch In japanischen Trailer gesehen Der will Die tatsächlich umbringen Tatsächlich Also Der will die ganze Welt vernichten Tatsächlich Will die ganze Welt vernichten Und ich glaube Das wird dann noch so sein Dass er Wahrscheinlich auch Eggman Irgendwann noch Betrügen würde Oder sowas Obwohl Eggman ihn erschaffen hat Also zumindest hieß es so Infinite wurde von Eggman erschaffen Und sowas So hieß es im Trailer Und wir wissen nicht wie Angeblich durch diesen Stein Den sie halt hier in Äh Mania Äh Verfolgen Oder den sie in Mania Versuchen zu jagen Oder zu Von Eggman zu entreißen Aber das ist halt alles So ein bisschen schwierig Und ein bisschen Äh Man weiß halt nichts Man weiß halt so Im Grunde fast nichts Über die Story Und äh Das klingt ja alles schon So als wäre es übel dark Also wirklich Weil die ganzen Bewohner dort Das sind alles Irgendwelche Äh Tiere Sag ich mal Die sind alle irgendwie In Panik Und haben alle Angst Und äh Eggmans Armee Und Ja Dann kommt halt der Avatar an Weil Der Avatar Es scheint ein Screen Gegeben zu haben Wo der Avatar auch Gegen äh Den Es gibt ein Video Wo der Avatar Gegen den Infinite kämpft Und der Infinite ist halt Der der halt Sonic besiegt hat Tatsächlich Und wahrscheinlich ist der Avatar Halt einer der halt Es trotzdem schaffen kann Tatsächlich Der kann halt den Äh Infinite besiegen Weil der wahrscheinlich Irgendwas besonderes hat Oder was besonderes ist Oder irgendwas in der Art Also so gehe ich jetzt mal Ganz stark von der Story aus Ich gehe mal Nicht davon aus Dass der eine super Form kriegen wird Also es ist ja dann tatsächlich Auch noch so eine Sache Weil so ziemlich jeder Charakter Der mal irgendwie wichtig war Oder so Der hat ja eine super Form gehabt Und äh Wie Shadow Silver Und äh Ja Sonic natürlich auch Tails hat ja auch mal eine gehabt Hat er dann als Modern Tails Witzigerweise nicht mehr Also als Modern Tails Kann er das aus irgendwelchen Gründen Nicht mehr machen Knuckles hat auch eine Ja Aber Knuckles macht das nicht mehr Weil er rosa wird Wahrscheinlich Scheiße Ah verkackt Okay gut Ich konzentriere mich gerade Ein bisschen weniger Auf das Spiel Ich versuche gerade wirklich Zu philosophieren Wie könnte bloß Sonic Forces Die Story sein Und so Also tatsächlich Ist schon ein bisschen komisch Ah na 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 wenn's Silver Fox Schön dass du da bist Na wie geht's Also ich hab mich wirklich Aber ich hab mich bei dem Video Soll ich schon ein bisschen ausgekotzt Ich hasse es Wenn die Leute nur das Deutsche kennen Oder nur halt die Amerikanische Fassung Und sich null über die Japsen Fassung informieren Ich bin da so am Abkacken Also jedes mal könnte ich mich Aufregen Wenn da einer sagt Ja Sonic Forces Für du scheiße Weil wegen äh Classic Sonic ist wieder da Ja komm Das spielt andere Probleme Ganz ehrlich Es spielt solche Probleme Die nicht bei Classic Sonic liegen Und auch nicht Oh scheiße Äh Oh sehr schön Ja gut und selbst Naja es geht's Wir haben Wir mussten heute In so ein In so eine Art Katzenhaus gehen Weil wir müssen Eine von unseren Katzen Müssen wir loswerden Leider Weil die ist sehr angriffslustig Die muss als Einzelkatze gehalten werden Was wir nicht können Und äh Die hat uns auch schon Angegriffen Hat auch schon meine Frau angegriffen Und äh Es ist auch scheiße Fürs äh Kind Später dann Weil sie Da sie ja schwanger ist Derzeitig Ist es auch so Schon ein bisschen scheiße Und wenn Es gibt Erfahrungen Von äh Anderen Menschen Die halt Äh gesagt Oder die halt auch Eine Katze hatten Die halt die Schwangere angegriffen haben Und dann haben sie meistens Auch das Baby angegriffen Und das ist dann Nicht wirklich gut Deswegen versuchen wir gerade So einen Platz zu finden Also es ist immer auch Im Grunde so Dass wir die Katze Eigentlich gar nicht wollten Wir haben die so ein bisschen Zwangweise genommen Könnte man sagen Also Ja Schauen wir halt Ob wir da irgendwie Eine Lösung finden können Irgendwie Oh je Ja Es ist leider so Es ist ein bisschen schwierig Gerade Aber ja Ist halt wie gesagt Jetzt gerade ein bisschen blöd Und keine Ahnung Was wir da machen sollen Also Wir suchen es jetzt gerade In Eventuell In einem anderen Tierheim Wo die Wo die Wo die aber was verlangen Also die verlangen glaube ich Äh 180 Euro Aber das Problem ist Bei dem anderen Bei dem Katzenausflugwahn Da muss man halt Rausfinden Wie ist da Der Impfstatus Das wissen wir zum Beispiel Gar nicht Weil wir den Impfpass Wahrscheinlich nicht haben Ich weiß es nicht Also Und dann muss die Katze Auch auf Leukose Überprüft werden Für den Scheiß brauchen wir Weil die ja so aggressiv ist Einen eigenen Termin Bei unserer Tierärztin Und Ach Gott Das ist echt scheiße Also das ist Wirklich scheiße Weil die sich halt Nicht sozialisieren kann In die Katzengesellschaft Sag ich mal Das ist schon ein bisschen blöd Aber Ja das müssen wir machen Irgendwann kommt die schon Zurecht hoffentlich Also irgendwann kriegen wir Schon im Besitzer Wir haben es auch gerade Während das in der Share and Care Gruppe Haben wir auch in Österreich Eine gefunden Die eventuell Vielleicht jemanden finden Also müssen wir halt gucken Ob wir da Vielleicht auch die Katze Vermitteln können Weil das geht ja auch Ach ja Ist sehr schwierig Ist sehr schwierig Und dann müssen wir auch Wir haben nämlich eigentlich Andere Probleme Wir wollen ja eigentlich umziehen Wir wollen dann Eigentlich langsam Mal ein Krankenhaus Und eine Hebamme finden Und sowas Und das schaffen wir Gerade einfach alles nicht Weil die Katze Einfach auch nebenbei Uns gegenwärtig auch Stresst Und wir ja gar keine Zeit Dann plötzlich haben Also das ist total bescheuert Also das ist echt scheiße Ja und sie weiß Dass ich über sie rede Deswegen streift sie sich Gerade an mir Echt niedlich Aber nicht gerade sehr Ja hilfreich Na okay Mein Schaum Gut Äh Adressivision Akt 2 Mensch Selina Hau doch mal ab hier Ach ich bin jetzt schon so Keine Ahnung Eine Stunde dabei Hab jetzt hier gerade schon Tatsächlich Tails fast auf 100% Ich müsste eigentlich nur Durchlaufen Tatsächlich Total geil Oh Gott Ich bin so heftig Wie die Leute Auf Sonic Forces Abgehen gerade Also wirklich Also es ist so krank Es ist so fucking krank An manchen Stellen Es ist auch irgendwie Schon so weit Dass die Leute Sonic Force So schlecht reden Weil wegen Noob Gründe Also wirklich Da sind teilweise Ich gründe dabei Da denke ich mir Keine anderen Probleme Keine anderen Sorgen Meine Güte Es ist so ein bisschen Wie Ach Gott Hier war das Welches Game War das nochmal Ich glaube es war Irgendeinem anderen Nintendo Game Bin mir aber gerade Nicht sicher Ich bin mir gerade Nicht mehr sicher Ich finde es immer scheiße Wenn die Leute was hypen Ich glaube das ist so ein bisschen Wie bei Obwohl in ein Sonic Fenster Nochmal eine Spur anders Die haben ja nochmal das Problem Dass die gerne Erst so rumheulen Und dann irgendwie Mit nichts zufrieden sind Und sich dann Ja und dann der Meinung sind Oh ist ja doch geil Irgendwie Und ja Ich glaube die heulen auch Rummigende Switchfassung Weil die ja schlechter laufen wird Und das ist eine Sache Die ich von Anfang an gepredigt habe Aber gut 5 Millionen Mal Sag ich Die Switchfassung wird schlechter laufen Und keiner hört auf mich Wie immer Es ist immer scheiße Wenn man so ein bisschen So Freigeist ist und so Ach man Komm schon Jetzt könnte Das hättest du besser machen können Jetzt und es heißt Aber man kommt Der Eisgalt nicht hoch Es ist unglaublich Da will ich hin Genau Ich weiß gar nicht Ich muss jetzt eigentlich noch Fans müsste ich Locker durchspielen können Danach müsste ich noch Die Knuckles Story spielen Und dann bin ich auch schon fertig Ich habe nicht mehr Wirklich viel zu tun Hier Ich glaube hier gerade Wirklich nur noch durch Und Ja chill so ein bisschen Hätte ich meiner gesagt Also wirklich nicht viel Also es ist schon Ist schon heftig Den großen Teil Habe ich ja am Dienstag gemacht Schon Den wirklich schweren Teil Aber nie wieder Ich werde es auch nicht Nochmal machen Ich meine das wäre Das ist der zweite Spielstand Die zweite Version Ich habe jetzt auf der PS4 Das game ja auch schon Auf 100% durch Also wirklich mit allen Trophäen Und so ein Scheißdreck Und jetzt hier Auf der Switch nochmal Alles auf 100% Ist auch ein bisschen Ja teilweise Ein bisschen schwierig Und ein bisschen anstrengend Nach einer Zeit Und so Tatsächlich Ist wirklich ein bisschen Schwierig Ein bisschen nervig teilweise Ach man komm Eggman komm her Ich will dich so schnell Möglichst down Kingen Ja sehr gut War einfach Gleich die zweite Phase Noch Ich weiß gerade Wirklich nicht Wo ich das Problem Nicht gerade Ah komm her Sehr schön Okay das war Heidel Saison Akt 2 Jetzt kommt glaube ich Der Mirage Saloon Akt 1 Ist aber zum Glück Nicht sonderlich Schwer Obwohl das Problem Ist halt Dass der erste Part Ja Mirage Saloon Akt 1 Der erste Part Ist ein bisschen blöd Weil Er Ja weil ich hier Nicht wirklich für Ich sag mal Steuern kann Wie schnell ich voran will Die da Diese tolle Fliegerbrille Die Sonic da auf hat Obwohl er sieht ja aus In der Zaucherbrille Witzigerweise Keine Ahnung Wieso der eine Zaucherbrille Auf hat Aber es gab glaube ich Au Scheiße Es gab glaube ich mal So einen kleinen Unused Sprite In Sonic Ich glaube 1 war das Sonic 1 war das Da hatte er glaube ich Einen unused Sprite Wo er Wo er Diese Brille hatte Es sollte dann Irgendwie dazu dienen Dass er da irgendwie Unter Wasser ist Die sollte dann Immer aufhören Wenn er unter Wasser ist Und jetzt hat er die Irgendwie hier Wenn er Den Tornado fliegt Aus irgendwelchen Gründen Ich weiß nicht warum Er braucht halt Diese Brille Eine Schwimmbrille Ich kann sogar nicht verstehen Warum es eine Schwimmbrille ist Also keine Ahnung Macht keinen Sinn Ist aber halt Vielleicht ein kleines Nettes Cameo Oder so Könnte man sagen Ach man Ich weiß nicht Ob ich November Da wirklich durchhalte Ich muss im November Muss ich mich Ein paar Tage Also Anfang November Muss ich mich ein paar Tage Aus dem Internet Werden halten Weil in Sonic Crosses kommt in Japan Ein paar Tage später Raus Ich glaube zwei Tage Oder so Und da meine Bestellung Von Play Asia Kommt Kann es sein Dass sie sogar Nicht zum Release Kommt Sondern erst ein paar Tage Später Und das wäre Wirklich scheiße Das wäre wirklich scheiße Dann muss ich echt aufpassen Also muss ich echt Hoffen Dass ich da irgendwie Ja weiß ich auch nicht Dass ich da irgendwie Glück habe Dass es vielleicht Vorher kriegen Dann irgendwie So schicken Dass es zum Release Ankommt Ah scheiße Aber das Gute ist Ich kriege dann mal Mana Collection Endlich mal Für die Switch Die ja Wollte ich sowieso Schon die ganze Zeit haben Da bin ich echt Gespannt drauf Ob die jetzt Wie gut die ist Sag ich mal Zum Glück kenne ich Seagroth Mana schon Auswendig Also da habe ich Hier gar keine Probleme Und Seagroth Mana 2 Könnte ganz klein wenig Problematisch werden Aber ich glaube Das kriege ich auch hin Aber so schwer Ist Seagroth Mana 2 Eigentlich auch nicht Finde ich persönlich Also ich habe es Auch mal durchgespielt War für mich persönlich Nicht so schwer Dieser Zauberbrille Hat man ein Spielkolle Dass er damit Unterwasser atmen Er hätte atmen können Das ist zumindest Das was ich weiß Ja das kann auch sein Tatsächlich Aber da Sonne Gar nicht Unterwasser atmen kann Das ist halt so Das wäre ein bisschen Einfach gewesen Ich glaube Da hätten sie Das Spiel Zu einfach gemacht Außerdem gab es glaube ich Nur zwei Stages Das sind Sonic 1 Die unter Wasser waren Das war die Labyrinth Zone Also die komplette Labyrinth Zone Und halt ein Teil Der Wie heißt sie Scrap Brain Zone Genau jetzt weiß ich es wieder Aber ich muss aufpassen Das ist echt scheiße Ist urs scheiße Wäre übelkacke Ah passt Sehr schön Hätte ich meine Probleme gehabt Ey was ist los Was da wieder los ist Ey Okay gut Okay gut Jetzt kommt Mirage Saloon Act 2 Da kann ich wieder Zum Glück Ganz easy durchlaufen Ah ja Patrick spielt mal wieder Mario Kart 8 Deluxe Aber das werde ich mir auch noch Holen irgendwie Wenn es dann irgendwie Äh Im Videogame Store Oder so Für 30 Euro Oder so Da liegt Oh mein Gott Wo ist Sonic hin Also scheiße Er ist verschwunden Okay Er geht seinen eigenen Weg Sonic geht mir Seinen eigenen Weg Okay los 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 Keine Keinung Wir haben wenig Zeit Der Zeitplan ist sehr straff Tatsächlich Ich will es heute tatsächlich nur durchspielen Und das werde ich hoffentlich auch Sollte ich Sollte ich schaffen Also ich glaube so viel Das Date ist Hab ich eh nicht mehr Oder Oder Mirage Salon Und noch Also viel ist es nicht Das weiß ich Aber lass mich mal darunter Ich weiß aber auf jeden Fall Also ich Ich hoffe wirklich Dass er bei der Bestellung Von Play Asia Ist ja auch unsere Dotek Go Collection Aber ja So ist er Umzählig wie mein Frauchen Weil die sich ja sehr darauf freut Macht ja sehr viel Hype Und so Obwohl er so viel hat Macht sie gar nicht Geht eigentlich sogar noch Um Hype Train Geht es noch Tatsächlich Kann man noch sagen Aber ja Es könnte lustig werden Können wir lustig werden Soll ich ja auch streamen Angeblich Man munkelt Ich solle es auch streamen Wie es ist Manche Menschen Munkeln das Ja Ich weiß es nur nicht Ich weiß es nicht Also Im November ist mein Streamplan Glaube ich schon ziemlich gut Voll Glaube ich Also an manchen Stellen Tatsächlich Ach Mensch Dankeschön So geht doch Weil ja auch Mario Odyssey kommt Das würde ich ja auch ganz gerne streamen Auf jeden Fall Sonic Forces kommt Die japanische Fassung Wo ich Kommt dann irgendwann Keine Ahnung Im Laufe der Also der Ersten November Tage Ach ich weiß es nicht Ich weiß wirklich nicht Die japanische Fassung Freue ich mich schon Irgendwie Das Problem ist Der sich als Sehr wenig Verstehen kann Wahrscheinlich Sehr sehr wenig Na komm Stirb Nee Will noch nicht Ach scheiße Na kommt noch die Oil Ocean So nah Nein Puh Das habe ich ganz vergessen Die Oil Ocean So Oh mein Gott I love this stage so much Oh nein Na komm Buck Ach Mensch Komm Lass mich treffen Danke Vielen Dank Meine lieben Leute Ich habe es doch noch Irgendwie geschafft Okay gut Ja stimmt Seagroth Mana Collection Bzw. Mana Collection Ist ja nicht Seagroth Mana Collection Nur Mana Collection Ja nur Mana Hahaha Wird auch recht Wird auch Auch recht entspannt Glaube ich Aber das Problem ist Das streamt glaube ich Echt kein Schwein Ich glaube das Streamt kein Schwein Also Müsse ich dann vielleicht Auch noch Seagroth Mana Reinhauen Oder so Damit man es dann Irgendwie mal findet Weil ich kein Schwein Weiß was die Mana Collection Ist Was ja bei uns Nicht released wird Weil wegen Nintendo ist doof Und so Und Spanx Auch Wollte ich schon Ganz gerne mal Ein Release Von Seagroth Mana Collection Obwohl er ein Shield Hat Obwohl er ein Shield hat Witzigerweise passiert Das nur mal Bei Tails Und Knuckles Bei Sonic Passiert das nicht Wenn der ein Shield hat Aus irgendwelchen Gründen Wahrscheinlich weil Sonic mit den Shields Für gewöhnliche Fähigkeiten einsetzen kann Also Mit dem Feuer Shield Wasser Shield Und Elektro Shield Zumindest Mit den anderen Ja natürlich Mit dem anderen Shield Ja normalen Shield Wenn er gesagt Nicht Aber ja Es kann gut sein Dass das irgendwie Ein Grund hat Ach scheiße Wollte ich jetzt nicht Aber okay Ach Gott Ich hasse diese Stage So sehr Also die erste geht noch Aber die zweite Ist echt Horror Das war das Ends Krasser Horror für mich Keine Ahnung Wieso Irgendwie ist die Sau mäßig bescheuert Und sau mäßig Bin ich scheißen Ah nein Ich muss hoch Ich muss hoch Ich muss hoch Und dank dieser tollen Neuen Switch Share Funktion Wo man da jetzt Irgendwie so Diese Tollen 30 Sekunden Videos machen kann Ist jetzt Irgendwie auch Nintendo Langsam mal Auf dem Weg Zum Ja ich kann Jetzt auch Videos sharen Oder so ähnlich Also das war Ein bisschen Mager Dass es wirklich Nur 30 Sekunden Sind Da ist die PS4 Da sehe ich Schon ein bisschen Weiter Muss man ja So sagen Also 30 Sekunden Das kann man halt Zuschneiden Halt so weit Wie man will Und 30 Sekunden Sind fucking nichts Ey Also da war es Von die PS4 Ein bisschen besser Muss man ganz ehrlich Sagen Mit dem Wo man ja Tatsächlich Wirklich Keine Ahnung Wie lang Aufnehmen Kann Also Ich glaube Das geht bis So lange Wie man Bock Hat Oder so lange Bis die Festplatte Qualmt Hätte ich mir nur gesagt Das Problem Bei der Switch Aufnahme Ist es dann noch Das nächste Das ist die Qualität Einfach mal Ziemlich zu wünschen Übrig lässt Muss man ganz ehrlich Sagen Also Objektiv beträchtet Ist diese Aufnahmefunktion Wirklich Der letzte Müll Also Ja gut Man kann es sofort Auf Facebook Posten Man kann es halt Sofort Auf Twitter Posten PS4 kann man So lange Wie der Speicher Da ist Ja genau Das meine ich Ja Genau Das meine ich Bis der Speicher Qualmt Können wir sagen Also wirklich Und ja 30 Sekunden Ist wirklich 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 Wenig Ja ich habe schon Ein paar Japaner gesehen Die das genutzt haben Tatsächlich Also Es sind dann meistens Die die halt kurz Für Splatoon Oder sowas Ja Mal ein kleines Match Oder so geteilt haben Oder halt so einen geilen Moment Aus einem Match Oder so Und schneiden Und so weiter Geht auch Und FP posten Und so weiter Ja wie gesagt Ich glaube da ist die PS40 Und einiges weiter schon Also Ich weiß nicht warum Nintendo da mit diesen Dingen Irgendwie immer hinterher hinkt Äh ich weiß nicht Also so geil Ich finde die Switch Wirklich geil eigentlich Also Muss man wirklich Muss ich wirklich sagen Ach komm jetzt Gib mir das doch Ich verliere meine Ränge Du Schwanz Meine Güte Ich meine ich finde die Switch An sich wirklich Ziemlich cool eigentlich Aber Ist die mit solchen Funktionen Einfach mal so massig Hinterher hinkt Und teilweise auch Ich weiß ich auch nicht Also Manche Dinge fehlen halt einfach Ne Also manche Dinge fehlen halt einfach So komplett Ich weiß die ist noch nicht So lange da Ich weiß die ist noch nicht Äh So lange da wie die PS4 Aber die PS4 Hatte ja von Anfang an Diesen Share Button gehabt Zum Beispiel Und das hat die Switch Die Switch hatte dann nur Diesen Button gehabt Wo man halt im Game So ein Screenshot machen konnte Das war dann im Grunde Alles was man dann Scheren konnte Natürlich Cool ist hier Feature mäßig Ist die 20 Jahre zurück Ja vor allem Was die Social Dinger angeht Ich meine Man muss eine App benutzen Also die Nintendo Switch App Um äh Dann in einen Sprachchat Reingehen zu können Und Ja Wo sind wir hier Also Was ist los Was geht gerade Also Ohne Scheiß Was ist eigentlich los Das ist dann die Frage Die ich mir dann so stelle Wo seid ihr Nintendo Was Habt ihr irgendwie gepennt Die letzten Äh Jahre An Konsolentechnologie Ich weiß die haben Meistens nie wirklich Bock auf Sprachchat Oder irgendeine andere Kacke gehabt Das weiß ich Also Da hatte Nintendo Nie wirklich Bock Habt Wirklich nicht Aber Ja Nintendo hat halt immer Eher mit den Exklusivtiteln Gepunktet Könnte man sagen Und der Rest war dann Eigentlich eher so Ja Das war dann so Scheißegal Könnte man schon fast sagen Ich weiß halt wie gesagt Nicht warum die sich halt Sowas nicht geben Also Dass sie tatsächlich auch Äh Keine Streaming Möglichkeit Geben zum Beispiel Wie ist halt die PS4 Ich glaube die Xbox One Hat es auch Bin mir gerade nicht sicher Ich war der Meinung Sie hat es auch Aber Bin mir halt Wie gesagt Nicht sicher Aber Es ist halt komisch Dabei gab es damals Den Wolfschen Animal Crossing Let's go to the city Ja Das war aber Da musstest du aber Dieses komische Äh Dieses spezielle Nintendo Wii Mikrofon kaufen Also das habe ich sogar auch Glaube ich Noch irgendwo rumliegen Bin mir gerade jetzt nicht sicher Wo Also irgendwo liegt es noch rum Glaube ich Aber Es ist halt im Grunde Extremst unnötig Weil es gibt Das ist das einzige Spiel Was dieses Wii Mikrofon Halt irgendwie Supportet Mehr gibt es da nicht Und das ist teilweise Schon ein bisschen gestört Irgendwie finde ich Das habe ich halt auch Irgendwie nie verstanden Warum sie da irgendwie Äh Weiß ich auch nicht Warum sie da irgendwie Mehr gemacht haben Ja diesen grauen Kasten Ja genau diesen grauen Kasten Und ich komme gerade nicht weg Hier Deswegen fand ich Es fand ich so ein bisschen komisch Ich hatte das Ding auch gehabt Und Aber ich habe es nie genutzt Witzigerweise Ich habe es witzigerweise nie genutzt Weil Keine Ahnung Es hat mir ja irgendwie Es fehlte was Aber es gab noch diesen Voice Call Channel Gab es Wüsste ich gar nicht Hallo Peter Schön dass du da bist Ich begrüße dich Voice Call Channel Der musste aber später Inzugefügt worden sein Ich weiß nicht Ich hatte den glaube ich Nicht gehabt Also Obwohl doch Du hast recht Ich erinnere mich so dunkel Dass es da sowas gab Tatsächlich Ja stimmt 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 Das war aber irgendwie Auch ein bisschen Ja so ein klein wenig fail Das gab es ja dann Auf dem Wii U Chat Auf der Wii U Gab es das dann ja auch Da gab es diesen Komischen Wii U Phone Call Chat Gedöns da Also Es ist alles irgendwie Nichts wahres Nichts halbes Und nichts ganzes Also ich finde es zum Beispiel Auch ein bisschen gestört Dass man den Splatoon Zum Beispiel Weil Online Play Oder Online Gaming Da hat zum Beispiel Nintendo Nicht wirklich Nicht wirklich Ahnung Muss man ganz ehrlich sagen Hat Facebook Heute bei dir auch Probleme gehabt Ja heute Morgen glaube ich Oder so Ich glaube heute um Nenn ich heute Morgen Heute Vormittag So gegen 19 So circa Um deren Dreh rum Da hat es Probleme gehabt Und YouTube auch YouTube auch Keine Ahnung wieso Irgendwas war Irgendwas komisches war Ich kann mir selber Nicht so genau wissen was Aber sonst nicht Aber sonst nicht Obwohl ich habe nicht lange Ich war heute noch nicht So wirklich lange Auf Facebook Weil Wir haben uns heute Ein paar Zeug getroffen Siehe Patrick war bei uns Und da haben wir dann Gegenwärtig ein bisschen Gezockt Deswegen war ich nicht So wirklich Ja Gut Obwohl ich das gerne Manchmal gemacht hätte Weil ich so viele Arschlöcher getroffen habe In Smash Bros Das gibt es nicht Aber es ist Smash Bros Da trifft man immer Ärsche Tatsächlich Es gab aber glaube ich Noch mehr Ich weiß nicht Langsam geht mir So ein bisschen Oh Moment Ich muss noch was trinken Gut Erster Pornob Eine Störung Und jetzt Facebook und YouTube Die Apokalypse Kommt voll So gab es So gab es In die Nachhui Ja ich weiß Die Russen Aber nein Russen gab es eigentlich Gar nicht so viele Auf der Wii U glaube ich Ich glaube das waren Eher hauptsächlich Amerikaner Waren das unten Ein paar Deutsche Russen habe ich so gut Wie nie gesehen Also man konnte ja Glaube ich auch Nach Nationalität Also man konnte Ja das Profil Anschauen Weil es mehr Spaß Wenn man halt Online gespielt hat Und da habe ich glaube ich Nie wirklich Ein Russen gesehen Oder sowas Hauptsächlich immer So als Amerikaner Oder Deutsche Ja Keine Ahnung Die Russen Spielen ja Diese Kinderspiele Nicht Gucken aber My Little Pony Porn Ist die meistgesuchte Webs Weil meistgesuchte Suchfunktionen Suchanzeige von Den Russen Ich glaube bei Google War das Russen findest du Eher in FPS Ja Musst du Counter Strike Oder spielen Oder Auch wobei Heroes of the Storm Ist auch manchmal übel Da sind sie auch Manchmal Wursten sie den Counter Strike Ja da sowieso Und wenn du dann so ankommst Hey Do you speak English Und dann Hier ist Nichts Nichts Und dann Denkst du dir so GG Also Denkst du wirklich GG Ich meine Das schreibe ich auch immer Wenn ich irgendwie Ein Heroes of the Storm bin Und irgendwie Was versuche So zu schreiben So von wegen Können wir mal Mit dem Team arbeiten Oder sowas Und Keine Ahnung Und dann Sehe ich nur Irgendwelche russischen Symbole Und Dann denke ich mir Okay GG Dota 2 ist schlimmer Russen Disco Ehrlich? Dota 2 habe ich nicht Gespielt Das hat mir irgendwie Nicht gefallen Also ich habe Ich habe mir Kurz die Charaktere Angeguckt Und habe gleich gedacht Ey das ist ja Warcraft 3 Und dann habe ich gesagt Ich unterstütze So ein Fake Scheiß direkt nicht Dachte ich mir Und ja Deswegen habe ich dann Keine Ahnung Dota 2 Weiß auch nicht Also Keine Ahnung Hat mir nicht gefallen Hat mir nicht gefallen Von der Aufmacher her Wir haben ja alles zu sehr Keine Ahnung Geklont Hätte ich beinahe gesagt Ich mag diese Klonen Games nicht Obwohl ich es ja Wenn sie was eigenes hätten Wäre das ja schon cool Aber So nicht So nicht War auch nur kurz drin Und da reichte mir Der Voice Das gibt Voice Chat dort Oh my god Das ist ja natürlich Noch mehr Fötaler Oder so In letzter Zeit Treffe ich Auffällig oft Italiener In As By Rainbow Six Siege Und da Forme Franzosen Italiener Und Franzosen Interessant Es verwundert mich Jetzt aber so ein bisschen Ah lass mich runter Ja das halbjahr Russen Disco Achso ja Gut ok stimmt Das ist dann schon Ach Mensch lass mich durch Lass mich durch Ich bin ein Fuchs der ist ein bisschen eilig hat Ich schwöre so ein Kick zu Äh Der ist ein bisschen eilig hat Tatsächlich Meins Aber es gibt ja Keine Ahnung Es gibt ja so viele Äh Keine Ahnung Games wo Russen da irgendwie dominieren Keine Ahnung Und da irgendwie Meinen sie sind ja voll die fetten Crows Und irgendwelchen Gründen können sie einfach nicht zocken Keine Ahnung Aus so irgendwelchen Gründen können sie es nicht Diese komischen Wodka Trinker können es einfach irgendwie nicht schaffen Ich weiß nicht warum Ich meine WTF Ich weiß einfach nicht wieso die so schlecht sind Und dann der Meinung sind sie sind voll insgeil So keine Ahnung Ja Ich Ich carry I carry Team Und so Keine Ahnung Franzosen sind gar nicht so wunderlich Ubisoft Paris hat das meiste am Spiel gemacht Achso ja gut Dann Ist klar Obwohl ich guck hier Ich spiel ja auch nicht Äh Deutsche Games oder sowas Gibt es überhaupt deutsche Games Fällt mir gerade dazu ein Obwohl doch Es gibt ein paar Indie Games die deutsch sind Ja das gibt's Gibt's einen großen deutschen Entwickler? Ich bin gerade jetzt so gar nicht Äh Kommen wir jetzt gar nicht so rein Also fällt mir jetzt überhaupt nichts ein So wirklich Ein großer deutscher Videospielentwickler Wie ist jetzt Äh Vor kurzem habe ich was gelesen So keine Ahnung Dass so ein österreichischer Äh Millionär Äh Will jetzt den Leuten angeblich Äh Helfen Viel Geld zu verdienen Indem man da So eine komische So eine komische App spielt Äh Das ist irgendein Äh Glücksspiel Gedöns Also Da Ich glaub Irgendwas mit Aladdin's Treasure Heißt das glaube ich Da kann man dann glaube ich Äh Soll man angeblich Extrem viel Geld verdienen können Angeblich Wenn man das halt spielt Weil man Ich denke es ist Übel verarsche Ich denke es ist eine übel verarsche Ähm Wo man halt Äh Wo man halt Die sich dieses Game runterlädt Dann äh Angeblich 10 Nur 10 Euro beweisen muss Damit man dann halt Irgendwie zeigt das Oder verifiziert Dass man halt Äh Erwachsen ist Und äh Dann kann man halt Irgendwie so 70 Äh Free Spins Sag ich mal Und diese Free Spins Werden dann halt Direkt ausgezahlt Äh Wenn man da halt was gewinnt Bei diesen Das sind irgendwie so Slot Machine Dinger Und sowas Und da denke ich mir Also ich glaub's nicht Ob wir dann auch so Ein paar Leute da Geschrieben haben Oh ich hab schon 9000 Euro gewonnen Oh ich hab schon 2000 Euro Über 2000 Euro gewonnen Bla Und da denke ich mir Okay gut Wie viel habt ihr euch gezahlt Dass ihr das sagt Also ich kann's einfach nicht glauben Ich kann's nicht glauben Angeblich soll's einen auf Äh Hat einer gescreent Dass er da irgendwie 4 Millionen Euro Gewonnen oder sowas Ja Also es ist dann schon Irgendwie komisch Klar kam mit Glücksspiel Viel Geld verdienen Wenn man Glück hat Ja Aber ich glaube nicht Dass der äh Reich geworden ist Indem man den Leuten Millionen an Geld Ausgezahlt hat Das glaube ich nicht Weil der wirkt nämlich Damit Davon wegen Ja man kann jetzt irgendwie Äh Millionär werden In dem man sein scheiß Spiel zockt Das ist ja seine scheiß Äh Glücksspiel App Da denke ich mir Ja okay Das könnte theoretisch machbar sein Theoretisch Aber ich glaube halt nicht Dass das wirklich irgendwie Äh Echt ist Weil ich Ich vertraue diesen Glücksspieldingern nicht Ich hab das Gefühl Die sind alle getürgt Und vor allem bei denen Äh Die Diesen ganzen virtuellen Dingern Da glaube ich sowieso nicht Dass die wirklich gewinnen Oder dass man da wirklich gewinnen kann Ich kann es mir nicht vorstellen Ach ja ich kenn den Scheiß Nicht fett nach Scam Ja äh übel Extrems nach Scam Also äh Ach fuck Warum kann ich nicht ganz verstehen Wo diese Leute herkommen Oh ich hab jetzt schon 9000 Euro gewonnen Oh ich bin jetzt fast Schuldenfrei Da 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 Ja klar Das glaubt auch jeder Das glaubt auch jeder Also wer glaubt den Scheiß bitte Ohne Witz Ich kann es einfach nicht nachvollziehen Das ist so dämlich Auf vielen Ebenen Aber gut Leichtgläubige Menschen Gibt es glaube ich immer Die muss es immer geben Von naja Sonst wäre das Leben Wohl nicht so spannend Und dann ärgern die sich Irgendwann Dass sie halt Glücksspiel süchtig geworden sind Oder so ein Scheißdreck Dabei heißt es doch irgendwie Oder Oh scheiße Ich dachte Ich bilde es mir gerade ein Weil äh War es nicht so Dass jetzt irgendwie Glücksspiel Auf In verschiedenen Ländern Verboten ist Weil Äh Ich weiß nicht wieso Also Es gab ja einen Grund Warum sie halt dieses Glücksspiel Von Pokémon Zum Beispiel Entfernt haben Zum Beispiel Weil da haben sie ja Die Slotmaschines Irgendwann Ab irgendeiner Generation Entfernt Witzigerweise Und äh Angeblich weil es halt Den Kindern süchtig Machen könnte Oder weil man davon Süchtig werden könnte Und dann auf der anderen Schiene hieß es dann wieder Sie haben sie den Pokémon Spiel entfernt Weil ähm Sich die Bestimmungen Für Eine Peggy 0 Oder sowas Hat sich dann irgendwie geändert Ist mir für ein Nuller Rating Hat sich geändert Wenn ein Glücksspiel Irgendwo vorhanden ist Ach komm schon Leute Äh wenn sich Wenn irgendwo ein Glücksspiel drin ist Musste man das Spiel Gleich ab 16 machen Oder sowas Keine Ahnung Habe ich auch Gelesen Keine Ahnung Ob das alles stimmt Die Green Card Lotterie Ist die einzig Wichtige Was Green Card Keine Ahnung Habe ich nie gespielt Ich spiele kein Lotto Wenn ich Wenn ich Der Meinung bin Lotto spielen zu müssen Dann kann ich mein Geld Ja eigentlich auch gleich Irgendwie verschenken Oder irgendwie Keine Ahnung Im Tierhaus spenden Oder sowas Keine Ahnung Irgendwas wertvolles Habe ich damit machen Oder irgendwas richtig Gutes Ah ich habe einen Fehler gemacht Scheiße Ich hätte nicht Ich hätte nicht zu Supertels werden Dürfen Das war ein Fehler Der ist nämlich einfacher Ohne Superform Tatsächlich Aber gut Muss ich halt warten Ich will nicht warten Da die schlechte Karte Hat eigentlich Irgendwie schon Das South Park Game Gespielt Das neue Jetzt ja Irgendwie Gern auch mal gespielt Angeblich kann man es Im Video Game Store Eintaus Oder so Aber irgendwie glaube ich Das nicht 1 2 3 4 1 2 3 4 Mit einer Green Card Du darfst in Amerika leben Und arbeiten Was will ich in Amerika Ich darf da wahrscheinlich Sowieso nicht hin Also wie ich So wie ich mein Glück kenne Was heißt Glück Es ist mir scheißegal Ob ich in Amerika leben darf Oder nicht Also ich muss es nicht Sagen wir es mal so Ich muss es nicht Weil Ich darf es wahrscheinlich auch nicht Weil ich habe schon ein paar Äußerungen Über Amerika gemacht Die Amerikaner nicht so gut finden würden Wahrscheinlich Und ja Wenn man irgendwie Amerika Nicht so geil findet Oder nicht so geil findet Wie die Dann kann man ja schon Ab und zu mal Beim Bahnhof Oder beim Flughafen Äh Ja Abgefangen werden Und dann wird man gleich mitgenommen So von wegen Ja was wollen sie hier Sie sind doch bestimmt Terrorist Bla Hast nicht gesehen Japan Oh Gerte vergaut Ja Japan wäre schon mal Ne neise Sache Mal sagen Japan wäre schon Ne neise Sache Dann würde ich sogar gerne mal Irgendwie so für ein Jahr Oder so leben Weil einfach nur auch Um die Kultur kennenzulernen Und auch einfach mal Um die Sprache zu lernen Und sowas Das soll ja eigentlich Wesentlich einfacher sein Wenn man in dem Land lebt Weil gerade kann ich Nicht wirklich viel Also fast gar nichts Also lesen kann ich sowieso nicht Also lesen kann ich Vergesst Komplett Deswegen Wird mir Sonic Forces Auch sehr sehr schwer Für mich sein glaube ich Aber Ich denke mir so Ja es ist nur Es ist nur ein Sonic Game So schwer kann das nicht sein Aber ich kann wenigstens schon mal Ein paar Sachen verstehen Wenn sie reden Wenigstens kann ich das schon mal Aber nicht viel Nicht viel Tatsächlich Nicht sonderlich viel Ist halt manchmal so der Standard Kram würde ich sagen Ich würde höchstens in Japan Ein bisschen trainieren Ja trainieren wir auch Eine coole Sache Obwohl man nimmt In Japan sowieso eher ab Weil dort das Essen Einfach wesentlich Fett Loser ist Sag ich jetzt mal Außerdem essen die ja so oft Reis und sowas Da ist ja schon Irgendwie was wahres Ach komm schon Ich bin da hoch Verdammt Danke Okay das hat sich jetzt Nicht wirklich gelohnt Aber ja trainieren Würde ich Ich würde auch gerne mal Zu so einem Japanischen Sensei Oder sowas gehen So keine Ahnung So ein Nen Jutsu Meister Oder so ein Scheißdrück Der mir dann irgendwie So ein paar Tricks beibringt Und so Wäre schon witzig Würde ich natürlich auch gerne machen Aber es sind alles Dinge Die nie passieren werden Denke ich mal Also ich kann es mir nicht vorstellen Also ich kriege irgendwann mal So ein Keine Ahnung Oder Sega kommt irgendwann mal Auf die Idee Jemanden einzustellen Der wirklich was übersetzen will Anstatt immer nur Keine Ahnung Anstatt einfach nur Eine neue Story zu schreiben Für Sonic Wenn sie der Meinung sind Sie wollen das mal richtig übersetzen Oder so Dann wäre ich dabei Würde ich sogar Für Japanisch lernen Und dem sagen Hier Ich mach euch das Meinetwegen auch für weniger Als der andere Heini Der es vorher gemacht hat Aber ja Das ist Es ist Japan Japan Das landte aufgehend in Sonne Obwohl das einzige Wo man über Japan aufpassen muss Ist die Yakuza Aber solange man keinen Dreck Am stacken hat Oder so Obwohl ich glaube die Yakuza Ist eh schon runtergegangen Solange man nicht mit den Auf die eingeht Und solange man die in Ruhe lässt Und solange man da irgendwie nicht Äh Obwohl die Yakuza ist glaube ich Eh nur in Sotenbori glaube ich Obwohl ich Ich glaube die Könnten theoretisch Kannst die Japan kontrollieren Glaube ich Bin mir gar nicht sicher Ich habe immer so ein riesiges Untergrundnetzwerk Und so eine scheiße Aber die Aufnahmekriterien Sind unglaublich 500 japanische Kniebeugen Muss jeder können Ich dachte mir nur So what the heck Osterdiener hör auf Lärm zu machen Für immer mal Was sind denn 500 japanische Kniebeugen Japanische Kniebeugen Die sind anders Als unsere Oder was Oh cool Ich bin bald mit Tails durch Das ist so ziemlich Das letzte Level Ah komm Ich muss halt nur noch Dieses scheiß Level Die letzten zwei Level Muss ich jetzt noch schaffen Dann bin ich hier durch Mit Tails Story Dann kommt nur noch Die Knuckles Story Und dann ist es 100% geschafft Und das schaffe ich heute Denke ich mal auch noch Also ohne Probleme Ohne Umschweife Ich habe vorhin mal wieder Mein tolles Klugscheiß aus Sonic Wissen zum Besten gegeben Ich sollte das Ich sollte sowas lassen Ich sollte sowas lassen Das ist nicht nett Also ich weiß nur Dass man in Japan Nur aufgenommen wird Wenn man einen Job hat Ja das sowieso Ich glaube in Japan Da gab es ja mal Diese komische Karte Oder dieses komische Komischen Ausweis Oder sowas Die man da haben musste Um halt Tatsächlich Ähm Ich sag mal Damit man erkannt wird Dass man Ausländer ist Könnte man sagen Und ich glaube Das haben sie aber Wieder abgeschafft Soweit ich weiß Es wurde wieder abgeschafft Und es hat ein bisschen Einfacher ist Für Ausländer Dort Fuß zu fassen Also sowas haben sie auch Breiter Stand Breiterer Stand Etwas tiefer beugen Und mit Gewichten Oha Davon 500 Das ist immer mutig Ja Japaner So ein bisschen Heftiger Aber die Japaner Sind auch nur Menschen Wie du und ich Sag ich jetzt mal Also die leben ja auch nur ihr Leben Sag ich mal Manche halt ein bisschen verrückter Manche sind halt irgendwie Recht normal Manche machen ihre Tätigkeiten Manche sind halt Auch YouTuber Oder sowas Es gibt glaube ich Tatsächlich einen bekannten Japanischen YouTuber Der geht sogar Auf Conventions Und sowas Und wird da echt Wie ein Held Teilweise gefeiert Das ist so ein bisschen Wie ein japanischer Gronkh Glaube ich Nur dass der tatsächlich Geilen Kram macht Das macht Das eigentlich Geilen Kram Der macht nicht So ein scheiß Wie Gronkh Also ich habe mir Da mal was angeguckt Das sah schon geil aus Also macht halt Reviews Von irgendwelchen Bullshit Also da war es Wirklich Bullshit So richtig Typischer Japanischer Kram Wie zum Beispiel So ein Handy Halter Für eine Für die Badewanne Und so ein scheiß Dreck Also Richtig lustig Das ist richtig Richtig lustig Wenn man sich in Stellen Und Ja Er hat natürlich auch Ein Gaming Kanal Aber Das ist halt alles Was hat glaube ich Mein Kraft Macht er glaube ich auch Keine Ahnung Wieso Die Japaner stehen Auf mein Kraft Aber er macht wirklich Geilen Kram Also er macht wirklich Garen Kram Wird ich konstruktiven Kram Und so Nicht irgendein Gronkh Kram Wie ich immer sage Also ja Japaner sind halt Doch ein bisschen Anders glaube ich Die sehen das aber Auch im Allgemeinen Mit dem Videospielen Und so von wegen Videogames Ist eine Arbeit Und sowas Das sehen die zum Beispiel Auch ganz anders Also Die sind da Ein bisschen weiter Fortgeschritten Selina Hallo Katze Hau ab vom Fan Sorry Leute Ich hab gleich Ich dreh gleich durch Hey Will you mine Man Ich will mich immer Ein bisschen beeilen Gerade Die haben auch Die wunderschöne Philosophie Wenn du nicht Echt kämpfen kannst Dann Kannst du auch Nicht show kämpfen Ich würde die Schule Dort nicht überleben Äh gut Das ist normal Ich meine Da haben sie ja auch Irgendwo recht Ich meine Das stimmt ja auch Irgendwo Ja klar Show kämpfen Ist natürlich Was anderes Als echt kämpfen Aber echt kämpfen Muss man doch auch können Was das angeht Denke ich mal So sehe ich das Zumindest Das ist dann eigentlich Eine ganz gute Philosophie eigentlich Aber die Japaner Haben ja auch noch Andere Philosophie Die haben ja nicht nur sowas Aber die alte Volksweisheit Oder sowas Oder Volksmund Dass man Wenn man so eine Glückskatze hat Wie wir die haben Also so eine Schildplatzkatze Dass man dann Dass das Haus Dann gesegnet ist In so einem Blödsinn Also ja Was halt Blödsinn Also Kann ja sein Das hat ja auch nichts Mit Religion zu tun Oder sowas Das ist einfach nur So von wegen Ja passiert gut ist Sozusagen Ist dann eigentlich schon Recht schöner Äh Recht schöne Philosophie Oder recht schöner Äh Volksmund Hätte ich beinah gesagt Ach Mensch bin ich dann bald Mal beim Ziel Hier Ja danke Ich würde hier gerne Ähm Bald mal eine Pause machen Bevor ich die Knuckle Story Anfange Das wäre mir auch mal Ganz schön Aber dazu muss ich halt Erst noch durchkommen Ich möchte halt Wie ich so durchkommen Hier Jetzt sollte nicht Allzu lange dauern Wirklich nicht Sechseinhalb Stunden Spätbär Aber im Grunde Also das was ich bisher mitbekommen Aber sind ja Japaner Eigentlich auch nur Menschen Also Die sind ja jetzt nicht Irgendwie anders Oder so Das ist ja Blödsinn Die sind Leben auch nur ihr Leben Mach auch nur ihren Scheiß Und so weiter Nicht großartig Anders als wir eigentlich Ja klar Die haben ein paar andere Sitten Und so was Wie zum Beispiel Das ist bei den japanischen Weibern so da Äh Drauf Äh Dass sie so drauf sind Dass sie halt Äh Wenn sie auf Eine stehen Dass sie dann ihr Handgelenk Zeigen oder sowas Also zum Bleistift Ist jetzt zum Beispiel Auch so ein So ein So ein So ein Japaner Ding Können man sagen Also ist so ein Ist so ein Japsen Ding Ich weiß nicht warum sie es machen Aber So sind sie halt Ich fühle mich grad so langsam Aus irgendwelchen Gründen Ich weiß nicht warum ich mich grad übelst langsam Aber die sind eh halt Die sind da Haben halt ein bisschen anders Anderen Brauch ne Bei denen wird glaube ich Fremdgehen auch nicht so Krass Ernst genommen oder sowas Also das ist nicht so Äh So schlimm bei denen teilweise Wenn man da irgendwie als Kerl Halt Weiß nicht Ne Nutte sucht oder sowas Also Vor allem weil es ja irgendwie Ich weiß nicht Ich weiß nicht warum Also ich weiß nicht warum Das bei denen so anders gesehen wird Ich glaub das liegt halt einfach wie gesagt daran Andere Länder andere Sitten und sowas Und das war jetzt noch beschissener Das war jetzt meine Kacksitte Gott Aber ja sie sind halt anders drauf Ah fuck Mensch Ja jetzt gerade machst du mich arm Ehrlich Gerade machst du mich wirklich arm Ich glaub nicht Vor allem weil ich dieses scheiß level eh nicht leiden kann Ich mag dieses level Das ist ein bisschen meine Hasslevels Wirklich Äh Jo Deswegen sieht auch japanisches Wrestling Westlicher Westlicher Echter aus Als vom Rest der Welt Die Frauen sind in Japan Auch nicht gleich wert Wie Männer Also das ist schwer zu sagen Also Ich würde nicht sagen Die japaner sind Die japanischen Frauen Sind weniger wert Das ist ja Nicht ganz richtig Also Viele japaner sehen das schon so Dass man die frau mit respekt behandeln muss Und all so ein kram Also so ist es nicht Also das ist jetzt natürlich Vielleicht eine fehlinformation Aber Ich glaube es ist einfach so Dass die Das für die japaner halt Es am wichtigsten ist Dass die familie halt zusammenhält Also da ist es halt den Frauen in dem Falle dann scheißegal Was dann halt Was der Mann dann halt macht Ob er sich nur Aber nun Irgendwie eine nutte sucht Oder sonst irgendwas Oder sich irgendwo anders erfreut Äh Ist dann den meisten Dann doch irgendwie Ich drehe hier gleich durch Ist dann den meisten Frauen Aus irgendwelchen Gründen Halt egal Es hat nichts mit Wesentlich Darko Da habe ich etwas Ist etwas anders gehört Von den zwei japanischen Trainern Okay gut Ja die müssen es ja wissen Die müssen es ja wissen Also Wie gesagt Es kann ja sein Dass ich mich da irgendwie verhört habe Also Wie gesagt Die Japaner müssen es ja wissen Ne Also Ich weiß es ja wie gesagt Ich habe ja nie dort gelebt Ich habe mich dort nie aufgehalten Deswegen Ja natürlich Kann ich Natürlich auch falsch liegen Aber höflich sind sie Höflich sind sie Das wissen wir alle Das sind Kings in Höflichkeit Also ohne Scheiß Aber ich habe ja vor kurzem So ein Video gesehen Von einer japanischen Schule Äh Da wird das Essen Also das Essen Für die Schüler Wirklich frisch gekocht Und sowas Also wirklich Urstfrisch Und Äh Die japanischen Kinder Die Helfen dann Beim Aufräumen Und sowas Also Spülen dann auch mit ab Und sowas Stärkt hat Das ist ein sehr hoher Pädagogischer Wert Teilweise Also Finde ich wirklich Ausgezeichnet Sowas könnte man bei uns Eigentlich auch mal einführen Oder so Finde ich Also ich finde sowas Eigentlich immer ganz Ganz gut Wirklich Also Ich weiß Das ist Äh Wird bei uns Dann wird ja rumgeheult So von wegen Ja ist ja wie Kinderarbeit Äh Hast nicht gesehen Aber das ist dann Ja Korrenten Kackerei Ist das doch Kinderarbeit Am Arsch Das ist ja keine Kinderarbeit Wenn die da so ein bisschen Äh Mithelfen Beim Dings Äh Beim Abswaschen Oder sowas Weißt du Das hat doch dann nichts mit Kinderarbeit zu tun Das ist dann einfach nur Dass sie helfen Das ist doch völlig okay So sehe ich das Zumindest Was ich gerade noch sehe Ist dass ich nicht durchkomme Weil ich blöd bin Ah komm Aber ja Japaner sind halt Ich weiß nicht Also Man kann sie mögen Oder man kann sie hassen Das ist halt das Ding Entweder man mögt sie Man hasst sie Weil Es ist halt Wenn sie halt anders sind Sind sie halt anders Man kennt es halt nicht so Wie bei uns Also Klar Es ist halt Land der Der Kampfsportkünstler Wie man gesagt Also sind ja schon Sehr viele Äh Ich sag mal Sehr sehr viele Talentierte Menschen Also wirklich Jung und alt Also Von die alten Sensor Das würde ich nicht unterschätzen Also von wie Die richtig alten Schon Die würde ich nicht unterschätzen Äh Warte mal Wenn ich Meinem Kind Disziplin Und Höflichkeit Beibringe Hat das kein Hat das kein zu jucken Ob das mit Hausarbeit Verbunden ist Ja das stimmt allerdings Aber der Islam befindet sich Dahin geht im Wandel Und ist sehr schnell Fortschriftlich Haben die muslimischen Längst überholt Bei dem Thema Die muslimen Die muslimen Die muslimen Die sind doch überhaupt Nicht fortschrittlich Die muslimen Die sind doch noch Im mittelalter Die haben ja noch Die haben ja noch Die sind doch Die mit ihrem Sultan Die sind doch da irgendwie Keine Ahnung Und die sind doch da irgendwie Was weiß ich Total Hinterweltlerisch Schon an manchen Stellen Also wirklich Die sind doch da wirklich So weit zurückgeschritten Also Naja das geht gar nicht An manchen Stellen Ist das einfach Was die muslimen angeht Nicht wirklich Ja weit fortgeschritten Vor allem weil die in Japan Ja auch der Meinung sind Was Religion angeht Da soll jeder Das ausleben Was er will Und da ist es denen auch Scheiß egal Was sie sind Und in Japan Kümmert sich meistens Jeder um sich selbst Und mischt sich nicht In andere Angelegenheiten ein Klar Wenn irgendwie Probleme entstehen Dann helfen die sich Gegenseitig Einfach so Auch ohne dass Sie da Verdammt Meine Superform ist weg Schon wieder dieser Fucking Bug Die Buggen Voll rum Ja Okay Schönes Ding Ich muss ihn halt ohne Super Tales besiegen Final Wars mit Tales Final Wars mit Tales Ist ein bisschen Anstrengend Wenn ich halt keine Superform habe Ist das wirklich sehr sehr anstrengend Vor allem weil ich ihn Nur indirekt treffen kann Also Komm Los nicht Ah ja komm Mit einem eiskalten Händchen Ja Also Ich persönlich Find's halt Wie gesagt Das ist halt Irgendwie alles Ja Japan Ist halt Japan Davon konnte ich ihn da jetzt nicht treffen Hätte ich ihn locker treffen Bin eigentlich Ach Mensch Ich will nur einmal treffen Kann In Japan Ist Oh meinst Meine scheiß Dings Hoppala In Japan Also die eigene Kultur Aber am Ende Wichtigsten gehört sich auch so Ja Das ist eben Das ist das was ich meine Da können wir eigentlich noch einiges von denen lernen Können man sagen Ich weiß gar nicht Ob ich ihn ausweichen kann Kann ich nicht Glaube ich Ja Deren Land Deren Sitten So ist es eigentlich Auch Man hat sich da auch anzupassen Die Japaner müssen Wissen was sie tun Was das angeht Also was Ausländer angeht Da muss man sich dann Wenn man da tatsächlich wohnen möchte Muss man sich da schon sehr beweisen Das ist eigentlich auch vernünftig Finde ich persönlich Also ich finde das An sich sehr vernünftig Muss man wirklich Kann man nicht anders sagen Komm schon Lass mich jetzt hier raus Ohne Regenjagd Danke du blöd Arschloch Okay gut Ich muss mich ein bisschen konzentrieren Weil das gerade sehr sehr scheiße war Okay cool Tut Man sollte sich als Einwohner An das Land anpassen Nicht umgekehrt Ja Da sind wir Aber wirklich ein bisschen Sehr spät dran Irgendwie Na ja Für die meisten ist es so Weil es sich hier einfacher leben lässt Und weil sie sich dann Weil sie der Meinung sind Ja Hier kann ich den Leuten Meine Meine Kultur aufzwingen Das ist voll cool Und so Also ja Natürlich bleibt man dann hier Meine Güte Das geht aber auch nur hier Witzigerweise Also Ach Mensch Kommt noch nicht weg Klar privat kann ich Du musst nicht will Ja eben Privat kannst Kann jeder machen Was er will Ist einfach so Meine zwei japanischen Trainer Haben sich sogar für drei Tage Urlaub Hier angepasst Upsala Moment Ich schaue es mir gerade an Angepasst Und sich diese Lederhosen gekauft Und ging damit herum Okay cool Ja gut Aber Lederhosen Das trägt ja jetzt Nicht jeder Österreicher Muss man jetzt dazu sagen Naja also Nicht jeder Österreicher Der jetzt In Österreich lebt Oder whatever Trägt halt Trägt halt Lederhosen Das ist ja Eigentlich im Grunde Eine Fehlinformation Könnte man sagen Also Ist ja schon ein bisschen ertrieben Gib mir das Oh mein Gott Oh ja super Ach Mensch Komm schon Alter Nein Das ist es nicht dein Ernst Wie einfach mal Mein scheiß Ring In der alternativen Dimension Hängen bleibt Wie ich das hasse Ach komm schon Ah danke Das war's Zeigt den Japanern Aber nicht die Zuckerwörter Die haben das verschlungen Als gäbe es kein Morgen Ehrlich Naja gut Die kennen sich halt aus Ne Naja gut Sagen wir es mal so Die haben ja ganz andere Süßigkeiten Als wir Ne Muss ja so sehen Okay So das war Tale Story Gleich gibt es noch Die Knuckles Story Die ist ein klein wenig anders Aber sollte ich auch schnell durchkriegen Gut Das war wie gesagt Tale Story Ich ähm Skippe die Cuts Äh die Die Dings Die Ending Credits Ähm Wieder kurz Eine kleine Pause einlegen Und ähm Dann geht es hier mit ihmchen weiter In diesem Sinne würde ich sagen Bis gleich 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 Musik 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 guitar solo 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 wieso aber dass ich den nicht gekriegt habe er regt mich ein bisschen auf die special stage war das wo der abgespeedet ist teilweise wo er einfach nur dieses scheiß ufo einfach nur extrem unfair ist nach gott ich hasse es manchmal manchmal mag ich dieses special stages nicht aber sie kommen meiner meinung nach ähnlich an die eine rand von sonyx die finde ich obwohl sie schon cool ist es ist schon cool aber kommt deutlich dran er hat wird zwar einen beitrag verfasst in dem er den fans sagte was geht und nicht geht fotos nur bei absprache und weg von den kindern bleiben wir das sowieso er weiß ja nicht wie man da auf kinder da irgendwie was macht das finde ich dann sowieso übertrieben sie sagen du hast du nicht ja sowieso schon übertrieben aber da der es gepostet hat wir gehe ich mal ganz davon aus dass die nicht aufhören denke ich mal wenn du menschen irgendwas sagst was sie nicht tun sollen dann tun sie definitiv das gegenteil davon die menschen lieben es einfach nur irgendeinen scheiß zu machen oder das gegenteil von dem zu tun was man ihm sagt ist mir auch schon oft passiert ich sag den meisten menschen mal hey interessiert mich deine meinung nein weckt mich und die leute bei mir wort trotzdem ihre meinung irgendwie auf zwingen teilweise ist auch so eine sache wo ich sagen muss ja die tun definitiv das genau das gegenteil aus irgendwelchen gründen sind menschen so drauf keine ahnung wieso keine ahnung wieso okay schon der ist der erste entgegnet von der studio position der ist ziemlich einfach ja aber ich weiß nicht also keine ahnung jeder mensch sollte wirklich entscheiden können was er tut was nicht deswegen sind wir ja auch erwachsene menschen die meisten zumindest viele nicht die schauen ja aus twitch vorher nicht hey meine meinung ist dass sonic tolles muss das kapper symbol sein wenn jemand kapper sagt weiß ich ganz genau was das bedeutet hahaha ich mag sonic auch aber nicht den westlichen ich mag nur den japanischen der westliche ist kacka der englische ist shit und der äh andere ist auch noch mal shit der deutsche der hat auch noch mal so eine eigene shittigkeit hätte ich beinahe gesagt ne aber das ist irgendwie ganz komisch weiß nicht ich hasse es wenn wir da irgendwie so keine ahnung 5 millionen sonics haben und irgendwie jeder mag einen anderen und dann ist das irgendwie ganz komisch dann finden die leute das extrem witzig dass sie sich irgendwie ein lager aufteilen oder sowas sowas finde ich nicht gut sowas gehört sich einfach nicht sehr gut jetzt kommt studiopolis sauna 2 da sollte ich glaube ich habe ich da letztens einen chaos damit gekriegt ich weiß es nicht ich weiß es wird wirklich nicht ich glaube nicht ich glaube ich habe keine ahnung wo die hier sind ich habe null ahnung wirklich nicht teilweise bin ich da ein bisschen ich habe die nie wirklich ich habe die nicht direkt gesucht also ja ich habe schon versucht zu suchen aber also am allerersten durchgang aber da bin ich meistens dann eher wow okay cool sah geil aus da habe ich dann meistens versucht die teilweise zufällig schon zu finden an manchen stellen also da war sie ja schon zufall applaus danke für den applaus bitte einmal klatschen klatsch klatsch hier nicht irgendwo was äh noch nicht mein bad ist seit letzter woche genau drei zentimeter gewachsen was nur drei zentimeter bitte hier was das tun für einen komischen badwuchs meiner wächst drei zentimeter an einem tag habe ich das gefühl teilweise also manchmal kriege ich das gefühl mein bad wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und hört mich auf also der wächst fucking schnell keine ahnung wieso kann aber auch daran liegen dass es nur so aussieht aber schnell wächst weil meine haare halt oder meine meine barthaare oder whatever weil die schwarz sind keine ahnung ich kann ja auch damit was zu tun haben nein oh verarscht ihr mich leckt mich los nichts heutzrichtung oder ne war doch richtig ich meine wenn ich meinen bad irgendwie so drei tage oder so nicht rasiert habe dann wächst der schon ziemlich ziemlich doll also ist mir mal aufgefallen bin halt ein babyface ihr habt es übel babyface babyface peter stolz äh da beneide ich dich ich soll sagen beneide ich dich nur scheiß weil ich wär gern babyface also ich rasier mich so oft äh im Gesicht das ist schon nicht mehr normal also ich muss mich mindestens eigentlich jeden Tag rasieren eigentlich damit es halt ein bisschen gut aussieht aber irgendwie äh ja weiß ich auch nicht will mein körper das irgendwie nicht mein körper will einen bart das will mich in meinem körper einen bart aber ich will keinen ich will halt keinen also eigentlich nicht ich werde es für einen cosplay auf jeden fall mal mir ein bart wachsen lassen ja das schon aber da brauche ich nicht lange da brauche ich nicht lange das weiß ich da werde ich nicht wirklich lange brauchen das ist eigentlich ganz gut so an sich das ist der vorteil daran aber sonst ähm ja ist halt irgendwie scheiße finde ich so ein gegner in der studio den ich so von hier nicht treffen kann ich muss den extrem scheiße treffen also den trifft man wirklich ich merke es ist der sehr schwer also es wäre nicht nur ein bisschen nervig dauert alles ein bisschen länger willkommen her da kann ich ihn glaube ich glaube gar nicht treffen in wettermaschine oh mein gott er kommt gerade nicht runter aus gründen ach mensch er ist es auch ein wrestling begriff für eine person die extrem nett ist und immer fair ist nur als info achso ok cool den zu treffen ist so scheiße das ist so scheiße nein also mit knuckles geht es gar nicht mit sonic und tels geht es mit tels ist er am allereinfachsten der ist wirklich so easy ok jetzt könnte ich ihn down kriegen ja sehr gut ach mensch komm runter komm komm beeilung abseilig haben wir nicht Zeit denn wirklich wenig Zeit meine Güte ja mich gerne ein bisschen beeilen das ist schon irgendwie wichtig für mich gerade aber ich würde es gerne irgendwie noch in einem Rutsch irgendwie schaffen naja ne wäre dann der böse Heal was der böse Heal naja hier im Sinne von Stöckelschuh meins zu wohl aber ich hätte dann würde dann eher sagen böse Heal so im Sinne von Healen also Heilung und so das würde ich dann eher sagen aber sie nicht wirklich für sowas geeignet ist glaube ich für einen Wrestling Begriff oder so da würde sie dann wahrscheinlich lieber irgendeine andere Kampfsportart machen oder so aber Wrestling wohl weniger kann ich mir nicht vorstellen dass das irgendwie also das ist was für sie wäre ich stehe hier auf meine Stilettos in den unteren Bereich von Männern zu stechen böse Aader meint sie hat auch eine böse Aader an dem er irgendwie schon wieder hinter den Fernseher will alter ich bringe ihn dahinter ich glaube ich bringe ihn um ich glaube ich bringe diesen Kerl um alter dieser Kater was hat er jetzt was hat er das jetzt für einen Sinn gehabt der du bist so böse Gott ich weiß nicht was er für eine Faszination dahinter sieht dass er da unbedingt hinter muss es bringt ihm nichts es bringt ihm einen Scheiß ach Junge Junge oh okay knapp ich muss noch demnächst ins Splatoon muss ich auch noch ein bisschen Kohle farmen weil ich will unbedingt mal diese Solo Effekte reinhauen wo tatsächlich nur oh shit da war ein Checkpoint gerade da war ein Checkpoint gerade also ich will tatsächlich wenn man das Splatoon diese Solo Effekte reinhauen also zum Beispiel nur neun mal diese diese Speed diese Bewegungsgeschwindigkeit oder neun mal nur den Ult verstärken oder sowas also richtig krasser Schalt sag mal soll ich dir jetzt den Hals nein auch nicht das Pötchen dahin hier ist der Westling Westling Begriff für eine unfaire und böse Person Kevin Owens ist ein Badass Heal diese Leute beleidigen und greifen außenstehende an what okay keine Ahnung ich glaube nicht dass sie sowas machen würde also ich auch nicht ich wäre ich wäre nett glaube ich ich wäre wahrscheinlich wäre mein 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 Name so so keine Ahnung ein der finstere Phantom Dieb oder sowas Dark Phantom Dieb oder so wäre dann so wahrscheinlich meins man das jetzt gerade so wenig Speed habe geht mir grad übel auf den Keks verdammt jetzt habe ich mein Match verloren auch noch gegen uns verdammt Karma wohl ja das ist dein Karma das ist äh hätte es das nicht sagen sollen hätte es das wirklich nicht sagen sollen dann wäre es äh keine Ahnung besser gelaufen wahrscheinlich aber meine Güte ja ich glaube meinti geht schon wieder so ab weil er keine Aufmerksamkeit kriegt gerade er ist so ein Mistbär und so lieb manchmal lieb und ein Mistbär alles gleichzeitig vor allem das ist echt geil okay so der nächste Boss ist mit nackt als verdammt schwer weil ich nicht hochkomme an den der ist mit Sonic und mit Tails einfacher ich muss warten bis ich tatsächlich äh hier ein bisschen Müll angestaut hat damit das dann so ein bisschen höher geht das kann ein bisschen dauern kann ein bisschen dauern aber sollte eigentlich ganz gut klappen los Nibbles gib ihm ich finde das so krass dass sie in äh aber kann ich mich hier ran ich kann mich nicht mal an die Seite ran heften das finde ich auch so krass gerade oh ne scheiße das finde ich ein bisschen heftig gerade also wirklich jetzt kann ich ihn treffen so noch keine Ahnung wie lange Zeit hier meine Güte so geht doch hat Nuckles Nibbles keine Ahnung hat keine Nibbles Nibbles ist dann so von dieser Verarsche da und ich glaube Sonic hat ihn mal in Sonic Boom so genannt also nicht direkt Sonic sondern als äh Eggman und Sonic die Körper vertauscht haben das war total dämlich das war so enddämlich teilweise aber gut das war dämlich weil Nuckles auch selbst dämlich ist denn Boom ist er einfach nur enddumm Batman hat die Bad Nibbles ja die Bad Nibbles hat er sowieso bestimmt er hat auch in seinem Bad Mobil den Bad Goat obwohl er glaube ich der der modern Batman würde ich jetzt ihn einfach mal nennen hat wahrscheinlich keine Bad Goat er denkt sich Gott ist etwas für Versager Alter sowas in der Art tut mir leid wir können nicht ein klein wenig langsamer fahren so das könnte jetzt äh die Special Stage ist eigentlich nicht so schwer eigentlich ähm ich hab eh nicht mehr so viele Specials da sind glaube ich nur noch zwei die mir fehlen das ist jetzt schon die vorletzte also recht easy denke ich also sollte machbar sein alles wenn ich die jetzt halt nicht verkacke oder so was ich nicht tue und auch nicht hoffe dass ich das tue sollte ich die auch locker schaffen hoffentlich ah komm schon ei das war übel scheiße gerade oh mein Gott Knuckles was tust du und hab ihn sehr schön ja einen Chaos Emmelt noch den kriege ich glaube ich sogar tatsächlich in der Stage also kann ich in der Stage sogar noch kriegen wenn ich es so mache wie bei Tails wenn es klappt ähm bin mir noch nicht sicher ob das klappt weil ich mit Knuckles ja nicht fliegen kann deswegen ist das ein bisschen schwierig aber gut ich denke das teigsele ich schon ganz gut also vermute ich mal und wenn ich das hier fertig habe werde ich Sonic Mania erstmal ab Akta legen denke ich und warte dann auf äh Sonic Forces und gucke dann wie das wird und äh ja es regt mich echt auf also es regt mich echt auf dass ich wirklich warten muss wegen Sonic Forces also das hat mich wirklich Ends mitgemacht und Mighty ist hat das Mighty Schnurren ja der hat das Mighty Schnurren sowieso also ich bin echt ein bisschen Ends mit wegen Sonic Forces weil die Japaner dieses Game ja unbedingt weil die sich ja einreden mussten die kriegen das ja später das sollten die ja jetzt unbedingt so geil ich weiß selber nicht warum sie der Meinung waren dass das eine clevere Idee war also ohne Scheiß wer von Sega dachte echt dass das eine gute Idee ist dass die Japaner ahhh dass die Japaner es als letztes kriegen wer von Sega war das seriously das haben sie nur gemacht weil sie wussten dass ich es mir importiere weil sie der Meinung sind die Amerikaner sind der Schmelztiegel von der Welt deswegen müssen sie es auch als erstes kriegen und dann kriegt es Europa und dann kriegt es erst Japan obwohl nein gar nicht wahr Europa und Japan äh Europa und Amerika kriegen es zeitgleich ist das nicht geil nur die Japaner müssen warten und da ich mir die Japs und Fassung ja importiert habe clever wie ich bin äh muss ich natürlich warten oh und da ich es auch bei PlayAsia vorbestellt habe kannst du sowieso nochmal warten Sonic Boom Knuckles ist auch ein wandelnder Testosteronwerk ja übel also ich habe auch das Gefühl gehabt der hat irgendwie ja auf jeden Fall der lag der ich es gibt würde ich sagen ne also das ist äh das ist ein Fakt lag der ich es gibt halt auf jeden Fall ich weiß hier nicht was die sich gedacht haben bei den Knuckles also ohne Scheiß ah das ist nicht euer Ernst hier ist nicht euer Ernst ach komm schon das ist nicht euer Ernst das geht es nicht also geht es nicht aber doch das geht es so dankeschön meine Güte oh mein Gott ich will nur hier hin weil ich weiß dass ich hier hinten glaube ich eine Special Stage kriegen kann wenn ich es richtig mache wenn ich es richtig mache wenn ich es richtig mache gibt aber nicht viel was ich hier falsch machen kann eigentlich äh obwohl doch theoretisch schon theoretisch ich bin nur froh dass der ganze Boom Scheißdreck langsamer sicher vorbei ist ok das ist die letzte yes hat geklappt ok gut jetzt fehlt jetzt nur noch dieser Chaos Emerald und dann bin ich hier fertig dann bin ich fertig mit Nuggles schon fast da muss ich nur noch durchrennen und dann warst du wo ist das Ufo ach da meine Güte habe ich nicht gesehen gerade kurz äh ich ich frage mich gerade ob das so eine gute Idee ist was ich mache aber ja kriege ich schon hin äh die einzige Schwierigkeit die es hier gibt die wirklich schwer ist ist dass es hier äh wirklich wenn man runter wenn man gegen die Wand fährt oder läuft oder whatever dass man tatsächlich dann äh runterfällt weil es hier nur wenig Wände gibt tatsächlich okay es gibt hier nur sehr wenig Wände und na geht doch Junkrat hat in Hotz ne Joker Hommage und er sagt sogar warum denn so ernst ja das ist geil das ist richtig geil wenn ihr wissen wollt wie sich solche Berge bewegen guckt Triple H gegen Goldberg 2013 die Wahrung vollgepumpt ist unter die Hau mit Test so lustig aber ich mag sowas nicht Junkrat Best ja Junkrat ist cool ja es kann Nuggles und Super Nuggles werden und ist rosa ja Nuggles Super Nuggles ist rosa weil wegen das ist so deswegen würde er wahrscheinlich auch in den hat er das wahrscheinlich als Modern Nuggles auch verlernt Mighty ist auch so ein Junkrat ja Mighty ist übel Mighty ist schon äh stiftet auch mit Chaos ja das macht er gerne ich denke sie auch ein guter Tag um Chaos zu stiften naja Junkrat hat ja sowieso so ein äh so ein Skin der auf Joker basiert der heißt ja auch äh irgendwas mit Clown heißt der glaube ich irgendwas mit Clown hat er im Titel der Skin und er hat ja auch die Joker Farben witzigerweise deswegen ist Junkrat sowieso in der Hommage an denen das merkt man sowieso es war schon witzig irgendwie ja was kann Super Nuggles eigentlich was kann er außer unverwundbar sein und schneller rennen obwohl so viel schneller rennt er gar nicht naja ich in Sonic 3 konnte er noch so eine Art Earthquake machen könnte man sagen wenn er gegen die Wand geflogen ist aber ich glaube das kann er hier nicht äh er sieht nicht so aus ne er klettert schneller halt ne ok ok nächster Boss in der kleinen Battery Zone ist diese komische Spinnenrobot gedöhnt ein bisschen gescheuert dieses Teil aber gut es ist ja auch von Eggman entworfen natürlich ist es bescheuert und ich kriege ihn grad nicht da rüber oh sagst du mal was ne scheiße hier ist stärker zuschlagen ne er kann ja nicht zuschlagen da ist ja das Problem er schlägt ja nicht zu er hat keine höheren Angriffswerte oder sowas als die anderen Charaktere er ist genauso stark von den Angriffen her rein theoretisch genauso stark wie die anderen er kann halt nur gleiten ne und gleiten kann er hier schon und klettern kann er auch aber nicht hier tatsächlich nicht also immer bin ich hier bescheuert bin ich hier im falschen Film treffe ich ihn grad überhaupt nicht? das Gefühl ich treffe den Sack nicht den Eiersack hätte ich mal gesagt Eiersack klingt komisch als wenn sie die Verbindung ist ok jetzt bin ich ja wieder normal wenn ich jetzt Becher habe sterbe ich sogar wie das Spiel jetzt gerade eingeredet hat ich äh ah geil geht geht Gott ist das Selina? schreit die da draußen? alter ihr der alte Sack hat meine Eier ja das auch so so Press Garden so ein Act 1 mit Nuggles ist nicht anders als ähm mit Sonic und Tails auch recht einfach ich werde aber hier nicht wie immer nichts Chaos haben wir als Farm oder sowas äh doch Chaos mit Bäuer nicht mehr was sag ich da Bonus Stages äh grad ist schon spät ich bin so müde ich bin so müde ich bin so müde ich will das noch noch hinter mich bringen ja deswegen rush ich jetzt halt durch und äh versuche also schnell wirklich durchzukommen irgendwie mit äh seine besten Freunde sind seine Eier ja sowieso denke ich mir an manchen Menschen auch irgendwie aber das sind dann meistens so die Internet Eier äh aber manchen Menschen sind Internet Eier dann doch so eine Sache wie ja weiß auch nicht hab ich das eigentlich erzählt? hab ich das eigentlich erzählt mit dem einen Heini da? ist dieser komischen äh Gruppe da? darf ich das erzählen? weiß ich gar nicht ob ich das erzählen darf was ich auf der Game City wo ich den Typen da getroffen habe und ich ihm äh hinterhergerufen habe dass er scheiße ist und der halt voll keine Ahnung weggelaufen ist keine Ahnung mit so einer komischen kleinen Kiddie Gruppe die man ja gesagt also ich will jetzt keinen Namen nennen ne weil ich bin nicht so einer aber es gab halt eine Auseinandersetzung mit einem Typen der halt auf meine ganzen äh Beiträge immer gehahat hat auf Facebook und so oder immer das Haaha Emote gemacht und so und äh den hab ich dann äh äh den hab ich dann irgendwann gesperrt äh weil es mir zu blöd wurde also und ja dann hat er hab ich den halt auf der Game City getroffen oder gesehen wollte ihn halt sowieso äh zur Rede stellen was der scheiß soll und sowas und ja natürlich ist er dann halt weggelaufen von hier er ist halt so ein bisschen äh bescheuert das war der Kindergarten eigentlich mal ich bin nicht hoch so eine Stage namens Skygarten mit dem Stage wo du drauf rutschen kannst wäre cool äh rutschen was ist denn für überseuchender Rutschen ich war jedes Mal so ein Kindergarten war das war auch der einzige Typ der auf dem äh auf der Game City ein fucking AniNight Shirt getragen hat da denke ich mir oh du musst aber echt äh es nötig haben denke ich mir an jedes Mal wie kann dieser komische Fettmanns eigentlich auf der äh als Security dort angestellt gewesen sein bei den äh bei den Dings der kann doch nicht mal 5 Meter gerade auslaufen ohne zu schnaufen ohne gleich irgendwie einen halben Herzinfarkt zu kriegen oder so weil er irgendwie äh so krass aus der Puste ist dass er da so denkt der ist irgendwie was anderes also das war irgendwie schon fragwürdig an manchen Stellen wie gesagt ich nenne keine Namen ne aber das war dann schon das ist auch nicht ich mag halt diesen Kindergarten nicht also dass man sich halt so nicht mal mit jemandem auseinandersetzen kann wenn der eine Person wenn der eine Person ein Problem mit jemandem hat und so also das finde ich dann immer ein bisschen sehr unreif an manchen Stellen ja gut so sind sie halt äh diese Stangen aus Sonic äh Sonic Heroes und Sonic Adventure naja es gab einen eine Stage in Sonic Heroes äh ich glaub wenn man nicht Sky Rail äh Rail Canyon war das glaub ich oder Rail irgendwas mit Rail ich glaub Rail Canyon hieß sie wirklich äh da konnte das war wirklich fast ne reine Grind Stage also tatsächlich das war tatsächlich ne reine Grind Stage die war eigentlich ganz okay aber ja es gab auch in Sonic Adventure 2 gab es auch eine Stage äh Sky oh Gott immer mit äh die hieß das ja immer mit Sky Sky Road ne nicht Sky Road äh Sky irgendwas mit Sky Sky Chase war es nicht glaub ich äh wir sind ein Sky Chase das ist wirklich nichts ah Gott jetzt kommt das fällt mir der Name nicht ein ah Sky Road war es glaub ich tatsächlich ich glaub es war Sky Road ja war aber glaub ich ne war aber ne Stage mit Shadow die man also eben mit Shadow geht da war auch sehr viel mit ähm cool ähm hat ähm hat ähm am meisten gegrindet mit Shadow musste man da glaub ich also hat mir immer am meisten Spaß gemacht auch wenn es nie richtig funktioniert hat in Heroes verdammte Scheiße ich wollte das mhm Item noch haben aber okay dann nicht ne Heroes war einfach kein gutes Game muss ich ganz ehrlich sagen Heroes war irgendwie ungut da haben sie geschlafen da haben sie geschlafen Mensch ach Mensch hoch 2 ach ich bin schon ich bin heute schon sehr sehr müde irgendwie sehr sehr kaputt das macht hier gerade ich bin gerade extrem falsch gelaufen ich mach hier gerade übel Fehler ich weiß nicht warum also wahrscheinlich lässt langsam die Konzentration noch ein bisschen nach also ist schon schwer so paar Stunden diesen ganzen Kram zu machen also es ist schon ein bisschen schwer voll für mich voll für mich ah meine Güte meine Güte hab ich nicht gesehen ah man ich voll Idiot aber solange ich nicht ein warum äh raushaue ist alles okay halt ich will da runter Dankeschön genau das wollte ich genau so wollte ich das haben ah weiter 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 es gibt noch ein ah da vorne will ich noch den Ring mitnehmen noch diesen großen Ring mitnehmen und dann bumms obwohl ich die Animation von äh super knuckles verwandlung irgendwie früher ein bisschen cooler fand da sah noch seine Zähne irgendwie ein bisschen spitze aus irgendwie haben sie die ein bisschen äh normaler gemacht keine Ahnung der hatte eigentlich immer so spitze Zähne gehabt der knuckles irgendwie weil sie das anders haben hierbei derseits ah wenn ich lese es gleich ich mach mal kurz hier das äh einfriere Dinge zu holen so ich habe gestern und vorgestern Strat 5 Stunden WWE äh 2K18 gespielt okay ja wenn es dir Spaß macht klar wieso nicht ich kann das verstehen ich spiele ja man ich habe glaube ich als Sonic Mania rauskommt und rausgekommen ist wie am nächsten Tag auch ewig lange gespielt also wirklich ewig und 3 Tage ich habe es halt so lange gespielt bis ich durch hatte ne aber ich hatte glaube ich äh ähm an einem Tag schon sehr viel gehabt sagen wir es mal so also ich hatte an einem Tag wirklich schon sehr sehr viel gehabt von dem Spiel und das war dann ich glaube weil ich weiß nicht also Sonic Mania ist nicht wirklich groß aber deswegen ist es ja auch kein Full Price Titel mal sehen wie es bei Forces sein wird also da bin ich sehr gespannt da bin ich sehr gespannt ich denke nicht dass Forces wirklich lang sein wird kann ich mir nicht vorstellen kann ich mir wirklich nicht vorstellen aber gut es wird sich zeigen okay los geht's nächster Endgegner Dress Garden Akt Akt 2 Endgegner ist dann wieder diese tolle Ninja Robot oder Samurai Robot whatever dort jetzt kommt äh Star Wars Speedway aber wie viel haben wir noch Star Wars Speedway ach ich glaube danach kommt schon Lava Reef ne gar nicht weiter nach der Star Wars Speedway kommt nicht Lava Reef nach der Star Wars Speedway nach der Star Wars Speedway kommt die Orange Saloon dann kommt die Oil Ocean dann kommt äh dann kommt Lava Reef und dann kommt äh Metallic Madness und dann kommt noch die na wie heißt der was heißt der die 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 letzte Stage halt so auch nur weil der diesjährige Ableger gut war beim letzten Time war es eher so maximal bis zwei Stunden okay ja gut ich meine wenn es dir so viel Spaß macht ist das doch eigentlich was Schönes dann hat er ja der Entwickler im Grunde eigentlich genau das erreicht was er erreichen wollte kann man sagen und das ist ja eigentlich dann was Gutes finde ich ich meine für mich sind diese Games nichts muss ich ganz ehrlich sagen ich hatte mal ein WWE Game gehabt glaube ich also mein Bruder hat das glaube ich gehabt es war glaube ich noch auf dem Super Nintendo also so ein ganz altes Teil also wirklich ganz alt aber ich habe es nie kapiert ich habe es nie kapiert bis heute nicht also ich habe diese Games nie kapiert muss ich ganz ehrlich sagen und äh ja wie gesagt mein Bruder hatte halt so ein Teil für für Super Nintendo gehabt und ja ich fand es aber halt bisschen langweilig ist halt nicht jedermanns Sache aber das ist auch okay deswegen kann ich solche Spiele zum Beispiel auch gar nicht testen weil ich einfach nichts damit anfangen kann da muss man dann schon jemanden hin äh stellen der wirklich Ahnung hat und der auch wirklich was äh ja sich damit auskennt sich identifizieren kann und sowas weil das geht sonst nicht es ist sonst irgendwie ein bisschen scheiße aber würde ich würde solche Spiele sowieso niemals irgendwie reviewen oder sagen hier äh bin ich das jetzt gut oder bin ich das schlecht also ich könnte weil ich könnte es nicht sagen ich könnte es sagen und ich rede nicht einfach so Spiele schlecht sag ich jetzt mal also nicht ohne Grund nicht ohne Grund also wenn ich mich jetzt überhaupt nicht auskenne zum Beispiel dann ähm dann fasse ich das halt gar nicht erst an weil ich würde zum Beispiel teilweise gar nicht wissen wer ist wer ist die Person oder wer ist der Wrestler oder whatever hätte ich gar keine Ahnung von deswegen würde mir das überhaupt nichts bringen weil ich kenne die alle nicht obwohl mir schon mal gesagt wurde ich weiß nicht in irgendeinem Stream wurde ich mal gefragt ob ich ein Wrestling mag äh weil ich das angeblich mal irgendwo gesagt habe ich weiß nicht ob also ich ähm hab das glaube ich nie erwähnt das ist wohl irgendwie Verwechslung gewesen keine Ahnung wie ich dazu kam ok diesmal habe ich diesen lustigen Bug nicht beziehungsweise früher waren sie zwar Kate aber auch kompliziert äh sehe immer jedes Jahr Neulinge die mit der Steuerung nicht karklommeln bei den Sportspielen sollte man Moment wenn der hier gleich wieder spawnt oder weg geht oder Ah bei den Sportspielen sollte man schon den Sport mögen gerade weil es ja Simulationen sind deswegen spiele ich kein FIFA gefällt mir gefällt der Sport nicht ja stimmt da hast du wohl erreicht da muss man schon ein bisschen so eine Faszination dahinter finden oder halt wie ich halt sagte man muss sich halt damit identifizieren können das ist halt das wichtigste aber das ist ähm für manche halt wie Person wie mich ich bin nicht so ja ich bin halt ein Läufer ja aber das ist auch alles aber es wird niemals ein Sport ums Laufen geben also ein Sport geben ums Laufen geben also niemals das wäre ja ernst langweilig also muss ich ganz ehrlich sagen also es sei denn man äh animiert da irgendwie so äh extrem auf real basierende Strecken oder sowas und äh keine Ahnung aber das würde ich selbst auch nicht spielen weil warum soll ich sowas spielen wenn ich das lieber selbst äh praktizieren möchte sag ich mal das finde ich dann irgendwie ein bisschen doof außer wenn ich laufen will dann spiele ich Sonic also so game mäßig das ist dann auch äh keine Ahnung ja Sport schon fast oder so gehört ja auch irgendwie dazu glaube ich könnte mal dazu zählen mit sehr viel Fantasie finde ich aber wie gesagt ich interessiere mich für die meisten Sportarten einfach so wirklich null also es ist ein Fakt ich interessiere mich einfach null für die meisten Sportarten deswegen ist das also ich kann wirklich nicht sagen ob ich wirklich mal irgendwie einen Sport mag oder einen Sport wirklich toll finde ja ich habe ein bisschen so fun halber Basketball gespielt früher ganz früher es ist schon ewig her also war auch ganz cool aber würde ich jetzt nicht niemals mir so ein Basketball Game holen oder sowas das würde ich niemals machen weil wie gesagt ich kann damit einfach nichts anfangen mit solchen Spielen und ja ich finde das ist eigentlich auch okay ich meine jeder soll ja was anderes spielen oder soll ja das spielen was er mag und wenn man halt den Sport mag also wirklich sehr sehr mag wirklich Fan davon ist den ganzen Kram auch guckt und so dann ist ähm ja aber ich sag mal so nicht jeder der Fußball mag spielt Fifa ist tatsächlich ein Fakt ich meine Patrick zum Beispiel der mag ja Fußball eigentlich auch aber der äh der spielt kein Fifa der spielt zum Beispiel kein Fifa von daher es ist ja weil Fifa auch teilweise einfach nur schlecht ist also das hat ja auch viel damit zu tun also ich persönlich finde es einfach nur sehr schlecht weil es ist auch Zero Effort sag ich mal also sie copy pasten teilweise eigentlich nur dasselbe Game und ähm ja setzen halt ein paar andere Spieler hinzu oder halt weil wenn jetzt irgendwer in der Mannschaft gewechselt hat oder so ein Kram ja das war es dann im Grunde auch schon aber vom Prinzip her sind die Fifa Games alle gleich also leider ist dann schade für die die wirklich Fußball mögen also die wirklich drauf stehen oder so ach come on das ist ja nicht komm schon roll dich komm schon roll dich roll dich herum Mini Sonic roll dich herum Mensch so hab ich echt ich hab so keinen Bock auf diesen Integra gerade aber ich mach das hier fertig ich hab das I can do this komm roll dich danke so weiter los oh danke ich hab's eilig sehr sehr eilig ich brauch fucking Ringe wenn ich hier Pech habe geht mir hier Super Knuckles aus und dann habe ich äh den Salat äh es wäre nicht sehr schön es wäre auch nicht von Vorteil für mich wenn der jetzt wirklich äh die Ringe nehme ich noch mit es wird knapp es wird sau knapp ich glaube nicht dass ich Super Knuckles behalten werde mhm nein okay sehr knapp aber okay gut was soll's äh mach ich ihn halt ohne Super Form das sollte auch gehen ist im Grunde auch nicht so schwer also ich persönlich finde den jetzt nicht so schwer er ist ein bisschen nervig am Anfang ja ach gottchen ist ja niedlich na wo ist er denn na wo ist er na wo ist er äh die Sportarten ändern sich halt nicht ja das ist das was ich meine äh FIFA ist auch spielerisch einer der schwächsten Simulationen NBA Basketball ist Platzhürsch und das Beste unter denen selbst die Gamester kann keine Reviews machen weil sie null Ahnung haben die Reviews kommen von den Usern ja aber ich merke also manche Menschen in den ich sag mal bei den ganzen Review Seiten die machen trotzdem Reviews obwohl sie keine Ahnung von den Games haben ist mir schon mal aufgefallen also ich weiß nicht ich weiß nicht wieso aber irgendwie ich finde das manche Leute lustig na komm her hallo oh meine Güte das war jetzt knapp war's grad uhrs knapp irgendwie ja gut die Menschen sind halt ich weiß nicht die sind halt irgendwie doof wollen unbedingt alles äh angeblich Reviewen und dann machen sie aber irgendeine Scheiße draus irgendwie keine Ahnung merke ich bei Sonic sehr häufig da machen sie sehr oft irgendeine Scheiße und äh ziehen den Chance mich häufig in den Dreck obwohl es halt teilweise an manchen Stellen sehr unverdient ist an manchen Stellen ist es sehr unverdient aber gut sagen wir es mal so die meisten Sporttitel haben wir zum Beispiel auch keine etwas komplexere Story sagen wir es mal so also das ist ja dann teilweise eher mit äh ja ich weiß nicht ich kann mir schon vorstellen dass es eher arcade lastiger ist als andere Games also die wirklich Story enthalten und sowas also da ist das zum Beispiel auch so eine Sache finde ich da muss man halt differenzieren das ist wichtig ich war halt irgendwie so ein bisschen differenziert und das auch nur ein bisschen äh ich weiß nicht also so ein bisschen auch den richtigen äh Spielern das richtige Spiel sagen wir es mal so nicht irgendwie äh ja ich mach das jetzt weil wegen das wollen wir jetzt machen weil wir sind scheiße so so in der Art also kommt manchmal ziemlich häufig so rüber wenn ich da manche Reviews sehe also ich hab zum Beispiel mal vor als Sonic the Fighters zum Beispiel rauskam auf der Xbox und auf der Playstation äh gab es Leute die haben tatsächlich also gab es so eine Reviewseite die haben gesagt das darf man nicht kaufen also so von wegen wirklich das darf man nicht kaufen das ist schrecklich und so weiße weil es meistens nur weil sie es halt nicht können ah scheiße die Entwickler Konami haben das beste Fußballspiel bis heute rausgebracht PAIS 06 heute ist die Reihe tot Konami hat sich extrem verändern und ihre einst stärkste Marke verkommen lassen also ich glaube ja die stärksten Marken waren so Bomberman äh Castlevania Silent Hill und sowas das waren ja die Metal Gear auch aber da gibt es nirgends mehr was Konami lässt alles sterben es ist leider so also also irgendwie ist Konami übel scheiße geworden im Laufe der Jahre keine Ahnung also ich finde es ja zum Beispiel geil dass sie ja den Castlevania Anime machen zum Beispiel oder dass halt der Castlevania Anime läuft aber ja das macht zum Beispiel das ersetzt kein Spiel zum Beispiel also sehe ich das das ersetzt jetzt zum Beispiel kein Spiel oder so was man jetzt wirklich spielen will was mach ich ja eigentlich gerade ich lenke mich hier gerade total ab ach du scheiße ich will hier doch fertig werden meine Güte ich hab noch ein paar Sounds vor mir und ich muss hier mal langsam vorankommen aber jetzt kann ich wenigstens nicht untersaufen ne PS konnte sich verkaufszehnmäßig mit FIFA messen das meinte ich nur ach so ja ich weiß nicht also ich weiß eh nicht warum FIFA immer und immer wieder gekauft wird das verstehe ich zum ach zum Beispiel nicht also vor allem es wird immer zum Release gekauft ich meine wir waren ja letztens auch beim Video Game Store und äh da hab ich auch gesehen so von wegen äh ja habt ihr noch FIFA und so äh also da dachte ich mir alter und da kam jedes Mal einer rein äh habt ihr noch FIFA? äh habt die FIFA da? äh FIFA 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 Alter ich hätte kotzen können ganz ehrlich also und dann hab ich da mal die die Nintendo Switch Charts angeschaut als FIFA rausgekommen ist war also auf Platz 1 und da denke ich mir das ist ein trauriges trauriger Tag für die Gamer Welt ganz ehrlich wenn so ein scheiß wie FIFA auf Platz 1 ist dann ist das wirklich traurig also Armutszeugnis wirklich Armutszeugnis einfach nur nicht nicht wirklich schön nur bescheuert nur bescheuert und nur gestört also ich weiß nicht Fußball ist halt der beliebteste Sport der ganzen Welt kommt daher naja der ganzen Welt würde ich nicht sagen in Japan ist es Baseball ja Baseball ist in Japan sehr beliebt das stimmt in Japan gibt es diese ganzen ähm diese Baseball Käfige wo du da halt äh reingehst da ein paar für ein paar Bälle so zahlst und dann äh und dann äh kannst du so Ergebnis messen und so ein scheiß Dreck also sowas ich finde die extens geil also und Amerika ist es glaube ich auch Basketball oder ne Football American Football ist es glaube ich da ist es glaube ich in Amerika weil die Amerikaner mögen keinen Fußball die finden Fußball extrem langweilig was ich verstehen kann ich finde es auch langweilig aber ja da ist ja auch der Unterschied wieder da ist ja schon wieder dieser äh ich sag mal ganz stumpf der ähm fuck er hält sich nicht fest er kann sich nicht festhalten deswegen war ich eigentlich Supernuckles genommen weil ich ihn eigentlich benutzen wollte um mich da festzuhalten aber nein okay was soll's aber ja das müsst ihr in vielen Ländern halt anders ne American Football ist nice aber Eishockey auch guck aber nur kanadisches Eishockey das wird sich da wird sich mehr geprügelt bei mir ist das auch nicht egal es geht ja eigentlich ob es sich um die Sportart und nicht darum ich würde sich prügeln aber ja in Kanada ist ja Hockey sehr beliebt tatsächlich ja wir sind halt ein fußballverrücktes Land das ist so das ist in ja in Deutschland ja auch so Deutschland Österreich die sind irgendwie sehr fußballverrückt keine Ahnung wieso ich bin's nicht und da bin ich auch eigentlich ganz froh drüber weil ich ich will ehrlich gesagt diesen Scheißdruck nicht mitmachen und äh ja ach scheiße ach scheiße ach scheiße ach scheiße ach das war ernst doof von mir irgendwie ja wie gesagt ich habe überhaupt keine Ahnung wie das kommt ich meine es ist nicht die ganze Welt Deutschland und Österreich sind nicht die ganze Welt und äh deswegen ja Fußball hat einen großen Anteil klar Fußball hat einen sehr großen Anteil das weiß ich auch ich verstehe es halt nur nicht ne also für mich sind Sportler zum Beispiel auch keine Helden also so wie das manchmal gerne dargestellt wird dass da irgendwie keine Ahnung oh der ist so heldenhaft oh der macht dies und jenes oh der hat wieder da fünfmal Millionen Punkte oder Tore geschossen boah der war voll der Held bla nein das sind für mich keine Helden werden für mich anders definiert definitiv gehört zur Sportart gewisserweise man attackiert den besten Spieler und der ist raus ist eine Strategie Fußball ist auch riesig in Brasilien ja in Brasilien da sind die auch sehr fußballverrückt tatsächlich aber kann ich halt wie gesagt nicht nachvollziehen ich meine ja klar jeder wie er möchte und so alles kein Problem ich bin ja für offenheit und sowas und den ganzen anderen scheiß da bin ich ja auch dafür außer mit dem Tokio cool geht da hat der Spaß mit mir wirklich auf da sage ich zu dem der Person bitte löscht dich also habe ich sogar mal Nostel gemacht tatsächlich ich glaube das habe ich in Nostel sogar tatsächlich mal gemacht da war so ein Typ der hat sich Kaneki genannt halt der Hauptcharakter aus dieser Schwuchtelserie und da habe ich zu dem gesagt Gott wie kann man sich nur wie kann man sich nur so nennen also aber der hat auch vorum geheult bei mir und weiter den selben Joke bei mir zu machen also irgendwie kann man sich nur Kai to Darko nennen weil er weiß nur was ein Kai to ist und er kann natürlich auch nichts mehr also das war so richtig epic fail und so ne also ich liebe es ich liebe es solche Leute zu verarschen ich finde es einfach insgeil es macht einfach nur Spaß ehrlich dass das ist das einzige Trolling was ich akzeptiere ja gut rachen Leute auch manchmal ein bisschen ein bisschen aber der ist schon an welchen Stempel verdient hat ne ok ich lass es ich lass es sonst sonst geht diese geht dieser Stream heute wieder in eine ganz völlig falsche Richtung und das will ich überhaupt nicht mal vermeiden ich will nicht dass das schon wieder in irgendeine Richtung geht die ich irgendwie nicht mehr zurücknehmen kann das wäre ähm ja weiß ich auch nicht ein bisschen scheiße so auf Dauer ja ah man ja warum tut mir die Welt das auch ständig an jedes Mal kommt irgendein anderer Scheiße und die Leute übertreiben immer mehr oh mein Gott ehrlich es kommt immer eine neue Scheiße die immer mehr gestörter wird und irgendwie ähm keine Ahnung wehre ich mich dagegen und dann bin ich scheiße weil ich das nicht gut finde und weil ich den Leuten das sage und ich bin scheiße also ja es kommt drauf an wie man es sagt ha 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 bla 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 ist mir noch egal la ja na jetzt bin doch schon dabei auf mich an zu piepen hallo hallo Marcel da wärs ich möchte gerne da auch hallo ESL Modem hey das geht auch ich kann einfach äh hängen und er wird getroffen das ist gut ah sehr schön hat geklappt ich habe mit Millionen von anderen Fans die Wrestling Eva Marie die Wrestlerin Eva Marie aus der WWE gemobbt das tut mir heute so so ein bisschen leid ja Call of Duty World War 2 hat eine in Australien eine veränderte Story Cutscene habe ich gerade gesehen hat Sensord Gaming hochgeladen ist mir eigentlich egal andererseits die Strike Party hat keine Ahnung hat die irgendwas Schlimmes gemacht dass man die so mobben musste hat sie es verdient es ist kommt immer ganz darauf an ob man es verdient hat ne musst du so sehen da gibt es immer da gibt es immer den Unterschied hat die Person es verdient ja nein vielleicht das ist dann immer das Wichtigste bei sowas muss man immer hinter stehen und nicht einfach nur wahllos irgendwie mobben das muss dann schon wirklich verdient sein bei den Menschen es ist wirklich wichtig auch Nagels jeden den ich mobbe das verdient das äh garantiere ich das äh garantiere ich wirklich weil ich mobbe nicht ohne Grund versäile ich nicht vor allem weil ich ja selbst auch gemobbt wurde früher ja ehrlich ich beschenke äh wen Yuzuki und so eine Blume wird violett so muss das ja so muss das aber meine Güte ich ich habe diese Stage nicht so oft gespielt ich habe die glaube ich erst einmal gespielt deswegen kenne ich mir hier gerade über so null aus irgendwie wie aber das ist gerade entscheidend von mir also wirklich enden scheiße ich fliege einfach mal da lang in der Hoffnung dass ich da oh 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 ich habe gerade glaube ich einen falschen Weg also was heißt einen falschen Weg einen anderen Weg gegangen als ich den eigentlich gehen musste also das musste ich kann mir noch selbst entscheiden welchen Weg ich gehe denn ich sage immer ich gehe meinen Weg und so ich gehe meinen Weg und alle anderen Wege für nach Rom und ich gehe nach Hause so in etwa so wie Cartman das mal gesagt hat so schön komm das geht doch schneller wenn ich das so mache oder wahrscheinlich sie war so extrem schlecht okay und wenn ich lese gleich weiter ich würde gerne hier weiter gehen erstmal ach scheiße okay Moment ich muss hier mal ganz kurz eben hoch das ist das mache ich gerade irgendwie extrem falsch so okay okay danke 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 ja ist gut ist gut ah fuck nein das war scheiße oh mein Gott oh fuck ich glaube ich bin ein normaler Mirage Salon oder ah danke für die Ringe oh mein Gott oh mein Gott ah ich überlege gerade ob das jetzt wirklich clever ist also wenn ich freue kurz ein bisschen näherlaufen aber dann lese ich das gleich ich muss erstmal hier kurz irgendwie durchgehen ich habe Angst dass ich hier gerade einen Fehler mache und dann irgendwie alles noch von vorne machen muss das kann mich auch passieren das will ich nämlich nicht ah was euch schon konnte nicht wrestlen und sprechen vor Publikum wurde aber von der WWE mehrmals zum Champ gemacht da wir halt komplett da sind wir halt komplett ausgerastet ach so ah ok das ist natürlich doof ja war das hier wegen äh Frauengleichstellung vielleicht irgendwie so aus dem Grunde kann ja irgendwie sein dass das ja irgendwie der Grund ist meistens also ich weiß es nicht äh sie wurde vom Live Publikum übelst beleidigt und äh ausgeboot als hier eine andere Wrestlerin unabsichtlich verletzte boah da war was los das glaube ich das glaube ich da war sicher schon krasser Scheißdreck los das war ja schon ein bisschen blöd das ist ja schon ein bisschen blöd weil andere unabsichtlich verletzen ja ich meine war das so unabsichtlich in Anführungszeichen so von wegen das war eigentlich absichtlich oder so ich meine er kann ja auch sein weiß ich nicht ich meine sowas macht man ja nicht vor allem wenn es dann irgendwie so eigentlich nur alles Show ist vor allem die WWE ist ja hauptsächlich Show könnte man ja schon sagen das ist ja eigentlich eher so eine Show äh Bühne so von wegen ja du hast mit meiner Frau geschlafen bla äh hast nicht gesehen so wie in der 1 South Park Folge wo die da auch plötzlich dieses Wrestling gemacht haben und so äh so stelle ich mir dann Wrestling vor könnte man sagen wo dann der eine ankommt ah das ist nicht Wrestling die WWE hat nichts mit Wrestling zu tun also so denke ich das dann teilweise auch tatsächlich ach meine Güte ach meine Güte genau wir sahen diese Frau die alles bekam und dann andere Frauen die nichts bekamen die auch weniger Geld bekamen und weniger Spotlight ach so ja das ist natürlich das ist natürlich sehr frustrierend dann wahrscheinlich also da ist man dann wahrscheinlich als Fan schon sehr frustriert und äh ja will den ganzen Kram dann auch so nicht supporten ne also das kann ich schon verstehen irgendwie man meine Fresse was ist da los also was ist hier gerade los ey dankeschön ich möchte nämlich dann weiter oh fuck oh nicht kann man nicht mehr durch scheiße ok machen wir es halt anders wie gesagt ich will jetzt gehen ok danach kommt glaube ich schon Oil Ocean oh ja ich bin ich bin recht gut gerade dran also ohne scheiß ich bin dann recht gut dran ah die Zeit ist tatsächlich recht gut gerade wie Knuckle Story ohne scheiß also so ist die WWE nicht mehr heute gibt es wundervolle Stories über Freundschaften Liebe und so weiter wie es halt PG heute ok ok ja gut kenne ich mich ja nicht so aus ich weiß ja nicht wie die sind deswegen bin ich der falsche Ansprechpartner was das angeht glaube ich aber ja ok also wer es mag ne also wer es mag klar aber ich bin wie gesagt was das angeht nicht drin ufff oh meine Gülle so Verzeihung das war jetzt gerade also zeittechnisch war es gerade recht gut aber jetzt wird es wirklich ein bisschen schwierig wegen der scheiß ähm verdammten Oil Ocean Zone weil die ist mit Knuckles tatsächlich ja die ist wirklich übel also mit Knuckles habe ich glaube ich die meisten Probleme gehabt weil wegen Gründe und weil er nicht richtig springt teilweise und weil er ein warum äh von mir kommt aber so schlimm ist es noch nicht aber die WWE ist nicht Wrestling da wo ich trainiere ist ist das immer noch so plump recht plump naja gut man sagt ja eh dass die WWE nicht wirklich viel mit Wrestling per se zu tun hat sondern dass das tatsächlich trotz alledem immer noch irgendwie Show ist alles und so also das ist dann wahrscheinlich schon richtig da kommt dann der eine Typ von Southwark an der dann sagt das ist kein Wrestling hier das hier ist Wrestling und dann kommen dann die Fans der WWE und sagen bitte Sir packen sie ihre schwulen Pornos ein also sowas in der Art wahrscheinlich so keine Ahnung finde ich zwar ein bisschen gemein aber ja also ich finde es dann schon ein bisschen hassig weil klar es ist zwar nicht Wrestling und es wird als Wrestling irgendwie äh angetan aber gut ich meine man muss halt selbst schauen ob man da irgendwie das klar besteht ja bestimmt irgendwo im Kleingedruckten oder so dass es halt nicht echt ist oder so denke ich mal oder irgendwo steht es wahrscheinlich denke ich mal also ich kann es mir nicht vorstellen dass sie das einfach so äh aufhören ohne irgendwie eine Ansage zu machen so keine Ahnung das ist jetzt irgendwie Show oder so ein Blödsinn also das kann ich mir nicht vorstellen dass das irgendwie nicht angezeigt würde irgendwer nicht mal bekannt gibt oder so das würde ja auch irgendwie den Image Schaden von der Serie oder von dem ich sag mal von der Organisation aber eigentlich bin ich da gar nicht ganz froh dass ich irgendwie keinen wirklichen Sport habe also das kann ich sagen ich bin da ganz froh aber laufen muss ich jetzt mal warten bis du jetzt irgendwie ich wollte jetzt eigentlich erst wieder in der neuen Wohnung wollte ich dann das wieder eine Laufstrecke raussuchen und schauen dass ich dann auch demnächst mal irgendwie ein paar Winterklamotten kriege und so also Klamotten für den Winter dass ich damit auch laufen kann und so weil da gibt es ja ein paar aber es gibt welche ich hab Sportjacken gesehen die sind ja arschteuer also hab so eine Jacke gesehen so eine Laufjacke die ist glaube ich irgendwie luftdurchlässig oder sowas so ein bisschen hydrodynamisch wie man das bei Spongebob sagen würde ne und äh das ist dann irgendwie so die hat glaube ich 90 Euro gekostet und ich denk mir was für 90 Euro dann krieg ich zwei Spiele oder so locker ne also das muss irgendwie günstiger gehen dachte ich mir dann irgendwie die ganze Zeit aber ja keine Ahne da muss ich halt schauen ob ich da irgendwie beim Hof war oder so mal wieder was kriege oder halb wie es in Deutschland heißt beim Aldi also ich dann mal irgendwie was günstiges ähm zusammenkriege also das ist schon krass gewesen also wirklich was es so teilweise für für Preise gibt es echt heftig für Sportklamotten Sportgemann sind arschteuer ist ja auch teilweise kein Wunder warum die Leute halt keinen Bock haben Sport zu machen weil ja die ganzen Klamotten auch schon so teuer sind und so also kann ich mir dann schon irgendwie äh obwohl es ja immer günstiger Alternativen gibt sag ich jetzt mal also deswegen äh ist das dann schon irgendwie ja weiß ich nicht weil es gibt ja auch ich sollte bei mir bald mal wieder neue Sporthose kaufen will also das ist gerade das wichtigste weil ich gibt es dann seit Jahren ich glaube seitdem ich bei der Bundeswehr bin glaube ich das ist jetzt schon keine Ahnung das ist jetzt kurz äh was ich mich mal überlegen es war scheiße wie lange war ich bei der Bundeswehr also wann wann war ich bei der Bundeswehr 2010 bin ich rausgeworfen worden also rausgeworfen ist falsch gesagt böse gesagt ich bin halt so rausgegangen war halt meine Zeit zu Ende ähm da jetzt jetzt gerade habe ich gerade so schon sieben Jahre her aber ich glaube ich habe die Hose schon seit keine Ahnung 2007 oder so seit 2008 2008 glaube ich musste ich habe bis zu einem gewissen Punkt noch diesen diesen komischen äh Bundeswehrsportanzug getragen weil ich so dachte ja von wegen ja klar mach das mal da hat sich so mein 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 Hirn irgendwie gedacht das wäre eine gute Idee die dann irgendwann rausgefunden haben man geht ihr das ist ein scheiß für einen und dann habe ich mir das Leben dort so gemütlich und wirklich gemacht und habe mir dann noch nicht mehr den Arschstall aufgerissen für die blöden Bastarde leider habe ich gar nicht drauf also eh wirklich äh ok gut ich schweif schon wieder ab ey kurz rum ich brauche neue Sportlamotten so Gott ich habe ich ich kenne das manchmal also ich habe das manchmal ziemlich häufig wenn ich so einen Gedanken habe dann ist das bei mir teilweise so dass ich aus irgendwelchen Gründen so einen zweiten Gedankengang dann irgendwie entwickle der dann irgendwie äh noch ein nächster Gedankengang bildet aus irgendwelchen Gründen und dann kommt dann irgendwie alles zusammen das ist total weird also meine Goethe Peter du schreibst so viel ich weiß grad gar nicht wann ich das lesen soll ich sehe halt nur macht Sports Entertainment ähm die eigentliche bezeichnung als Pro Wrestling früher gab es äh äh gab es weniger Show und wurde realistischer dargestellt äh ich mach ich ich lese gleich weiter äh die WWE stopft leider zu viel Show rein deswegen gucke ich lieber andere Ligen und weniger Show und ich bin grad gestorben weil ich grad gelesen habe äh mit weniger Show drum herum die WWE geht offen damit um dass es Show ist und erwähnt ist immer vor Beginn der Show okay verstehe die WWE war auch schuld dass es rauskam dass alles Show ist äh dafür wird sie heute noch gehasst okay ja verstand ich ich brauch ne Demon Hunter Sporthose ja verstehe ich also mein Ring Outfit kostet knapp 600 Euro wie kannst du so viel Geld für Sportkram ausgeben das ist das ist doch das ist doch hirnrissig oh ja oh ja bitte Alter Nuckles kommt nicht mehr hoch Alter jetzt kommt er wieder hoch meine Fresse ich darf nicht einmal gucken leider ich darf nicht einmal in Chat gucken wenn ich Nuckles hier spiele deswegen hasse ich dieses Level mit Nuckles das ist zum Kotzen ehrlich oh oh das war böse ich darf jetzt nicht getroffen werden geil hier sind kriegen so für 600 Euro mach ich mir eine Cosmo-Rüstung auf Warbler ja voll das rentiert sich glaub ich mehr Alter sowas geht was 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 meine Mutter ich drehe durch ach Mensch obwohl ich könnte theoretisch tatsächlich hier unten bleiben IC 22 Uhr kurz überlegen wie viele Stages kommen dann noch danach kommt noch Lava Reef danach kommt noch ähm mir schon wieder der Ring aus wie mir die Ringe ausgegangen sind danach kommt noch Metallic Madness und dann kommt noch Titanic Monarch wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen länger brauche ich hoffe nicht mein Nuckles ist dieser Eingang ist sau schwer mit Nuckles aus Gründen also wirklich hier ist sau schwimmig mit Nuckles aus Gründen ich weiß gar nicht ob ich den IC schaffe auf gut Deutsch gesagt Baby hat andere Pläne was für Pläne denn kann Baby nicht einmal irgendwie brav sein ach Gott jetzt sind mir die Ringe schon wieder ausgegangen ich flipp aus so wow weh 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 wehchen oder was ah Baby hat aber auch immer irgendwas ja irgendwie ist unser Baby nein nein er war tot er war fucking tot ah er wurde das Knie Herboperz äh Ringer Trikot Long Tikes und Tape Verband mein Gear kann ich halt nicht hier kaufen oh man ja klar natürlich meine Mama mein Gear kann ich halt nicht hier kaufen richtige Boots und war teuer Bailey Boots kostet knapp du brauchst das doch gar nicht alter Nostel Kaugummi oh mein Gott wie Kaugummi hat sich das Game gedacht wie Kaugummi hat sich das Game gedacht wie Kaugummi oh man ich hasse es gerade ich hasse dieses Game Guide aber auch du Nutten Game wie Kaugummi Allah oh nein ist jetzt nicht sein Ernst wieso ist er hat er ihn denn nicht erwischt der war doch noch in der Rolle oh warum das ist aber langsam im Ende Gelände hier scheiß Konzentration die gerade einfach nicht will hey oh ja klar verliere alle Ringe gleich am Anfang des Matches Allah das ist echt genial ohne Scheiß meine Fresse es ist doch wohl ein scheiß Scherz ey ich glaub es einfach nicht wenn ich den Gegner hier habe ist alles ok es ist der schwerste gerade alter Alter ich meine alles kann da drin kann da wohl drin sein auch Partner und Kaugummi oh man wie Kaugummi Allah aber übel wie Kaugummi ja jetzt hau ihn doch alter das geht es nicht vielleicht brauche ich hier es kann nicht sein dass ich das jetzt nicht schaffe oder nein ich will die nicht haben nur sie hat halt so viel zahlen achso ok ja aber das ist doch scheiße wieso soll man so viel Geld bezahlen für so ein paar Stiefel hallo ich bin eigentlich mit dem scheiß Endgegner los was hatten der für ein Problem warum warum das sieht übel komisch aus wenn ich meine Ringe verliere für das kranke Buschi muss das pflegen und lieb haben das kranke Buschi muss gepflegt und geliebt gehabt werden wow 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 what the fuck das ist mir auch noch nie passiert ach du scheiße oh mein Gott Alter das das geht es gerade nicht ey 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 was ist denn hier gerade los what 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 was war das gerade wenn es sitzt liegt es und säuft es an der Medizin aus das Teil was immer an seiner Stange hängt ok was ne Infusion oder das sind besonders gefertigte Stiefel du willst keine Person ins Gesicht treten ohne diese Stiefel ok ja das säuft es auch normalerweise säuft man sowas ja nicht sag mal was seit wann nimmt ihr mich denn da mit also was ist denn mit diesem scheiß Boss los gerade das gibt es doch gerade überhaupt nicht ja normalerweise nicht das macht das viel ja sogar ok meine Fresse noch mal ganz ehrlich dieses dieser Endgegner kotzt mich gerade so dermaßen ab das gibt's hallo Ringe alter irgendwie irgendwie hast mich das Game gerade übel also was ist los ja wir noch 3 leben wenn ich die verschwendet aber je keinen Bock mehr dann kann mich die äh kann mich die 100% mal äh und scheiß dann kann mich die 100% ohne ohne Witz mal marschlecken ey ich weiß gerade einfach nicht was hier was hier schief läuft ich weiß nicht was ich gerade falsch mache ohne Witz dieses verdammte alter was ist denn ich komme da teilweise einfach nicht raus ich weiß nicht wieso alter was ist denn los äh dieser Endgegner ist so fucking scheiße ganz ehrlich jetzt wisst ihr warum es so fucking schwer für mich ist ein Auftritt zu bekommen mir fällt das Geld mir fehlt das Geld meinst du mir fehlt das Geld für die Ausrüstung naja ich weiß nicht warum werde ich getroffen warum werde ich getroffen Gott freue mich hart sehen abgesehen davon dass ich fett bin und keiner mich buken will er buken will ok mir fehlt das Geld für Kostüme mir fehlt das Geld für ich hab keine Ahnung alter schon wie alter das gibt's nicht weil ich hier aus irgendwelchen warum hat Eggman eigentlich grad so unglücklich geguckt als ich gestorben bin what the fuck der hat grad übelst unglücklich geguckt keine Ahnung wieso das war weird buken ist buken ist gleich buken ja ich weiß sei mal doch das ist auch wohl nicht euer Ernte mein voller Ernte anscheinend hier sag mal warum hab ich jetzt grad nicht erwischt ich bin doch drauf gesprungen aus dieses klar auf diesen kleinen Arschloch wie oh er soll sich mit seinem Arschloch bloß und wohin legen und mich dann in Ruhe lassen Gott ist eh das letzte Leben wenn ich das jetzt verkacke dann mach ich dann mach ich Schluss dann mach ich die Schluss heute ja endlich Gott ja ich sag's ja mein Nagels ist am schlimmsten oh man der soll auch die Fresse halten der eine Typ da mit dem ich die YouTube Diskussionen habe ich bringe nicht auf ne Idee auf welche denn ich hab ein Mario Outfit bekommen ja Mario Outfit ist doch super kannst du als Frau auch gut tragen ja kann ich ja ich weiß dass du das kannst aber das sieht als Frau schon scheiße aus irgendwie aber wär das nicht irgendwie bei diesen Wrestling Dinger nicht ensgeiler wenn das jetzt irgendwie wenn jetzt irgendwie so einer in so einem Cosplay oder sowas da mitmachen würde oder sowas so keine Ahnung so richtig ist dass man sieht dass der irgendwie so ein Charakter vertritt oder sowas muss gucken ob man Bailey Boots im BWE-Shop steigern kann ok also mir wär der ganze Kram der ganze Spaß ja viel zu teuer ich mein für so ein bisschen äh ich mein ich kann ja verstehen dass du da eine Karriere machen willst oder sowas aber ich kann irgendwie ich würde auch gerne Karriere als Läufer haben oder sowas wär auch cool aber ich glaube nicht dass ich da irgendwie jemals Erfolg haben würde ich hab die Idee natürlich noch nicht verworfen aber dafür müsste ich viel mehr trainieren eigentlich und das kann ja ich leider saison gebunden bin teilweise ist das echt scheiße und Fitnessstudio kommt nicht in Frage ich geh ja nicht zu anderen Menschen ich will eine Karriere als Cosplayer starten ja und ich will ja auch eine Karriere noch als Twitch Streamer YouTuber vielleicht aber eher Twitch Streamer gerade als YouTuber weil Twitch Streamer ist einfach besser weil YouTube einfach irgendwie in letzter Zeit nur noch scheiße ist und nur noch gestörten Blödsinn macht deswegen halt Twitch Twitch ist grad irgendwie die Superior Summer gibt es nur muss das Cosplay speziell angepasst sein es kostet mehr naja weiß ich nicht nach der Geburt dann wie bei Mami im E-Cosplay ja stimmt das machen wir dann auf jeden Fall und Daddy macht auch irgendwas Daddy ist Daddy ich bräuchte mal wieder ein Leben nicht dass ich hier gleich irgendwie verrecke und sowas und dann hab ich den Salat ey das wäre jetzt end's scheiße das wäre end's scheiße oh Gott IC schaffe ich unter keinen Umständen das weiß ich jetzt schon weil jetzt kommt hier noch diese die Lava Reef muss ich jetzt noch schaffen dann muss ich noch die ähm ähm Metallic Madness schaffen dann noch Titanic Munde naja das dauert ein bisschen leider leider ist die scheiß Lava Reef auch ein bisschen länger die nächsten Stages die hier ist egal aber die sind ein klein wenig länger schon noch so eine halbe Stunde sitzen glaube ich naja ne guck mal ich hab dir einen YouTube Link geschickt und mir geht schon wieder die Stimme weg Alter das ist so mies naja nach fast vier dreiviertel Stunden ist das schon ein bisschen übel obwohl ich es jetzt gerade ganz schnell hier eigentlich nicht mehr machen möchte also ich lasse mich hier gerade übel eigentlich ich lasse mich hier gerade extremst und ja ja das ist grad sehr schwer da auch irgendwie drauf zu reagieren und sich zu konzentrieren vor allem jetzt so nach ein paar Stunden Spielzeit ist das schon schwer wirklich wirklich sehr schwer Boy ist das mad das ist mad das ist sehr mad oder das ist schon ein bisschen sehr mad ach komm auch hin ey ach komm auch hin ey Gohle also Little Mag ja Little Mag ist ja ein Boxster er ist ganz cool eigentlich aber ein Smash war sogar extrem schlecht irgendwie in manchen Stellen war der Sau schlecht also wenn ich wenn ich einen Little Mag Spieler hatte und ich mit Yoshi oder Sonic gespielt habe dann haben die immer aber die haben immer schwarz gesehen aber die sind so down gegangen mhm mhm ah mal Luigi na mhm ok Lava Reef Zone äh 2 ist äh mit Knuckles glaube ich ein bisschen anders mhm obwohl es kann auch sein dass Knuckles nach dieser Lava Reef was ganz anderes hat ich weiß es nicht mehr aber ich glaub noch Titanic Monarch geht er trotzdem ach Gott ich hab's total verdrängt gerade ich hab's so verdrängt dass der was er noch hat für Levels also ich hab's total verdrängt und scheiß keine Ahnung wieso ich bin da irgendwie gerade extrem verwirrt ich bin weil ich Knuckles nur einmal gespielt habe und mir das nicht so wirklich gemerkt habe was der jetzt für Levels hat und wie großartig die sich äh unterscheiden deswegen das war mir einem teilweise auch ein bisschen egal laal ok Leute also bis das ich sie geschafft habe diese tolle Story aber wir haben's ja erfahren ich hab's ja erfahren Sonic wurde ja nicht von der Story getragen sondern von dem Gameplay nein die Story ist ja bei Sonic immer scheißegal Gott ich hasse es wenn Leute so was sagen das könnte ich so kotzt ne weil Story ja immer unwichtig ist in jedem Sonic Game Story so unwichtig ja läuft Alter läuft bei ihm Cosplay Wrestling ist in Japan beliebt und tatsächlich angesehen ja das dachte ich mich schon gab bei der New Japan Super Show ein Cosplay Match war nice das ist bestimmt witzig Mario wird vom Gameplay definiert ja Mario hat wirklich kenne es die großartige Story Prinzessin retten das ist das meiste das ist das ist das ist das ist Gameplay was nicht schlimm ist was nicht schlimm ist ja eben das ist ja auch nicht schlimm aber Sonic hat tatsächlich mehr Tiefgang eigentlich als Mario als Mario was das angeht was jetzt nicht schlimm ist aber naja Mario Story Story ändert sich kaum ja obwohl sie jetzt mit Mario Odyssey theoretisch gesehen die Möglichkeit haben die Story ein bisschen zu verändern ein bisschen größer zu gestalten tatsächlich tatsächlich vielleicht machen sie es ja sogar ich weiß es nicht also wäre jetzt cool wenn sie da jetzt mal oh endlich wieder leben oh mein Gott ich krieg endlich wieder leben get alive Nuggles gib mir Gott lang hä bin ich durft bin ich blöd ich bin doch grad nicht oder ich bin ich muss doch hier lang ach Gottchen wo jetzt geht ja grad der Weg von Nuggles der ich gerade überhaupt nicht weiß wo das ja hier das ist mir nicht richtig deswegen sei ja diese Levels dauern ein bisschen ich hasse sie dafür ich hasse sie wirklich aber ich glaube er hat hier auch einen ganz anderen Endgegner das weiß ich als Sonic oder Tails muss doch gleich das Ende sein Upsala Hallo ich möchte da gern hoch oh mein Gott er lässt mich nicht mehr hoch oh ne ich muss hier lang scheiße ich muss ja andersrum weil alle ausnahmslos alle Japaner die in den Ring gelassen werden gute Wrestler sind die dürfen das erst ach man jetzt bin ich gestorben ich scheiß gelesen habe äh gute Wrestler sind die dürfen das erst noch jahrelang Training ja ich könnte grad kotzen ich könnte grad ich könnte grad ja sicher das ist jetzt nicht euer Ernst Gott wieso bin ich jetzt grade eigentlich gestorben ich hab das jetzt grade überhaupt nicht mitgekriegt so ne scheiße aller ich ja unbedingt mir einbilden musste ich muss das jetzt lesen anstatt einfach mal später zu lesen wenn ich hier äh fertig bin mit dem Scheiß ach Mensch na sicher Geschichte meines Lebens sei kein Super Knuckles für Daku sorry Dago ne ist nicht deine Schuld ich war zu blöd das ist einfach nur zu ähm es später zu machen das waren wir erstmal in Konzentration leider sowieso extrem nachlässt ist das nochmal eine Spur beschießen na ja ich seh es Allah ich seh es übel ah meine Güte ah meine Güte ich komm nicht auf mein Leben klar heute heute komm ich nicht mehr auf mein Leben klar überhaupt nicht aber gut was solls ich versuche halt einfach jetzt noch so weit zu kommen wie es geht also ach bitte lasst mich durch ich weiß auch grade nicht warum ich an der einen Stelle einfach nicht wohl theoretisch könnte er hochkommen dort glaube ich theoretisch theoretisch ist das möglich aber er muss da nicht hoch er muss hier lang jetzt ehrlich aber irgendwie ich weiß auch nicht was hab ich denn hier eigentlich jetzt grad falsch gemacht ich sollte hier gleiten oder ja ich sollte hier gleiten einfach nur äh und da hätte ich hochkleiden müssen ja super und noch jetzt auch schwerer zu spielen ist ja das könnte auch sein ja oh Mensch was ist denn grad los ey also er lässt sich halt anders spielen als jetzt Sonic zum Beispiel oder Tails tatsächlich oh meine Güte es ist äh es ist nicht mehr es ist nicht meine Zeit gerade es ist nicht meine Zeit überhaupt nicht ja was mach ich da was mach ich da da gibt es noch ein Leben und ein scheiß Dings ich glaube total verdrängt irgendwie kann ich nicht einfach von ne kann ich nicht hab ich vorhin schon versucht ja klar bitte häng mich da nicht ran wie so ne weiß nicht ja sicher sicher ich sehe das jetzt hier gerade gar nicht mehr so eng jetzt ohne Scheiß ich sehe das jetzt hier gerade überhaupt nicht mehr so eng und äh gehe hier einfach nur ich gehe warum hält er sich da eigentlich nicht fest was ist los mit ihm was ist gerade los mit ihm ich verstehe das gerade nicht ich verstehe gerade 0 warum er sich da nicht festhält also ohne Witz irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht ich verstehe den ganzen kram wird wirklich nicht ohne Scheiß es ist halt einfach gerade ein bisschen so ich glaube ich bin auch gerade so ein bisschen über diese Aussage schon mit dem Netz also wirklich ordentlich Sonic wird nur durchs Gameplay geprägt zu Sonic Story ist immer egal ja deswegen connectet sie auch mit jedem Blödsinn den plötzigen Scheiß den es da gibt connectet die Force Story wahrscheinlich auch mit Mania und so weiter aber ja das ist nur Gameplay das ist eh scheißegal ist alles wurscht Story ist so kack egal ja ich hab's kapiert ich hasse sowas wenn die Leute sowas sagen irgendwie das macht mich so keine Ahnung da können wir ja alles immer hoch danke schön ach Gottchen ja aber Knuckles Lava Reef geht hier so ein bisschen in diesen Hidden Temple und ähm deswegen ist der diese Zone ein bisschen anders und deswegen ist auch sein Endgegner ein bisschen anders und hier kommen eigentlich auch die Chaos Emeralds rein wo auch die Super Emeralds dann drin sind und deswegen sind die Super Emeralds witzigerweise auch keine und er erinnert sich daran was passiert ist als er das letzte Mal versucht hatte sich an den Master immer dran zu hängen deswegen will er das nicht nochmal wiederholen so irgendwie mal ganz chillig den ja er ist nämlich ein äh Act 2 Boss und nicht der andere Vogel da ich glaub es war Eggman beim Dings beim Sonic und bei Tails obwohl ich nicht verstanden hab warum der Typ fliegen kann wirklich ich weiß nicht warum der Typ fliegen kann das geile ist das ganze Geld was durch äh erst daher der Sachen zusammenkommt wird für die Brustkrebsforschung gespann in diesem Mal okay ist ja nett ja sowas ist nett sowas finde ich immer gut okay so uff zwei Stages noch dann bin ich fertig also zwei indirekt zwei zwei Welten sag ich mal Select Madness und äh die andere da Titanic Monarch kommt jetzt noch und dann bin ich mit Luggles fertig dann habe ich tatsächlich den 100% Run doch noch durchgezogen irgendwie das würde mich echt erfreuen wenn das tatsächlich noch klappt würde aber wie gesagt Knuckles macht mir gern mal irgendwie ein Strich durch die Rechnung ich weiß nicht wieso ich glaub ich hätte mir Knuckles vielleicht als erstes vornehmen sollen als statt als letztes weil Knuckles tatsächlich wirklich also obwohl nee das war eigentlich schon ganz gut was ich gemacht habe weil ich äh ich würde meine Ringe verlieren oder? nein würde ich nicht cool ja wenn ich mit Knuckles als erstes genommen hätte wollte ich ja eigentlich diese Bonus Stages zuerst machen um diese scheiß Goldmedaillen zu kriegen und äh das wäre auch wieder scheiße gewesen weil Knuckles eh schon so lange braucht irgendwie und ähm ja dann auch mal mit den scheiß äh Bonus Stages oh mein Gott ich wär ich wär glaub ich ich weiß nicht ich wär das noch nicht verzweifelt und zwar in vielerlei Hinsichten und ich hätte gern diesen großen Ring da diesen großen tollen Ring der da so wieder so gammelt und hopp 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 ich möchte einfach nur durch diese Stage ist das zu viel verlangt oh ja ist es cool ok ja nicht schlecht ähm das war eigentlich cool irgendwie auf eine Art und Weise ich will ja jetzt gerade mein Spielstil nicht beleidigen aber das war irgendwie cool ich weiß nicht obwohl mein Spielstil ist lässt gerade übelst zu wünschen übrig also ohne Scheiß also ist es jetzt das ist jetzt echt nicht mehr das lustige was lustiges Bally hat ihre getragene Jacke unterschrieben und dann fern geschenkt die WWE fand das nicht lustig die wollten das versteigern ok ja kann ich verstehen dass die das nicht so witzig fanden weil ich meine die müssen ja die wollen ja Profitrust drehen irgendwie keine Ahnung aber hey wenn sie so nett ist und das tatsächlich einem Fan schenkt oder so ist das ja eigentlich eine ganz gute Sache finde ich echt nett eigentlich von hier muss man ja sagen nein ich hatte die 50 Ringe und jetzt habe ich sie nicht mehr weil dieses Scheiß Ding mir alles zerstört ach ja klar 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 natürlich vor allem dass ich mich gerade gefragt was ich mich jetzt gerade schon hier frage ich sag ja dieser Gedankengang das schon wieder einen anderen Gedankengang hegt und das geht immer so weiter ich hasse das das was ich mich da frage irgendwie so ein bisschen ist wenn man sagt ja die Sonic wird von einem Gameplay getragen und so wer will der denn überhaupt wissen wie die Story and Forces ist wir wissen nur so gut wie gar nichts von dem Scheiß Game wir wissen nur dass es verändert ist bei uns wir wissen dass Infinite der der Main Boss ist teilweise wir wissen dass es wieder rückkehrende Bosse gibt wir wissen dass Eggman die Welt zu 99% übernommen hat und das war es dann auch schon und wir wissen dass es einen Widerstand gibt durch Knuckles und Co weil Knuckles weil Sonic wurde besiegt und Knuckles hat dann den Widerstand gegründet und das war es eigentlich schon mehr wissen wir nicht ich weiß nicht wo die Leute das ist immer so so gleich von wegen ja Gameplay ich habe mir einen Fehler gemacht dass ich hier Super Knuckles gar nicht brauche Gott I hate it I hate it wirklich ich hasse es so sehr dieser Boss zieht sich in die Länge ehrlich dieser Boss zieht sich übel weniger lustig ist sie wurde bestraft letzte Woche dafür bei Raw aber sie sagt auf Twitter es ist es ihr wert ja das glaube ich ja gut es ist ja auch eigentlich eine schöne Sache wenn sie tatsächlich für die Fans sowas tut ne also 1 2 3 4 da kommt er 1 2 3 4 da drüben 1 2 3 4 da drüben 1 2 3 und 4 da kommt er und tschüss ach Gott so Antage okay Gott Akt 2 kommt gleich oh Gott noch 3 Level insgesamt dann haben wir es geschafft oh dann sind wir durch ja Nagels geh nicht extra zurück er ist ruhig weiterlaufen können schon ging er extra zurück nochmal an den Punkt wo er eigentlich wo das Level so anfängt und keine Ahnung vielleicht damit die Cutscene getriggert wird oder so okay gut diese Stage ist auch ein bisschen länger tatsächlich schon wieder ungewollt ungewollt mache ich das hier gerade so ein bisschen noch zu Ende ah scheiße Hallo Dennis schön dass du da bist meine Güte hast du das meiste verpasst? hast du schon sehr sehr viel verpasst ich bin ja eigentlich schon ziemlich am Ende also nicht wundern wie geht's dir? also geh bei dir jetzt mache ich mal Smalltalk und so alles mit wie vielen Charts kann man das Spiel durchspielen? und hallo Dennis insgesamt kann man es mit 3 Charakteren durchspielen also theoretisch mit 4 wenn man das so auch zählen möchte Sonic und Tails sind eigenständig Sonic alleine geht auch könnte man auch eigenständig sehen theoretisch dann Tails und Knuckles und das war dann alles oh du kleine Schlammsau ja sorry mir macht nix ist ja nicht so schlimm ist ja nicht so schlimm das war jetzt kein Vorwurf oder so das war jetzt kein Vorwurf ich meine ich meine weil ich wollte jetzt eigentlich noch die Knuckles Story zu Ende machen dann habe ich eigentlich 100% vom Game tatsächlich also dann bin ich tatsächlich fertig mit dem Game komplett zum zweiten Mal übrigens also zum zweiten Mal tatsächlich ich habe eigentlich nur auf der PS4 mir vorgehabt das durchzuspielen zu 100% und dann habe ich dann irgendwie die ich weiß nicht wer mich auf die Idee gebracht hat nochmal 100% zu machen irgendwer hatte glaube ich in irgendeinem Stream gesagt ja 100% waren wäre nice ich glaube das war da hoch war bin mir nicht mehr ganz sicher ich glaube und ja da habe ich irgendwann gesagt ja das mache ich vielleicht irgendwann und dann so zwei Tage später habe ich dann gesagt ja hallo scheiß drauf machst du jetzt also so keine Ahnung so richtig äh zero fucks wow was war das ich war grad verwirrt ich habe grad total den Blackout Schaden gedönst gehabt ich war grad irgendwie weg ich war irgendwie übel weg gerade also jetzt ohne scheiß das war jetzt nicht mehr war nicht mehr netz gerade das war übelst unnetz oh my god oh my god ach ja komm bitte bitte ich bin auch also ich bin jetzt hier schon glaube ich fast vier Stunden dran also ohne Witz das ist jetzt äh gerade so die übelste äh zerreißprobe für mich also ohne scheiß das ist ne übel zerreißprobe weil ich hier gerade äh nur noch ähm failen bin gerade also die letzte seit der Lava Reef ne nicht Lava Reef seit der Oil Ocean Zone Act 2 bin ich hier eigentlich nur am rumfailen und schaffe halt nicht so gut wie gar nichts mehr so richtig äh das liegt aber auch teilweise an dem Scheiß äh das heißt Müdigkeit also wirklich ich bin saumüde und langsam sicher geht mir schon die Energieflöten also ohne Witz wie viel Prozent habe ich verpasst? von den 100? äh würde sagen so ich muss kurz überlegen 90? von den 100 Prozent das sind locker 90 verpasst glaube ich würde ich jetzt einfach mal sagen man da will ich heilen und sterbe das ist kacke sowas ist immer scheiße aber hey wenigstens hier schon der zweite was von äh äh ernste? äh Moment ich muss kurz naja Schlamm der offizielle Kanal der olympischen Spiele ignoriert's ignoriert meine Forderung dass Schlamm catchen die erste Sportart wird Spastis ich glaube die wollen das eher ernst nehmen oder? komm Amy Doll er soll runterkommen hier so fertig ja komm ich hab jetzt keine Lust und keine Zeit aber ich will das hier nur schaffen so noch zwei Level dann ist in der Gelände ich hatte für einen kurzen Anblick echt gedacht Nagelz statt ähm dem äh Metallic Martens ein anderes Level ich weiß nicht wie ich auf diese Idee gekommen bin keine Ahnung also ich hab bei der All Ocean Zone beim beim zweiten Boss bei der All Ocean Zone 2 Boss da hab ich so krass gefällt wie schon ewig nicht mehr in meinem Leben also ohne Witz das war jetzt echt nicht mehr witzig das war echt nicht mehr witzig das fand ich auch also ich hab echt nicht mehr durchgefunden also ich hab glaube ich fast all meine Leben verbraucht in dem Moment also das war wirklich übel schlimm ich weiß nicht mal wieso ich so gefällt habe ich hab da quasi das Gefühl gehabt dieser Endliegner ist übelst verpackt keine Ahnung wie ich das Gefühl wirklich habe ob das stimmt oder ob ich da irgendwie keine Ahnung ich mir da irgendwas eingebildet habe oder es liegt an der Switchfassung weil die Switchfassung eigentlich nur ein Port ist glaube ich zumindest dass es denn ein Port ist Schlamm catchen muss eine Sportart werden Mensch komm lass doch mal stecken das ist den Frauen über nicht fair die halb nackt im Schlamm ringen ich weiß auch nicht wie viele Frauen halb nackt im Schlamm ringen ich kenne keine ich kann es ehrlich sagen ich kenne keine wie war das noch als wie Homer gesagt hat wenn die Bibel uns eines gelehrt hat das hat sie nicht dann äh sollten Frauen sich und Mädchensport halten wie ringen Schlamm catchen und sowas also keine Ahnung ich bin da ich bin da irgendwie nicht ganz drin in solchen Dingen mir ist das irgendwie scheißegal ich finde jeder sollte die Sportart ausüben oder ausüben können wie er halt will oder sie ist ja egal Geschlecht ist ja wirklich scheißegal ich finde aber ich glaube der wirklich sexistischste Sport ist der E-Sport ich glaube der wurde ja jetzt in die Olympischen Spiele zugefügt Mensch Delina lass mich in Ruhe auf die Fests zu krallen jetzt geh bitte ich hab echt hier grad keine Lust ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren meine Güte ey diese Katze gibt mir für Keks Gott man braucht die ganze Zeit nur Scheiße und will dann irgendwie sich einschleimt ohne Witz aber die sind schon krass drauf also die 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 bei den E-Sports also das ist wirklich schon sehr Unterwäsche Football ist nice äh ok hab ich nie gesehen ich hab mir nie solche Sportarten angeschaut ich guck mir eh kein Sport an ist mir einiges scheißegal keine Ahnung kommen wir jetzt hier wieder zu den Fetischen oder was eigentlich der Cruiser Fights Best ja stimmt da machen sie ja auch so äh hier äh Oberteil also so Hemd ausziehen so sieht man schön wie Tattoos und so also wenn das so schön bedrohlich ist weil in in Japan sind ja diese Tattoos wirken ja irgendwie bedrohlich und so und äh merkte keine mit Tattoos Majima ja Majima sowieso auf Majima stehen die Frauen sowieso das merkt man also das hat man auch in äh äh umfragen gesehen tatsächlich das ist ganz witzig also das ist schon irgendwie witzig nein derzeitlich sind wir noch bei sexualisierte Sportarten ja gut aber das kann ja auch als Fetisch zählen theoretisch weil man könnte ja auch irgendwie denken man steht halt drauf weißt du das ist so das worauf man steht könnte man auch theoretisch als Fetisch ansehen theoretisch natürlich kann ich mich auch irren naja also mir ist das Wurst wie gesagt mir ist das egal wie auf der State ist wenn man da irgendwie weiß nicht ein Umschneidildo hat oder sowas meinetwegen soll mir alles recht sein solange ich damit in Ruhe gelassen werde Majima Majima ja man sieht man ja man sieht man ja das ist toll so der vorletzte Boss also Knuckles hat keinen äh really final boss Phonic ist der einzige der wirklich der wirklich wirklich final boss hat kann man nicht alles theoretisch als Fetisch sehen ja tatsächlich oh das ist so weißer diese Gravitation das ist richtig mies gerade ich komm nicht ran den ach komm stirbst du bitte danke ach Gottchen theoretisch ist wirklich alles ein Fetisch wenn man so will irgendwie keine Ahnung es ist weird die Welt ist weird man kann ja auch von äh glühlampen erigiert werden irgendwie mein Fetisch den wollt ihr gar nicht wissen ja das sag ich auch immer Salatsauce hey Patrick schön dass du da bist oh mein Gott das ist so weird das ist so weird dass ich jetzt warum kommt ihr eigentlich ständig wenn ich hier fast am Ende bin ganz ehrlich ich bin in der letzten Zone komplett aber auf 100 Prozent das ist nicht wirklich die Final Zone und hier kommt plötzlich alle oh meine Güte ok komm ist Privatsache ich weiß ich bin nur das Phoenix jetzt als nächstes dass ihr noch reinschaut dann denke ich mir what aber die war wirklich platt ja deswegen schauen mich Leute komisch an wenn ich sage ich gucke am liebsten Frauen das klingt seit Jahren äh könnte damit irgendwie in Verbindung hängen eventuell kann sein ich weiß es nicht ok ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen ich muss ein bisschen vorsichtig sein weil oh Kinder 3 Uhr morgens ja das auch der ist auch geil das wichtigste ist dass ich Super Knuckles nicht sofort aktiviere wenn ich ihn habe ich muss ein bisschen warten weil ich brauch den beim Endgegner unbedingt ich brauch den unbedingt beim Endgegner und diesmal werde ich das nicht machen das eine da ja ich habe vier Stunden für den Handweg ja natürlich das glaube ich die Ausfahrt der Cousin ist wie Sex alle haben keine T-Shirts an überall wird gestöhnt und mal G-Master oh mein Gott der ist gut oh mein Gott wo ist das Ding jetzt wieder her vier Stunden für den Heimweg ja klar deswegen habe ich dich auch vorhin Mario Kart 8 spielen sehen ne auf der Switch ja man kann dich stalken man kann dich stalken ich habe es genau gesehen zum Glück wird es eingeblendet es ist immer wieder so lustig es ist immer wieder so lustig ich brauche die scheiß ähm jetzt vermisse ich habe kein Shield mehr das geht mir gerade auf den Keks aber ich habe das das ist gut okay das heißt ich könnte jetzt theoretisch noch äh halt ich muss da lang er zeigt sich noch miau puff ja voll ist Salzsinger wenn er seine Switch dabei hatte kommt könnte das hinkommen hä wieso ich habe ihn noch vor ich weiß nicht wie viele Stunden war das vor zwei Stunden oder so ich ihn mal spielen sehen nein das hätte ich nicht tun dürfen das hätte nicht passieren dürfen ah man ohne Super Knuckles wird der Endgegner ens kacke und zwar wirklich ens kacke was macht Miko liegt auf mir der Miko ist ja auch super über Miko ist klappt da sieht man wieder wo meine Konzentration steckt seriously was hat der Games hat der Games bist du das bist der Games der Games er ist er kann er nicht unterwegs auf der Switch Mario Kart spielen ja schon aber er ist ja er kann er dann ja nicht online sein unterwegs oh sag jetzt mal es ist aber langsam mal gut mit diesen scheiß Dingern er kann er nicht unterwegs online sein das ist ja das Ding oh meine Fresse warum ist er denn jetzt von dem Dings abgerutscht alter er ist grad von dem scheiß Bumper abgerutscht er ist aus irgendwelchen Gründen durch den Bumper geflogen alter das gehts doch nicht nein 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 Nanobots doch Pads kann ja Pads kann alles oder was weil er Pads ist Pads kann jawohl der Pads man kann der Pads da kann das ich hasse es ich muss unbedingt noch Supernugels kriegen in der Nähe eines Kaffees in der McDonalds schon die haben WLAN ja schon aber ist er ja wahrscheinlich doch sehr laggy und hast nicht gesehen also ich darf jetzt nicht Supernugels aktivieren ich muss das noch behalten so ein bisschen ich muss übel aufpassen gerade weil ich ich brauche diesen scheiß Supernugel also gut ich kipp's zu ich war zuhörse er hat uns angelogen oh mein Gott und wir müssen online spielen vertraue mir was oh mein Gott vertraue ihm nicht ok scheiß drauf jetzt ich muss schauen dass ich genügend Ringe zusammenkriege dass ich dann beim Endgegner direkt nochmal Supernugels werden kann sonst habe ich den Endgegner habe ich echte Probleme bei dem also nicht nur echte Probleme sondern echte echte Probleme es wird immer schwer es wird sauschwer hier muss ich noch runter das Level ist wirklich das allernervigste und übelste ich kann es immer wieder sagen ich hasse es wirklich komm schon runter da los hoch wieder oh Gott ich glaub's nicht oh man ich werde die 50 Ringe nicht behalten können das gibt's nicht das gibt's nicht weil hier zu wenig Ringe rumliegen hier liegen teilweise zu wenig Ringe rum das gibt's nicht man ja auch Pocken Tournament zu spielen dieses Spiel ist scheiße ja also für eine Erfahrung ganz witzig oh Gott ich ich lese's vor dem Chat gar nicht wir müssen können wir die geheimsten Geheimnisse verraten ich würd's nicht ausführen wir können die mir vertrauen ja ja du mich auch als ob ich jemals irgendein Geheimnis rausbauen oder obwohl bei mir gibt's nicht viel muss ich dazu sagen so selig so jetzt verwandelt er sich wieder zurück für den Moment jetzt kann ich aber gleich wieder ich hab gesagt ich kann jetzt gleich wieder hallo hallo jetzt kann ich wieder so danke meine Güte ich würde mich warten bis er da seine Scheiße macht der Entgegner ist saunnervig äh ich hoffe ich schaffe ihn rechtzeitig ja komm bitte tu's nicht komm komm er macht zum Glück grad nur die Moves ja hab ihn oh sauber oh mein Gott oh Gott ich glaub das war's oh Gott oh oh okay ich glaub ja das war's oh Gott ja schön oh 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 wir müssen über vier Stunden ach tatsächlich für den zweiten Part gebraucht oh mein Gott äh äh mag mal Chima das ist eines der Gäste die ich nicht ausprobieren würde ja hahaha ist ja auch so ein fettes Gereignis ne okay ich würd sagen GG oder Nico liegt hier heute nur GG ja ok Mandy hat's durchgespielt 100% ich kann nochmal kurz einen kleinen äh äh Reality Check machen wo ich bei einer sagen Mania Modus komplett 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 wird und jetzt nochmal hier bei den Extras alle Medaillen ach geht's gut oh Gott ich kann nicht mehr ich kann nicht haha ah das war ein übler Spiel mal ehrlich oder so klar das war's echt übel äh ich mag den Tender aber verrate es niemandem haha ich mag Geld haha oh Leute ok und tut mir leid ich hab jetzt echt gefällt bei Knuckles also hier was übelst gefällt ähm ja gut das war mein 100% Run in der Zweiteiler sag ich jetzt mal der Zweiteiler von meinem 100% Stronic Mania Run äh ich werd diesen Part auch auf YouTube hochladen auf jeden Fall aber ich glaub nicht dass das wirklich äh jetzt noch interessant ist aber trotz alledem werd ich's hochladen definitiv ähm für heute Abend verabschiede ich mich auf jeden Fall äh vielen Dank fürs Zusehen ähm schlaft gut noch einen schönen Abend und äh ich würd sagen morgen wird werd ich äh werd ich morgen streamen ja ich glaub ich werd morgen Abend wieder streamen denk ich und ähm vielleicht dann mal ein bisschen lockerer Runde so ein bisschen mit Alkohol ein bisschen äh hast nicht gesehen äh ja also jedenfalls ähm ja wahrscheinlich wieder mit Splatoon wahrscheinlich mach ich dann mal wieder ein bisschen chilligen Kram also wirklich mal ein bisschen anderen Kram ins Splatoon 2 also sowas wie weiß nicht so ein paar Secrets oder sowas äh äh raushauen und so also von daher gut äh ich werd morgen wahrscheinlich um 18 Uhr wieder äh streamen und vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall und ich würd sagen gute Nacht und schlaubt gut LEDs 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017